Und damit herzlich Willkommen, man sieht mich nicht, zur nächsten Spooktober Special Week Teil 2, Woche 2, wie man es auch sehen möchte. Ja, heute spielen wir Anthology of Fear als erstes und noch ein paar andere Sachen. Und heute mit dabei, ihr könnt euch einfach mal vorstellen von links, von unserem links nach rechts aus. Ich bin Denise. Hallo, ich bin Nico. Ja, die kennt ihr ja auch schon alle vom letzten Jahr, die gestalten. Ich bin natürlich der Host hier, hi. Mich kennt sowieso keiner hier. Und das ist... Ja, ich war doch so letzte Woche da. Ja, und vielleicht gibt es ja neue Zuschauer von den ganzen Nullen, die wir haben. Uh, von den Nullen. Ja, ich bin Svenja. Happy Halloween. Ja, Happy Halloween. Weißt du, dass wir den Weg sehen. Hat das Spiel Controller? Nein, das Spiel hat keinen Controller. Aber mit Maus und Tastatur können wir auch ganz gut spielen. Wer möchte anfangen? Nu. Ich fang an. Ich hab die Ehre. Anthology of Fear. Ein Horrorspiel, ungefähr zwei Stunden. Danach geht's weiter. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Wir bestellen zwischendurch hier auch immer Essen. Wo dann Observation Duty gespielt wird. Der siebte Teil als Demo ist jetzt rausgekommen. Und, äh, ja. Wir gehen hier einfach mal auf Spiel. Wir gehen jetzt spielen. Der Second Captain vielleicht. Und, äh, ja. Die auch für verschiedene Leute geeignet sind. Generell nur welche, die gut aussehen. Ja, ich bin mal gefreut. Hey, wir haben noch Taschenlammung. Ein bisschen problematisch mit der Maus. Ich bin ein bisschen höher platziert. Bist du da? Bist du da? Ich bin hier. Bist du sicher, dass du nicht folgert hast? Ja. Was ist dann? Nächster. Bist du da? Bist du da? Bist du da? Wo sind wir hier überhaupt? Das sieht aus wie... Hab ich es auch irgendwie gerade gedacht. Die Schlampe ist schon an. Oder Arkham City. Könnte auch Tokio sein, so in irgendwelchen Gassen. Mhm. Irgendeine Großstadt auf jeden Fall. Aber wir können auch sprinten. Ich kann doch nicht gehen. Nee. Was ist das Spielzeug? Das ist das, was man in jedem Horrorspiel tun sollte. Einfach gehen. Ja. Gesundheit. Ich hab jetzt überhaupt noch nicht aufgepasst. Gesundheit, was wir tun sollen. Ich auch nicht. Vielleicht sollen wir uns ein W-Ding hinterlassen. Die Türen funktionieren alle auch nicht. Es sind ganz viele Lichtschalter. Wir könnten bei allen Leuten jetzt Strom ausstellen. Das ist genau das gleiche. Das ist genau das gleiche. Gut. Das ist halt das Problem, wenn man nicht aufpasst. Hörungen? Vielleicht NLE oder sowas zum Überlixen von Türen? Ja, aber... Ich drück schon alles. Ein Flingsklick, okay. Beschlossen. Aber das geht nicht. Weil die Tür geht. Gegen... Wait, what? Wo sich rechtsklick und dann... Rechtsklick und dann linksklick. Das ist ja richtig weird. Ist das ja richtig weird. Ah gut. Ich geh da nicht rein. Okay. Nur weil ein Hund da ist. Nur weil ein Hund da ist. Können wir denn das Licht an? Ich würde das lieber nicht anfassen. Was willst du überhaupt? Ja. Was zur Hölle? Geflossen. Geflossen. Hier leben Menschen. Ich mach das nicht. Ich... The Voice of Reasoning. Das ist so... Die sind da unten von der Tür. Die vorne. Von denen geht die auch immer so richtig mysteriös auf. Ja. So als würde jetzt jeden Moment irgendwas dahinter stehen. Was machen wir denn hier? Ja gut. Also ich mein, du hast es herausgefunden, wie man Dinge betätigt. Aber... Hier... Irgendwie wohnt das Husten. Ere Kisten und anderer Moe. Ich glaube nicht, dass ich hier etwas finden werde. Hm. Die Tür ist ja schon am mysteriösten. Das ist geschlossen, aber ich kann etwas auf der anderen Seite sehen. Was sehen wir denn da? Was sehen wir denn da? Nicht hier irgendwie das Garagentort, ob das bleibt? Nicht hier. Wir leben Menschen. Kann hier nicht weg. Merken wir schon. Ja gut. Aber sowieso wir von... Das ist... das ist der Horror an dem Spiel. Wir sind bloß unseren Lebtag mit drin gekommen. Können wir die Fenster vielleicht aufmachen? Ich werde nicht durch dieses Fenster gehen. Wie wäre es mit diesem hier? Durch diesen auch nicht. Wir haben alle Türen aufgemacht. Können wir jetzt gehen? Ich... Aha, was hat sie denn gesagt? Ich bin gerade verlegen, das Spiel einfach nochmal neu zu starten, um dann zu gucken, was sie sagt, was wir tun sollen. Weil es verwirrt mich gerade. Wir werden einfach auf dem Hauptmenü noch mal hier spielen. Vorher sitzen. Okay, das sieht gut aus. Glaub ich. Die nach Katzin aus. Mensch. Nur... Hallo. Ich bin zu mir gleich. Ich hoffe, wir sind okay. Ich habe nur... Ich bin hier in der Versteilung. Sie haben zu Juggeräusche gearbeitet. Sie hat die Zir Toolk 치z geschaut. Die Chefin hat mir gesagt, dass sie nicht gut ist. Ich wusste, dass sie nie eine Probleme hatte. Sie habe gesagt, dass sie Hier habe ich die Antwort. Ich dachte, dass sie da nicht einmal finden. Aber es ist die größte Leid das ich hatte. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, was sagt sie? Ja, Ethan. Sind Sie da? Ich bin hier. Sind Sie sicher, dass Sie nicht folgen sind? Ja. Was ist dann? Ich habe Ihnen etwas sinnvolles gegeben. Da ist ein Kloset neben den Schrauben. Check die Schrauben. Da, hier. Da ist nichts. Da auch nichts. Oh, Crowbar. Das war's. Die Frau führt eine der Türen in den Keller. Das wird dann wahrscheinlich die sein. Es geht nicht in den Keller. Es geht auch in die andere Richtung. Das ist eine sehr merkwürdige Treppe. Heimertunnel. 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 Okay. Schau für die blaue Tür. Blaue Tür. Die Tür ist nicht blau. Ich hoffe, dass kein Moment kommt, wo man wegrennen muss. Da mit Rechtsklick und dann Linksklick. Das wird uns umbringen. Aber in den meisten Spielen, wo man doch rennen kann, muss man doch auch meistens wegrennen. Nein, nicht unbedingt. Eigentlich nicht. Doch, auch schon. Man kann in allen Spielen eigentlich rennen. Blau. Sind alle grün. Was soll ich denn wissen, wo hier eine blaue Tür ist? Was soll ich denn nehmen? Okay. Sollen wir den irgendwie desablen oder? Natürlich desablen. Ich habe die blaue Tür gefunden, dann noch eine. Ich habe die blaue Tür gefunden. Dann noch eine. Ich habe die blaue Tür gefunden. Dann noch eine. Meine Ohren kiemeln. Okay. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Hast du den Schlüsselbund benutzt? Ich bin Saladin. Woher haben wir den Schlüssel? Der war auch bei der Brechstange mit dabei. Nochmal. Der Post-it-Note. Das man nicht lesen kann. Robert, Sylvia beschwert sich wieder über ihrem Stuhl. Hummere dich schon darum. Stuhl oder Stuhlgang? Warum fand ich so f*** in ihren Stuhlgang? Ich meine, wo werde ich die Archive finden? Die Patientinnen Archive sind auf dem Seafloor. Zugang an die Oberfläche ist mit der Karte geschlossen. Es gibt keine Elektrizität. Kann ich nicht nur die Crowbar nutzen? Die Anstattung wird die Anstattung. Du musst die Anstattung auf die Anstattung. Du musst die Anstattung auf die Anstattung. Wo werde ich dieses Office finden? Es ist kaum ein Office. Es ist A53. Ich habe dir die Schlüssel gelegt. Lass mich wissen, wann du da bist. A53. Okay. A2. Oh, man muss richtig dazuhören, ne? A3. A53 ist dann, glaube ich, schon gut geworden, ne? Ja, und danach müssen wir irgendwie auf jedem C. Aber... A53. Was sag ich schon? A2. A53. A53. Perfekten Naming. Ich bin in. Also, du sagst Backup-Power? Hallo? Was jetzt selber herausfinden? Ich hier oben? Oh, du Scheiße! Was geht hier ab? Es sind einige sicher. Äh... So gut zu lesen. 23. Januar 79. Die Marco Alexander irgendwas Behandlung. Simulation des Nervensystems. Simulation des Nervensystems. Verfahren Elektro-Cephalographie. Elektro... Okay. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das... Das ist jedenfalls nicht wie... Wie ne Karte oder sonst was? Nichts brauchbares. Seht aus wie ein Videorekorder. So... Einwaschbecken. Ich möchte lieber nicht wissen, wie das Wasser schmeckt. Ja, du solltest es ja auch nicht trinken. Ähm... Ja... Ich bin offen für Vorschläge. Eigentlich müsste man ja mal einen Chat sehen, oder? Der Chat? Also wir sehen ja auch da rechts, wenn niemand schreibt, aber... Wieso? Es ist immer besser, es auf dem Handy auch zu haben, wenn man... Äh... Weil von hier aus können wir ein bisschen schließen. Ja, okay. Normalerweise hat Svenja das sonst immer... Aber sie hat ihr Handy ausgeschaltet und... ...Handy-Tippe nicht. Merken wir so fast nicht. Ich verstehe nicht, was hier unser Plan ist. Okay, hier? Das ist nur Büroeinrichtung. Ja, was... Was willst du denn dann hier? Ja... Oder müssen wir jetzt zurück in den Gang, um Funkverbindungen zu bekommen? Oder müssen wir jetzt zurück in den Gang, um Funkverbindungen zu bekommen? ... die sind alle abgeschlossen luminöse Musik eine blaue Tür WC abgeschlossen also wenn ich aufs Klo muss A51 A51 Achso, hier sind wir reingekommen Was ist denn mit dem Klo? Jaa Ich hoffe nicht, dass es funktioniert Ja, aber ich weiß halt nicht was wir in dem anderen Raum da sollen Ich probiere wo ein Richtung Außer dieser Zettel Vielleicht hat der Zettel doch irgendwas zu sagen aber es klingt nicht so, als würde der irgendwie eine Rolle spielen Wir sollen irgendwie eine Karte finden aber ich sehe hier keine Karte Was steht denn auf dem Zettel? Hauptwochen für ungefähr 10 Minuten Es wurden vier REM-Phasen aufgezeichnet EEG-Parameter, keine Abnormalitäten EKG-Parameter Sinusrhythmus normal mittlere Herzfrequenz 81 keine Ektopie aufgezeichnet Atemungsparameter Die Atemfrequenz lag im hohen Teenager-Bereich und erreichte in dem REM-Phasen bis zu 20 Fünf respiratorische Ereignisse wurden während der Nacht aufgezeichnet unleserlich eindruckt Das Fehlen von körperlichen Symptomen lässt den Schluss zu Der Patient spricht nicht auf die Therapie an Er sollte für die Aufnahme in die NET-Liste in Betracht gezogen werden Ja gut, aber das hilft uns jetzt null weiter Also wir sollen hier irgendeine Schlüsselkarte oder sowas finden oder Strom wiederherstellen Aber Strom Wie einfach ist das? Ist das jetzt ausgestellt oder? Besser nicht anfassen Fass das besser nicht an Ging's nicht auf Was? 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 Hey Ja, oh Zizi Where are the archives? Wie das? Kann ich so machen? Ich bin hier also Ich bin hier also Can you hear me? Wir haben die ganze Zeit nur in unserem Kopf Okay, wir sollen in den Zweidstock. Jetzt sehe ich, wenn ich die Karte... Was ist für eine Karte? Brauchen wir eine Magnetkarte her. Ist und bleibt ein Rätsel. Werler? Röchte eine andere Karte? Ist das hier nicht der Zweidstock? Na gut, kommt vorwanderen, ob wir amerikanische oder europäische Standards nehmen. Hier zum Archiv muss eine Kartenleser haben. Ist das sowas hier? Ja. Ringstelle. Fehlen ein paar Regale, ich sehe es nicht. Vielleicht sind die Dokumente woanders? Du hast nichts durchgeguckt. Ich denke, er fällt auf die komplette Schränke. Er nimmt nicht nur die Dokumente raus, er nimmt einfach die komplette Schränke raus. Wo man das nicht glaubt hat. So, ich werde hinter so eine ganze Kartei brauchen. Es geht von euch schneller. Was ist das hier? Patient Archive. Ich muss nah dran sein. Woher weißt du das? Kannst du es riechen? Es gibt sicher viele Computer. Ich weiß nicht, wie du dir da so sicher sein kannst. Was ist das? Jetzt bin ich mal rein. Mein Arm schlägt ruhig sonst rein. Janes, 36. Geburtstag, 50. Juni, Kuchen, leckere Getränke, Spaß. Feiern Sie mit uns im Gemeindesaal ein großes Fest. Wenn Sie Kuchen oder Getränke mitbringen können, lassen Sie es mich wissen. Alice. Und feiert jetzt Geburtstag in Krankenhäuser? Wie lange sind die Leute denn im Krankenhaus? Weiß ich nicht, wenn die auf so einer Sterbestation sind. Ach so, dann sollten Sie sicher noch mal den Geburtstag feiern in der Gemeinschaftshalle. Nachtrag zum Vertrag. Vierter, der Arbeitnehmer erklärt sich damit einverstanden, Körper und Geist. Osttum zu nutzen, und zwar zu einem bestimmten Zweck, der dem Arbeitgeber zugutekommt, ohne dass eine rechtliche mögliche Klage besteht. Möglichkeit zur Klage, okay. Ich habe keine Ahnung, wonach wir hier suchen, aber bestimmt nicht nach dem Buchclub. Nicht? Telefon? Aber nicht, dass es funktioniert. Für mich funktioniert gar nichts mehr. Weiß ich nicht, vielleicht noch eine für weiter? Warten, ach, Schlüssel. Warum hast du auch einmal Schlüssel für jeden Chef? Ich habe halt einen Schlüsselbund aufgenommen, da sind anscheinend mehrere Schlüssel drin. Hm. So. Was ist das nicht? Wie zu wissen. Wir haben doch irgendwen mit N gesucht. W-W-U-T-S-R-U-N. Was ist das nicht? Was ist das nicht? Das auch nicht. Das auch nicht. Okay. Hat sich irgendwer den Namen gemerkt von dem, den wir suchen sollten. Ich dachte, er hieß Nathan, aber das ist hier wahrscheinlich nicht nach Vornamen sortiert. Guck einfach alles hin. Ja, das dauert auch nur einen kurzen Moment. Müsste bemogen. Wir haben hier 26, äh, ja guck nicht ganz 26, aber 26 mal 4. Ungefähr. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Ja, wenn du weißt, was es ist, dann geh doch einfach zum Schrank. Gegen einem Gameplay müssen wir aber auch... Boah Junge, du kannst du Speed Up machen. Mach mal lieber den ersten nochmal, weil hinterher ist das... Machst du den ersten zuletzt und dann war das halt einfach. Ja, was war's? War's richtig? Okay, das ist es anscheinend. 26. August 1979. Sorin, Nathan, Andy Nr. 3667 in Beschreibung des Vortests. Ein 27-jähriger Mann eingeschrieben in NET. Berichtet über Schlafschwierigkeiten und wiederkehrende Albträume. Er ist reizbar und hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Möglicherweise Schlafs... Schlafab... Berichtet über die Einnahme von Antihistaminika für den Schlaf. Begleitende Krankheiten, Depression und paranoide Schizophrenie in der Familiengeschichte. Ist klar. Jetzt können wir nach Hause. Ich hab' ja nicht mitbekommen, was mein Irgendes Equest ist. Was ist eigentlich? Wenn... Äh... Sie bezeichnet einen ja nur als psychotisch, wenn er irgendwelche... Anzelle oder sowas hat, ne? Ja, psychotisch. Wenn da jetzt einer ganz form... Anfalle? Ja, wenn jetzt einer ganz form sagt und sagt so, ja, hör mal, ich hab Aliens gesehen, das war sonst so, dann ist ja nicht psychotisch. Sondern psychotisch ist nur wieder... Oh, ich hab Aliens gesehen oder sonst was hier, wir wollen uns alle entführen. Das ist psychotisch. Das ist aber auch, wenn sie sagen würden... Oh, äh... Keine Ahnung. Oh, ich bin über die Straße gelaufen und da kam dann ein Bus. Oh! Das ist auch psychotisch, obwohl diese Begebenheit sich abgespielt haben könnte. Ja, aber... Also Psychose hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, wie du da reagierst. Also Psychose hat einfach, zum Beispiel... Also Lohans hat auch was damit zu tun. Nein, nicht unbedingt. Also das Ding ist, ich hab ja hier mit Justin so gechillt, da war ja Psychose vielleicht so. Und war! Oder ist. Das ist nicht gewusst. Im Endeffekt ist eine Psychose etwas, wenn du etwas glaubst, was nicht sein kann. Also... Ja, das kann schon sein, rein theoretisch. Also es gibt so... Kann man auf ganz normale Sachen denken, wie zum Beispiel... Irgendwer verfolgt dich oder so, das kann ja wirklich nicht sein. Das ist richtig. Ein Glück, jemand hat sich im Büro dieses... Knosttypen gebracht. Wo ist das Büro? Ich kann ja auch nicht. Binde Theodoros Büro. Ach warte mal, dafür müssen wir wahrscheinlich hier in die... ähm... Neues Art. Stimmt, du darfst nicht zu tun? Neee. Hm? Gibt ganz wieder von vorne los. Geh mal davon aus, ob Theodor nicht sein Nachname ist. Warum ich die Sachen von unten nach oben aufmache, ist einfach der Grund... Wenn ich die von oben nach unten aufmachen würde, dann würden die oberen die unteren blockieren. Und dann... G-H, auch G-H wird's wahrscheinlich sein. Äh... A-J... Hm... G-H... Hier müsste es irgendwo sein. G-H, das ist einfach... G-H. G-H... G-H- G-H... 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 Bisher Gameplay 10 von 10. Musste 200. Wo ist das da? Das liegt aber auch wieder nur daran, weil wir nicht aufgefasst haben, was wir machen sollen. Ohohoho, das stimmt. Dann können wir die auch aufmachen. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier überhaupt ist, aber ich dachte mir, wenn wir von irgendwem das Büro finden sollen, dann doch bestimmt im Employee-Archive. Denn wo sollte es sonst sein? Aber das Büro ist doch ein Ordnung. Das ist zwar korrekt, aber hier stehen ja keine Namen drauf, sondern nur Nummern. Und wenn wir jetzt wissen wollen, dass es ein bestimmter Employee ist, dann... Das machen wir doch im Employee-Archive, oder nicht? Hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Keine Ahnung, das Büro von Dr. Theodor irgendwas ist jetzt im Raum 10.07. Wir kommen schon mal in seinem Büro. Einfach gucken, welche Türen da drin sind. Da kann ich nur eine offen. Warum flackert das nicht eigentlich so? Das macht mich nervös. Ich will mir vor, als würde ich verfolgt werden. Das wird doch nicht das Büro sein. Nach dem Büro ist... Tut mir leid, dass wir früher gehen mussten, aber wir sind immer noch für Montag verabredet. Alice. Was? Hier irgendwo? Werde ich hier nichts finden? Ja. Nichts Brauchbares. Gut, dann wohl nicht bei den Head Nurses. Ich will mich hier überhaupt rein. Gott. Es ist nur, dass es mehr Räume gibt, die wir... ...besuchen müssen. Bis jetzt ist das Spiel aber nicht so der Banger, ne? Ja, wir sind ja auch noch am Anfang. Welches Spiel fängt schon damit an? Ach, guck mal hier. Theodor, oder? Theodor Hypnos. Geist sogar Hypnos. Was? Was etwa? Nichts Brauchbares. Brauchbares? Ach du k... Lieber Professor Theodor Hypnos, ich will nicht lesen. Was? Negrüße. Dimon. Das ist das nicht, das auch nicht, das auch nicht. Da fehlt einer unten. Ich weiß. Aber da komm ich gerade schlechter an. Ne, jetzt muss ich gewinnen, wenn es da drin gewesen wäre. Ja. Echt denn der Schreibtisch? Hat Schubblasen? Digga, unbetätigbare Schubblasen. Telefon? E? Eigentlich müssen wir irgendwas... Wir müssen irgendwas im Zittel lösen bestellen. Okay. Mr. Kinley hat ihren Bericht über den Vorfall erhalten. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass er die Nachricht nicht ruhig aufgenommen hat. Sagen wir einfach, es waren nicht sie, der fast von einer Vase getroffen wurde. Sir, Mr. Kin... Mac Kinley ist sehr enttäuscht von der Leistung ihres Teams. Es ist Monate her, dass unsere Wissenschaftler wesentliche Daten aus der Klinik erhalten haben. Und es ist Tage her, dass sie den Hörer abgenommen haben. Der Vorstand hat beschlossen, das Morpheus Medical Center mit sofortiger Wirkung zu schließen. Bitte informieren Sie Ihre Mitarbeiter über diese Entwicklung. Sie werden alle mit bezahlten Urlaub geschickt. In den bezahlten Urlaub geschickt, okay. Wir werden alles tun, um diesen Vorfall geheim zu halten. Es liegt an Ihnen dafür zu sorgen, Sir. Was die Familie von Herrn Soren betrifft, so darf es keinen Kontakt zu ihr geben. Wenn ein lebender Verwandter von diesem Vorfall erfährt, wird Mr. Mac Kinley nicht mehr in der Lage sein, Sie, Sir, und ihr Lebenswerk zu schützen. Wir bestehen darauf, dass entweder Sie oder Dr. Sue uns diesen Donnerstag um 14 Uhr in unserem Büro in Chicago treffen. Herr Mac Kinley wird eigens für dieses Treffen aus Melbourne einfliegen. Er hofft, dass er seine Zeit produktiv nutzen kann. Delfina Maria Torres Jonathan McKinleys persönliche Assistentin. Gesundheit. Und jetzt? Ja, keine Ahnung. Boah, Alter. Vor allem das Lützgesicht, ich kann das nicht mal mehr lesen. Wir haben jetzt ein Büro dieses Hypnostypen gebracht, aber es muss irgendwo hier... Also, ich muss ja irgendwie... Ich bin bei dir drinnen, wie soll ich denn viel stehen? Hypnostypen? Hm... Ja. Nichts Brauchbares. Nichts Brauchbares. Nichts Brauchbares. Schön, ne? Was ist das denn hier? Das macht doch Spaß. Nichts Brauchbares. Ja, dass das nicht diese Videokassette ist. Das ist niedlich. Ah! Das ist ein Hund? Das ist ein Hund, ja. Buff. Und alle offen. Das wäre ja lustig, wenn genau der jetzt... Hier werde ich nichts finden. Oder war vielleicht hier doch irgendwo was drin? Was ist das? Hier oder war Hygnos? Hier vielleicht? Nein. Da hat man so außerhalb und so. Ja, I don't know. Vielleicht haben sie es mitgenommen. Leere Kisten und anderer Müll. Hier ist nichts zu finden. Hier auch nicht. Hier in der Kiste. Sie haben die Schattdruck mit Dokumenten. Digga, da war doch einfach nur so eine scheiß Videokassette drin. Das sah so aus wie jedes andere Fach da. Ich sag doch Videokassette. Ja, ist das... So, jetzt gehen wir runter und jetzt müssen wir erstmal einen Videorekorder finden, weil der da unten natürlich nicht funktioniert. Ja. 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 Sehr schade. So, auch da rein. Bis mal. Danke. Das ist ja ein Blöder. Wieb. Ich habe es nicht. Das ist ja ein Blöder. Wieb. Ich weiß nicht mehr was passiert ist, hatten sie einen Unfall? Was auch schon denn nicht lesen. Ich muss hier überfinden. Ich muss wissen was hier los ist. Okay. Sind wir jetzt in der Videokassette oder? Nein. Du musst doch lernen wie du mit Blöden aufnimmst. Du hast das ja nicht gelernt. Bis ran zu. Du gehst immer rechtsklick. Was? Ich bin nicht. Mit Ahn. Oh nein. Ich habe fast gestorben. Aber ganz ehrlich, was ist das auch für eine Straße und so? Was hat das für ein Auto überhaupt nie verrostet? So. Schau dir mal vor, du fährst hier so mit 50 lang. Fährst du hier so um die Ecke und dann ist da einfach eine Wand. So mitten auf der Straße. Hier ist einfach Ende. Ne. Steht da irgendwo ein Schild, wie ich jemand da vorne hab. Darf man überhaupt wirklich, ich komme zum Fußgänger zurück? Ne. Naja. Mitten auf der Straße. Ja. 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 Ja, was steht da? Ja. 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 Hat einfach jemand eine Minecraft-Steinbauer langgezogen, kurz. Und da hinten auch. Hier kommt man gar nicht raus. Wie sind wir hier überhaupt reingekommen? Hi! Ja, ist denn irgendwie große Beschoß? Das ist wohl kaum der richtige Ort für eine Puppe. Ah, das ist eine Puppe, oder? Ich glaub irgendwie nicht, dass das eine Puppe ist. Zumindest keine sich nicht bewegen würden. Ein gewöhnlicher Kanister, da ist noch was drin. Ich finde die da hinten viel schlimmer. Das ist auf jeden Fall drin. Jetzt geht wahrscheinlich das Licht raus. Telefon! Brechstange. Die haben die Brechstange. Unter Puppe hast du die Arme abgerissen. Ja. Wie kannst du nur den Munster? Was ist denn ein Telefon? Ein Telefon? Wenn man da in der Hand hat. War nix, oder? Ja. Ach, hier ist das Telefon. Ich finde mich seltsam, wenn ich dieses Telefon ansehe. Ich sollte nur fernbleiben. Hey! Ne komische Paranoia, aber okay. Nehmen wir einfach mal so hin. Wir haben jetzt eine Brechstange. Was machen wir denn damit? Oh Gott. Irgendwo einbrechen. Ist die Brane schon da? Klopf, klopf. Was? Was? Wenn ich die Tür auch zunasse. Okay. Dann fühle ich mich direkt sicherer. Damit du nicht mehr abkommst, wenn du nicht mehr rauskommst. Na, wo kommt der von der Straße? Da ist kein Treibstoff drin, na super. Die Tür geht ja beide nicht gebrauchen. Bei dem einen war noch Treibstoff da. Das wollte er ja gerade noch nicht mitnehmen, weil das noch nicht gebraucht hat. Die Puppe ist weg. Die Puppe ist auch weg. Die jagen dich jetzt mal. Hi! Mit McKinnon. Hört auf lustig zu sein. Ey, du hast deinen Arm verloren. Das geht sehr gut, Putschen. Vielleicht ist das so wie die Weeping Angels. Kann gut sein, ja. Ja, das kommt auf jeden Fall nicht mit. So, Treibstoff. Was ist das für ein Aufzug? Also mit dem Aufzug würde ich aber nicht fahren. Nö. Ja. Keine Hand. Ich habe letztes Mal ein Video gesehen, wo so ein Aufzug in Reelife benutzt worden ist. Das ist trotzdem probiert. Was für was? Was ist dein Name, Sir? Für so ein Kleider, wo nur eine Person reif ist. Für so ein Kleider, wo nur eine Person reif ist. Nathan Soren. Ja, schön gemütlich hier, ne? Ich glaube, die Hand kannst du mitnehmen. Ja, schön gemütlich hier, ne? Das ist halt so wie mir. Und das Fleisch alles hat gegammelt, ist dann auch unter Mensch mit der Hand. Auf Wiedersehen, Aufzug. Was zum Zweifel ist das für ein Ort? Der Aufzug hat mich an diesen Ort gebracht. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Aber ich fühle mich nicht hier sicherer als draußen. Ehrlich? Der Aufzug lässt mich nicht weiterfahren. Also schaue ich lieber, ob ich hier Hilfe finde. Ich fühle mich hier sicherer als draußen? Was zur Hölle hast du? Da findet er bestimmt Hilfe. Der belebt da ist, oder? Ein paar... Ein paar Malwerkzeuge. Was ist das hier? Solche Sachen. Hello? Oh, was ist das denn? Kannst nicht mitnehmen. Das sieht aber irgendwie wichtig aus. Was ist das? Ich glaube, hier sollte ein Schubladen drin sein. Und was ist das denn? Der ist umgedreht, der Tisch bestimmt. Das ist die Schubladen zur falschen Seite. Das kann sein. Genau das wollte ich. Du hast dir einfach daneben gestellt. Ich komme da auch nicht rein. Ja, der sollte auch nur eine Tür aufmachen. Also, dass das funktioniert, macht mir ein bisschen Angst. Wir auch! Mir macht vor allem noch mehr Angst, als einfach beide fucking Türen auf und zu sein müssen. Ja. Das kann man nicht mehr gehen, muss er schnell machen. Oh, es läuft! Natur! Bitte nicht auf! Das... Das... Das dachte eigentlich zu nichts irgendwas. Keine Ahnung, was das alles ist. Um 3.03 Uhr angehalten. Wie lange habe ich hier unten verbracht? Wir haben noch keine Taschenlampe. Zeio! Oh! Voll nun mal! Es ist ja noch weiter runter. Was? Hier gibt es keine Knöpfe. Je weiter er runter geht, desto mehr biste ich über die Produkte. Nee, nee, nee. Wirig. Wirig, ja. Äh... Mal, von wo will ich jetzt bekommen? Also... Da muss ich... Ja, da muss ich lange. Ich auch... Nee, geh einfach. Einfach gehen. Ich wollte auch gar nicht stören, ne. Also... Ey, du wolltest auch Hilfe holen. Die hilft dir bestimmt. Eta wirklich da oder was mit dem Schatten? Scheiße! Was denkt er sich jetzt erst? Scheiße! Ich stelle mich einfach mal in den Kieler rein, Alter. Die haben wie kleiner Schlüssel. Virtual Besitzung ist nicht so die Beste. Ja. Scheiße! Der, der Premium Humor. Das ist einfach perfekt. Licht hinaus. Kurze Pause. Scheiße! Ich will nicht weiter gehen. Ich will nicht weiter gehen. Du hast irgendwann auf den Boden gekrabbelt, oder? Nein! Da ist ein Kronleuchter runtergefallen. Du meinst nicht? Das da. Das geht ja mal. Ja! 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 Soll ich das machen sollen. Was ist hier drin? Dann machen wir jetzt den Fernseher. Oh Gott, nichts verloren. Was ist denn das? Wake up. Wake up, Nathan. Okay, das war alles nur ein Traum. Nathan, please. Okay. Können wir den Fernseher bitte ausmachen? Ich weiß nicht, ich möchte nicht mehr. Das aus und das aus und alles enthält, please. Ich will hier wieder weg. Überall sind hier fucking Kuppen, ey. Ich werde das sowas von nicht schaffen, wenn ich hier rein muss. Ich werde hier rein, wenn ich da nicht. Ich möchte die Tür von mir. Ich möchte das hier rein. Das ist da drin. Funktioniert nicht. Warum versuche ich nicht die andere? Die andere was? Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Was ist das? Ist das ein Mädchen? Das ist so unruhigend. Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Das ist so... Also, das würde ich auch beunruhigend finden, wenn ich das auf einmal in meinem Bestand hätte. Aber das andere davon war nicht beunruhigend, oder was? Nee, das war... Das ist beunruhigend. Was ist beunruhigend? Die Untertreibung des Jahres. Ja. Klar, folgen wir den Puppen. Hallo? Ich rede erstmal mit den Puppen, hallo? Noch ne Puppe. Warte, dann wär nix zu zu sagen. Okay. Waren wir alles anders hin? Hm. Wird's schnell wieder weg da. Also, bis jetzt ist das auf jeden Fall ein sehr krasses Berg noch auf dem Spiel. Was kann ich denn... Was kann ich für dich geben? Ey. Hast du schon das neue Anwesen gespielt? Der Bunker, das hatten wir letztes Jahr angespielt. Ich weiß nicht, ob ich das noch drauf hab. Sonst könnte man das eventuell später auch... Das wär krass. Das ist ne Hefte... Ey, das trau ich mich auch nicht alleine. Ich hab das zwei Stoff... Ja, das trau ich mich. Alleine... Alleine, das ist zu viel Stress für mich. Wenn andere dabei sind, dann geht das. Aber ich sehe mir das auch schon im Veraussteil eines machen, wie das hier einfach Versteckmöglichkeiten geben, obwohl man sie nicht braucht. Ja, das gibt einem zu überlegen. Da haben die auch mitgedacht, Daniel. Hier brauchst du... Falt, wie? Ich weiß nicht, ob ich das will. Ähm... Das hört sich irgendwie nix so toll an. Also, hier kann man sich schon mal nicht verstecken, aber die in den Schubladen ist irgendwas komisches. Hört euch mal diese... Hat sich an, als würdest du denn zur Klingel bitte erwähnen. Ich finde, das hört sich so an, als wenn jemand so... Liebe Ringe. Und in dir. Ja, hab ich den Computer noch nicht repariert. Enter und NumPad funktioniert aber noch... Ist falsch. Bitte was? Das ist schön. Der Rest nicht, oder was? Egal, Enter und NumPad. Ja, das sind die beiden wichtigsten Tasten, die man braucht. Ja, also... Nix funktioniert, aber Enter und NumPad funktionieren. Die sagen, man soll nicht zum Licht gehen. So ein Unsinn. Guckt euch doch einfach mal die Lampe an. Telefon! Ich hab das Gefühl, es wird gleich klingeln. Ah ja. Ich auch. Jetzt hab ich auch das Gefühl. Ein sehr schönes Bild. Erinnert mich an Alice im Wunderland. Ja, ein bisschen. Guck mal jetzt. Klingelingeling. Wie? Ich muss ein Mini vorstellen. Wer hinterlässt diese Nachrichten? Was ist das hier in Grinder? Lutus, äh, es sagt mich selber. Dass ich die Nachrichten schreibe. Dann hab ich sie schon. In allen Orten auf der Welt muss ich ausgerechnet hier sein. Nur etwas Zeug. Gibt's nichts Interessantes. Aber das Telefon klingelt ja auch nicht. Können wir jetzt da so lange vorstehen, bis es klingelt? Er sieht leer aus. Wie mein Herz. Und das, ne? Nein. Die Platzen sehen aus, als würde sich jemand um sie kümmern. Ja, ich kümmere mich um die Außenplatte. Ja, voll klingelt. Als würde sich jemand um sie kümmern. Auf wen? Auf wen? Bist du schon süß, ja? Hast du auch gerade schon geschickt? Oder hast du mir auch letztes Mal gezeigt? Ich mein' ja ne Freundin. Ja. Süß, oder? Wieso steckt der Glocke? Richtig die Tür zu? Und das sind wirklich schön die Glocke. Was? Ja, einfach vom Gesicht halten. Das ist nicht die Zeit zum Ausruhen. Dass man die komusen Viecher nicht sieht, wenn da irgendwas kommt. Wer kratzt eigentlich da oben an der Hand? Ich fühle mich anhänglich, wenn ich es ansehe. Als würde es mir versichern, dass mir etwas Schlimmes zustoßen wird. Ich denke, ich sollte ihn zum Laufen bringen. Ich denke, ich sollte ihn zum Laufen bringen. Ich kann die Tasten halt drücken, für Pfeile und Enter drücken zum Bestätigen. Ja. Und alles andere ist halt kaputt. Tritt da. Jetzt System starten und dann drüber. System starten. Dann würde ich mal sagen, starten wir das System. Punkt, Punkt, Punkt. Not wie 나오ischer legt, entsteht schwer. Arioca? Irgendwer das da war eigentlich passiert. Wir kommen auf dem interaktiven System! Morpheus64. Wie kann ich Ihnen helfen? Wer sind Sie? aber wo bin ich hier und wer ist hat er ja gerade gesagt, wer sitzt, also wer bin ich hier, ich konnte die Informationen nicht abrufen, Fehlercode 404, was kann ich für Sie tun, wer sind Sie, das hat er doch gerade gesagt, das interaktive Morpheus Computersystem, mein Name ist Max, Morpheus, autonom, wissen, system, das ergibt nicht Max, aber ok, meine Hauptaufgabe ist es zu helfen, was kann ich für Sie tun, ist hier jemand oder können Sie mir helfen, das hat er gerade gesagt, ist hier jemand, ich habe mehrere Optionen für mögliche Hilfe gefunden, lassen Sie mich diese analysieren, möchten Sie fortschauen, oh, jetzt beides weiter, die beste Lösung gefunden, bindet Jericho, der Weg nach Jericho, Rekopico, das ist wahrscheinlich so, wo muss er passen, ja, O, Rekopico, oder auch nicht, 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 Der Telefon hat nicht geklingelt. Ach der Typ, er hat so ein bisschen Psythose. Er war ja auch, er hat das in einen Fall gefunden, hat er ja auch. Das ist ja der Patient, den wir finden wollen. Das ist fantastisch, danke. Wir haben unseren Verstand verloren. Hat jemand meinen Verstand gesehen? Nö, ne? Warum ist er wieder da? Hey, jetzt haben wir meine Taschenlampe. Das Ganze wird direkt weniger gruselig. Brauchen wir doch auch kein Licht. Klar, macht die anderen Lichter auch am besten noch aus. Ist hier irgendwo ein Lichtschein da? Haben wir doch jetzt nicht gerechnet, dass die aufgeht. Eine weitere beunruhigende Zeichnung. Auch sehen bitte, was passiert. Das ist definitiv kein Ort zum entspannen. Also, wie wärs mit ein bisschen Klavier? Ja. Und vielleicht ist doch jemand unter dem. Das stimmt so wenigstens mit der schönen Melodie. Jetzt gehen alle Türen auf. Boah, ich dachte, das ist so erfolgreich. Ehrlich? Nein. Ich glaube, hier sollte ein Schubladen sein. Immer noch? Ey, also das Spiel kriegt es irgendwie nicht hin, gruselig zu sein. Ja, doch gerade war es gruselig, aber jetzt irgendwie... Hm. Der Gips zum Schreibtisch. Hey, eine Kassette! Irgendwas genoten. Es ist eine Bombe! Die Stadt überhaupt Telefon klingelt. Was passiert hier? Die Stadt! Die Stadt! Das ist eine Maschine! Aber es gibt so ein bisschen Linkster-Boomster-Vibes, wie heißt dieses eine Spielnummer, wo man da über im Kreis läuft. Die Wärme ist auch kaputt. Hallo? Ich glaube jemand ist mit mir hier. Ach, das ist auch schon aufgefallen. Diadoge einfach. Die gelastete Poolstraße. Oh, da geht's nicht. Da weiß ich auch nicht. Ist eben wieder. Warum denkt sich der Geist, okay, ich starte mal eine Stube. Weil es gruselig ist. Hallo? Hallo? Ja, aufgedehnt. Wollte ich nicht. Wie lange hat sich verändert? Da bin ich noch mehr einrotten kaputt, ja. Wo ist meine Toschen ab jetzt rausgegangen? Ich bin nicht sicher, dass es... Was? Das ist eben noch nicht da, aber... Hm. Doppelte Verneinung. Ist also nicht mehr unruhigend. Kann nicht funktionieren. Wie kann unser Plan jetzt? Aber hier hin und her laufen? Und diese Lampe hier. Geheimat-Tunnel. 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 Hello? Hello? Ist das noch unruhigend? Eine weitere beunruhigende Zeichnung. Geheimat-Tunnel. Geheimat-Tunnel. Ehe? Geheimat-Tunnel. Ehh? Ehh? Der erste Kuh-Tunnel? Ehh? Was zum Teufel war das? Ist doch ich normal. Was sagt er? Ich kann mir das alles nicht logisch erklären. Ich habe nämlich furchtbar. Ich muss hier verschwinden. Ach Neiiin. Ehh, ich... Bis jetzt darf ich doch alles mal normal? Tschüss Ich bin okay. Ich bin nur ein bisschen gestresst. Es ist alles im Auto und nur ein bisschen gestresst. Ganz gewöhnlicher Alltag. Will einer von euch machen? Oh nein, was muss ich. Du musst nur 15 für Tasten drücken. Du musst auch die Maus steuern. Überall Kekse können wir auf der Tastatur versprechen. Du brauchst nicht so nah dran. Du musst nur die Maus bedienen. Rechts klickt dann links. Welchen denn? Irgendwie lächelt es mich der Pinte an. Das ist Bubblegum. Das andere ist Kokos. Blaubeere, glaube ich. Und das andere ist Aprikose-Erdbeere. Schmeckt so ein bisschen wie das Kalkul, das Orangene. Nur noch ein bisschen so. Ja, mehr ein bisschen saurer. Ja, noch lieber das Kalkul. Ja, noch lieber das Kalkul. Ja. Also Kaugummi. Ja. Ich hab ne Kudel. Oh, ich bin so viel entschannert. Ich bin schon wieder da beim Kalkul. Jetzt gehen die... Das Oberste geht auf. Was ist da denn drin? Ja, das Oberste geht auf. Aber die andere hat nicht drin. War der Geburt 5? Ja, klar. Nein. Nö. Interessant. goinge. Ja. Das ist das Problem. Verständlich mal mega. Mächtet auch total nach oben egal. Ja, das hat was. Dann mach mal den Computer an. Das ist ja selber Computer. Und zurück zum interaktiven System Morpheus. Das ist dein Name, du hast mir diese Informationen gegeben. Du hast das Rechtstext schon gedrückt lassen. Ja, aber ich finde, dass man viel mit der Maus lenken muss. Du brauchst Rechtsklicke ja nicht loslassen. Ich konnte eine zusätzliche Form der Hilfe finden. Willst du weiterhören oder weitermachen? Ich habe die Anwesenheit eines anderen Nutzers festgestellt. Und ich kann sie verbinden. Nee, verbinden oder eine... Dazu fragst du noch einmal nach dem Nutzer. Ich wollte nach oben. Oh nein. Oh, das ist auf der Rechtsklicke einfach gedrückt. Hat gut gemacht. Der Tat. Ich glaube, du musst zum Aufzug. Warum ist es denn jetzt umzug? Da ist jemand drin. Da ist jemand im Schrank. Dann gehe ich da nicht hin. Dann bleibe ich hier. Ich glaube, du musst da hin. Sag dem Hallo. Das ist gar nichts, ey. Ja, das ist ja das Doofe. Ich bin auf mir weniger. Ich bin auf der Brunnen dabei. Niko ist nicht alles dunkel, sondern auch noch verschwommen. Richtig. Und die Fernbedienung. Das sind zwei Aspekte, die immer nicht so gut sind. In dem Spiel kann man auch noch das Gamma hochstellen, ne? Wahrscheinlich. Sonst wäre das vielleicht eine Option. Hahaha. Also auf 1,4. Wir sehen was. Don't stop leaving. Jetzt brauchen wir auch keine Tasche noch mehr. Mach die Tür auf. Wohin? Ja. Open Salami. Warum stank? Nein. Ey, die bewegt sich. Nein. Ach ja. Soll sie nicht? Die hat nicht sicher. Die wartet die ganze Zeit darauf, dich jetzt zu erschrecken. Und du siehst sie zwar dadurch, was es jetzt... Also... Also hoffentlich macht... Tut der Karte aber wenigstens so. Also müssen sie nicht sehen. Ich... Ich hab nicht vor, das offen zu machen, nein. Ich glaub, das geht auch nicht auf. Schon. Ja, mach mal. In der Zeuge. Mach, wenn die sich gerade umdreht. Das wird bestimmt helfen. Alles muss man hier selber machen. Oh, nein. Mein Herz ist stehen geblieben. Was ist das denn? Okay, aber das ist hier sowieso bei. Ich hab nicht mehr rausgekommen. Ich hab nicht mehr rausgekommen. Ich hab keine Tauben bei mir. Ne, bist du da? Jetzt auf einmal. Jetzt sind sie. Nicht jetzt hören sie mir zu. Du musst von hier verschwinden. Kennen sie mich? Nicht jetzt. Erst später. und was soll ich davon nehmen ich kann es nicht lesen was das andere ist das alles weiß wir sind sie ja das haben wir noch gerade kennen sie mich natürlich wir sind uns schon mal begegnet wir sind uns schon mal begegnet wir haben keine zeit so was sie mir mehr ja oder was ist jericho was soll ich davon nehmen du willst du bist jetzt am spiel wir sind bereits vor den toren bitte gehen sie nicht hinein bitte also jericho ist sterben ah ok hast du das jericho? ja weil es ja übel ist erzählen nicht mehr ich glaube du bist durch ich glaube du bist durch Zugball hier gelandet es muss ein fehler gewesen sein was? erinnern sie sich äh was? erinnern sie sich wie sie hergekommen sind? ja oder nein haben wir das denn? glaub nicht und drauf an wo hier ist ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung wo die hier sind ich flehe dich an du musst dich an etwas erinnern menschen landen nicht ohne grund hier drin ich bin hier aufgewacht in meinem auto oder? was anderes kann ich nicht lesen oder ich bin hier aufgewacht in meinem auto wow gut hattest du einen autounfall? das würde eine menge erklären worin soll ich gehen? oder was kann ich tun? was kann ich jetzt? eine Antwort wird ihnen nicht gefallen aber sie müssen weiter gehen sie müssen auf die unterste Ebene auf den unteren Ebenen bleiben was? das hört sich von widerschaft also sie müssen auf die unteren Ebenen bleiben sie nur nicht stecken bitte ach hast du den zweiten Teil gesehen? ja den letzten vorgang hat aber der war irgendwie komplett nicht sehr typisch und so ja nur wie jedes alles wovon es den zweiten Teil gibt aber selbst die erste war schon verrückt bis ich gecheckt habe das lassen einfach das 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 hat den auf jeden fall lassen wow der schacht bezieht sich einfach nur darauf dass auf die gesellschaft auf die gesellschaft in den schrank lass doch schön aufräumen aber der nummer wie zwischen wohne die wo der Es ist blau. Ja, du musst den Dings betätigen. Nein. Warum flackert das Licht? Das ist schon die ganze Zeit. Notstrom erregert. Hey, es sieht immerhin nicht so aus wie vorher. Das Demo nach ich zu näher komme. Open Salami. Ey, die Stühle stehen noch mal. Oh, da steht was an der Wand. Das klingt hier sehr eklig. Ja, guck doch mal was da ist. Ihhh, was ist das denn? Ein Omelette. Mit Schokokeksen. Natürlich. Da bewegt dich was. Da bewegt mich was. Ne, da drin. Das ist das Omelette. liegt nicht so sein... Da ist eine Puppe gut. Der Frieder ist nicht so schön. Die Dumpen versteht sich durch. wie das zu sterben. Ein starkes Blatt in seinem Herz. Jetzt sind seine Gäste alle entfernt. Da sind Gehirne im Kübel, Frank. Ganz normal. Ja, ich hab auch eins. Willst du mal sehen? Richtig erstmal holen. Großes Gehirn. Jetzt wieder eine Zeichnung. Du musst näher ran. Das ist wieder beunruhigend. Nein, nächstes Mal sagt er gar nichts mehr dazu. Gar nichts? Also okay, das ist schon normal. Ja, mittlerweile. Das Alltag. Warum sind irgendwo Polens? Das ist aber... Du musst weiter nach oben. Warte. Was ist das? Dead men. Dead men lie among the rubbish. How many dead men are here to be punished? So many women and children among. And here is our Michael. So promising, so young. Some of them dead. Some are now dying. Others lie in the corner. Silently crying. Despite his young age. People said he was mad. Some... Mercery? Some... Mercury to drugs he wanted to add. Now dead himself too. A with syringe. In his hand. Why all of this happened. None will understand. A with syringe? With a syringe, eher. Kassette. Very well. We can move forward. We can move forward. Telephone. 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 Was ist denn? Telephone. Auf dem Radio. Telephone. 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 Da steht nur ne Couch im Raum. Da steht... Die auch noch mitten auf die Wand zeigt. So richtig Unbefrieden. Schau mal vor, du sitzt auf so ne Couch und dann geht die Tür hinter dir auf, ey. Das hat keinen Fan-Crew in dieser Raum. Es stimmt, es ist da jetzt schon. Hallo! Okay. Es ist irgendwie normal. Hi! Warum gehst du nicht weiter in den Raum rein? Es wird irgendwas Besonderes sein, wenn sie dich schon wegschweuchen wollen. Dead man, dead man surging ... swinging on a tree. How many dead men can you see? Jason is swinging right there in life pushed and shoved. Not a good husband he was. But his daughter he loved. His wife saw it all. Drowned her grief in a glass. The kid's fate was like dad's. Her corpse lies on grass. Then wife was third. Jumped from the fourth floor. She is lonely no more. Now the family is whole. Nice. Ja ne. Ganz schön weise. Das Bett wurde grad rüber geschmissen. Hast du es nicht gesehen? Als wir reingegangen sind. Nö. Wir kamen das Bett so gut rum. Kommen immer näher. Ich glaube, irgendwie das Gefühl, in diesem Spiel gibt es kein Monster. Eine blutige Tür! Irgendwie sieht das sehr appetitlich aus. Open the door! Hallo! Was ist denn da hinten? Das ist doch ein Billardreieck. Wir müssen einen Exorzismus ausführen. Der Mannequin, der geht an die Decke. Guck mal da rüber. Rechts. Okay, er bewegt sich nicht weiter. Höhlt nur ein bisschen. Und die hängen da. Ja, der wurde gerade nach oben gezogen. Er verpasst ja alles. Er ist nackt. Und da hängt auch noch einer. Ja, wir haben doch gerade das Gedicht vorgelesen. Hi. Okay. David lies here. Muss angucken. Ich glaube, hier fehlt etwas, aber ich habe nichts, was passt. Nico, hast du David versteckt? Ja. Wer liegt da? Michael und Jason. Kannst du was von den Puppen mitnehmen? Ein Arsch. Ich will den Arsch. Das hatte ich vielleicht erwartet. Was ist ein Wort. Das ist traurig. Schön, dass es traurig ist. Was liegt denn auf dem Tisch? Ein Hase. Ich glaube, ich könnte das hier gebrauchen. Ja, das denke ich mir auch immer. Wenn ich bei meinen Freunden bin und irgendwie sowas auf dem Tisch liegt. Das kann ich mal gebrauchen. Ja, nehme ich einfach mal mit. Ja, guck mal, ob du das irgendwo reinlegen kannst. Können wir das mitnehmen? Nee. Das ist wieder dieses komische Ding. Jason. Das ist Jason. Du hast ein Spielzeug. Schädel? Das ist doch kein Schädel. Das ist ein Häschen. Kannst du es wieder wegnehmen. Okay. Muss wahrscheinlich irgendwo anders hin. Find erstmal alles und dann können wir gucken, was dazu gehört. Ihr brennt auch gleich ein. Nee. Dieses Spiel ist halt auch sehr spannend. Ja, finde ich auch. Danach gehen wir zur Amnesia über. Bis dahin sind wir schon eingepennt. Ja, dann mach ich so was. Powernap. Powernap. Halt machen. Da musst du lang. Hör. Ihr müsst euch ja vorstellen, ich war ja gestern bis 8 Uhr noch schlafen. Und um halb neun bin ich auch eingeschlafen, glaube ich. Gleich hat selber Schuld. Hier sind ja noch mehr. Hier sind ja noch mehr von den Dingern. Sind aber die gleichen. Wunderschön. Bah. Also ich würde sagen, der Hase kommt zu Michael. Hör sich manche davon an wie die Gitarre. Weiß nicht. Ah, da ist noch ein Häschen. Oh. Ja, der Hase kommt dann aber zu... Wie doch, no. Der müsste zur Tochter kommen. Aber ich weiß nicht. Tochter, Frau und Mann. Aber da sind ja zwei Männernamen. Ich sammle jetzt Häschen. Ich sammel jetzt Häschen. Der 3 an der Zahl. Ja, mir fehlt noch ein Häschen. Das ist das letzte Häschen. Und du bist an der Tür vorbeigelaufen. Mir egal. Ich wollte das Häschen. Auf den Salern. Haben die hier eine Orgie gefeiert? Ja. Null. Ekel. Ja, klickst du doch mal an. Was sagt der denn dazu? Sexy. Was ist denn hier passiert? Das freut sich jeder. Warte mal, das ist eine kleine Kurve. Was ist denn mit Carsten los? Ich weiß, es ist eine Schaufensterkurve, aber die sieht so echt aus. Ich weiß nicht. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung. Wer ist das jetzt? Was denn? Ja, du kannst die überall, überall rein tun. Das bringt ja nichts. Die müssen sich schon richtig zuordnen. Spielzeugschädel, ey. Das ist gar ein Spielzeugschädel. Das ist ein Häschen. Das fehlt deiner Luft. Das ist eine Hand. Hallo. Hallo. Na ja. Du musst schon einen Hasen da irgendwo hinsetzen. Wo soll ich den denn hin tun bei... Eiken ist der Vater. Das wird das Erste sein. Bei den anderen beiden bin ich... Ja, dann... Bei den anderen beiden bin ich mir nicht sicher, weil das eine sollte die Frau, das andere die Tochter sein, aber irgendwie sind beide... Sind alle drei männlich. Hm. I don't know. Ich glaub Michael ist aber der Erste. Soll ich da ein Häschen hin tun? Nein. Wir sind ja nicht im ersten Raum. Ja, weil... Da musst du auch eins hin tun. Ja, aber wo? Ja, bei den anderen beiden. Ich weiß es nicht. Nicht bei Michael. Das war alles, was ich gesagt hab. Das ist immer noch kein Spielzeug, Taylor. Kannst du es denn jetzt... Kannst du in die anderen da auch eins rein tun? Wahrscheinlich nicht. Oder echt? Geh mal davon aus, dass es pro Raum ist. Doch. Ja auch. Okay, dann tue es mal zum dritten. Vielleicht ist es auch egal. Ich lass uns jetzt einfach... Was? Achso, das ist die Lampe. Sagt komisch aus. Dann lass es erstmal da drin. I don't know. Frank! Hoffen wir, dass sie nicht bald umziehen. Das... Es ergibt nicht mal Sinn, was er sagt. Jetzt dreht er komplett durch. Da sind die Häschen. Ich geh jetzt zurück zum Aufzug. Da ist es doch auch nicht. Der läuft so langsam. Und rückschifft? Der läuft so langsam. Und rückschifft, ne? Der läuft so langsam. Das ist doch ganz schön. Da sieht. in the 90s it's a new way I like to be that is not right, that would also be surprised. Mann! Geh mal da in den ersten Raum. So, was steht da? Ja, Gedicht. So, was steht da? David hadn't expected to die. Weiter unten. So? Like that. A cold blade in his heart. Now his guts are all apart. Okay, David had something with guts. Michael was, I believe, also pinned. That's here is... And here is our Michael, so promising, so young. Some of them are dead and are now dying. Children. Others lie in the corner silently and all. Okay, Michael is the last one. Good, done. Jason was the first one who was pinned. We will get back to the house. Then we will get the chickens. The chickens! The chickens! So, this is David. Ne, this is David. Now, I'm going to get back to the house. Now, I'm going to get back to the house. Wird ich da schon wieder vergessen. Michael... Wer wurde jetzt auch... Michael war da drüben. Wo ganz viele Leute waren. Hier, das ist Michael. So, das ist David. Dem wurden die Organe rausgerissen. Und hier ist Jason. Der hängt hier rum mit seiner Family und so. Ich glaube, ich habe unten etwas gehört. Okay. Ein wenig Kinderlache. Okay. Hallo. Geht immer wieder auf. Eine weitere beunruhigende Zeichnung. Aber keine Ahnung, wo dieses Geräusch herkommt. Aber naja. Oh. Oh. Nun, nein. Romo ist aus. Na super. Hi. Hi. Okay, jetzt geht es sehr weit nach unten. Aber wir sollen ja auch auf den unteren Ebenen bleiben. Die Hölle geht hier ab. Wir wollen Jericho. Okay, dann sollten wir eigentlich umdrehen, oder nicht? Dr. Theodora Hypniss. Ich habe aber keine Kassette hier rein. Was ist denn? Die liegt auf mir. Audio Kassette Nummer 3. Die liegt auf dem Kassette Nummer 3. Wie kann ich dir helfen? Wie schießen wir denn damit? Keine Ahnung. Sollen wir jetzt hier weiter gehen? Hier sind die Gedichte und hier sind sehr viele Schaufensterrucken. Na toll. Ich kann nicht abdrücken. Irgendwas blockiert. Hoffentlich blockiert es nicht, wenn ich gleich wirklich schießen muss. Was auch immer es war. Das ist weg. Habe ich jetzt getötet? Ich glaube nicht so. Was ist überhaupt dein Plan hier? Was ist das Klingeln des Telefons, das die Waffe aktiviert hat? Ich hoffe nicht. Wir brauchen die nämlich nochmal. Dass sich nichts verändert. Ich glaube es könnte noch mehr hier sein. Noch mehr Generatoren. Okay. Letztes Kling kommt wahrscheinlich gleich nochmal wieder. Jetzt noch ein Generator. Oder Sicherungskasten oder was auch immer. Das ist in jedem Raum, oder was? Das ist in jedem Raum, oder was? Wir haben Strom. Es wird Zeit, dass wir von hier verschwinden. Wir? Ich glaube du meinst damit nur dich? Bleh! 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 Erstmal ein Fake Bounty! Rico hat sich spannende Verfolgungsjagd verpasst. Dichtig! Dichtig! Wir haben das Monster erschossen. Mehrmals. Und was war das Monster? Ein Schatten. Schatten aus dem Unterschuss. Wir kommen zurück auf dem interaktiven System Morpheus 64. Ich hoffe, ich hatte gehofft, Sie wieder hier wiederzusehen, Nathan. Nee, vielleicht kann ich es wieder nicht lesen. Wir haben gehofft, mich wiederzusehen? Natürlich. Was? Natürlich helfe ich ihr gerne, Nathan. Schade, dass wir uns nicht mehr sehen können. Haben Sie Hilfe gefunden oder wie meinen Sie das? Nein, nicht. Ein anderer Benutzer wartet darauf, mich mit Ihnen zu verbinden. Hey, da haben wir keine Verhalten. Ich bin hier. Schön, dass du es geschafft hast. Ich fürchte, ich weiß, warum du hier bist. In Pals weiß ich, wie ich dich da rausholen kann. Dann sagen Sie zu mir. Ich weiß schon genug, der Aufzug wird dich nach draußen bringen. Seien Sie vorsichtig, Sie könnten dort auf Schwierigkeiten stoßen. Geht es weiter? Wenn Sie draußen sind, müssen Sie den Hörer abnehmen. Egal was passiert, Sie müssen es abnehmen. Nur so kann ich Ihnen helfen. Wollen Sie mir helfen? Ja. Bringe dich hier raus. Sehr bald wird alles nur noch eine Vagerinnerung sein. Ist das alles? Der Nutzer hat den Chat verlassen. Okay, jetzt war es doch noch nichts. Viel Glück für dich, Nathan. Wir sehen uns bald wieder. Was ist das? Hier gibt jetzt... Wie man nur noch die eine Schublade auf. Ach, das ist vielleicht so. Also wo man die Nachwenden da auch machen muss. Nee, ich bleib da vorne. Vielleicht auch nicht. I don't know. Da machst du nichts. Sonst pennt mein Arm ein. Gebt ab. Ach nee, jetzt haben wir wieder die Pistole. Ja, dann kannst du gleich wieder schließen. Warum ist überhaupt da verschwommen? Was ist das Ding, was hier schon ist? Eine Pistole, oder? Eine Pistole, die sich aktiviert, wenn das Telefon dringelt. Hey, wir sind draußen. Was? Der Fremde hat nicht gelogen. Ich bin tatsächlich draußen. Er sagte, ich solle den Hörer abnehmen. Er würde auf mich warten. Ich hoffe, er kann mir alles erklären. Jesus! Telefon! Was? Ah! Obwohl wir alle erschießen. Wink, helft! Hier gehts gut. Telefon. Ich glaube sieht so aus als hätte ich sie alle getötet. Ich sollte wieder ans Telefon gehen. Ja, du hast ja alle umgebracht. Das ganze fährt so in allem Krankenhaus. Die Russen wenn sie in die ukrainische Pfanne schießen. Was zur Hölle. Ich bin meine Waffe wieder. Ich bin meine Waffe wieder. Wer ist das Telefon? Für fuck's sake. Jetzt. Wir verlieren ihn. Oh Gott. Was ist das Telefon? Alex turn off that fucking phone. Telefon. Jesus fucking Christ. Jesus fucking Christ. Imagine du stehst in der Hypnose und stirbst dann einfach weil ein Telefon klingelt. Geht. Hey. Boss of death. Walks for Larry. Position. Neglect. Signal interference caused by the common wall. Okay. Hey. Wir sind nicht mehr in der Videokanzette. Das scheint surreal. Es ist unmöglich. Und doch scheinen die Ärzte von besessen zu sein. Ich habe noch die Dokumente zu gehen durch. Oh ja. Wir die Dokumente gehen durch müssen. Wo unser Sparache. Der weise ist. Die Dokumente überprüfen. Welche Dokumente? Das hier. Wir haben vorher schon. Das war verrückt. Das hier. Amnese. Anamnese. Siebenzwanzigjähriger Mann mit Schlafproblemen. Schlafabneu. Wurde abgeschlossen. Die hohen besondere Papierwerte. Normal. Beitrag zu gehen. Wie das hier. Der Patient ist bereit, um der NET teilzunehmen. Du weißt ab. Okay. Sehr viel wieder zu lesen. Aber bis dahin, glaube ich schon. Der Aufnahme wird Alice Hill erwähnt. Die selbe Person, die dieser Papier unterschrieben hat. Was? Wie sollen wir jetzt danach suchen? Hallo. Ich frage doch jetzt alle Dokumente. Ich weiß nicht, was ihr von mir willst. Ist Frank? Da. Alice Hill wird erwähnt. Jetzt müssen wir dahin. Ah, okay. Bob ist hier wieder aufgeschlossen. Vor allem meine Abwesenheit hier. Ich? Dann spießt sich das einfach automatisch nach einer Zeit auf. Die Band sind jetzt hier. Alice Hill jetzt aber. Okay. Weißt du? Schon wieder? Ich muss etwas finden. Wer hat hier alles zugemacht? Alice Hill. Das muss es sein. Haha. Und Dinge aufgemacht. Alarm. Alarm. Aufgeben jeden Tag rein. Okay. Ich bin's aufgemacht. Ich bin's zuCOM. Ich bin's aufgemacht. Ich bin's hier an dem das ist, was ich tun kann. Ich bin's aufgemacht. Ich bin's aufgemacht. Bye-bye. Ich bin's aufgemacht. wieder einschalten. Es funktioniert. Es ist schön, dass es funktioniert. Ich würde es trotzdem gerne wieder einschalten. Oh, kein Alarm. Der hat das Video dann benutzt. Ein komplettes Level bitte nicht. Mami? Mami? Mutschi? Guten Morgen! Einzelbücher, die Jane empfohlen hat. Das ist ganz okay, denke ich. Also das Haus sieht irgendwie netter aus. Der hat einen seltsamen Traum. Ich erinnere mich nicht an viele. Aber er hatte mit Jason zu tun. War das einer von denen, die wieder gestorben sind? Ich glaube, er ist vielleicht schon weg. Zeit für das Frühstück. Das ist doch die ganze Familie gestorben. Erst Jason, dann die Tochter, dann sie. Dann machen wir erstmal Frühstück. Morgen! Morgen! Guten Morgen! Achso, mein kleiner Schelm. Ich habe mein kleiner Schleim gelesen. Hier ist mein kleiner Schleim. Frühstück. Brot schneiden. Ich glaube nicht. Was? Ich glaube nicht, dass es zu frisch ist. What? What are you talking about? Willst du denn einen Toast da versuchen runterzumachen? Nein, ich soll in den Kühlschrank gucken. Ein Klassiker für heute. Toast mit Spiegelei. Ich bin sicher, ich habe alles dafür da. Eier? Sie haben die Eier. Ich hab die Eier. Das ist... Der Herd ist aus. Ja. Ich drehe ihn an. Ich brauche Öl. Der Toast schon mal runter. Kriegen wir Öl her. Ist das da Öl? Das sieht doch Öl aus. Ich glaube, du brauchst doch Öl. Was ist das denn? Kannst du nicht lesen. Ist das Virgin? Extra Virgin? What the fuck? Und das ist trotzdem Öl. Warte lieber, bis das Öl heiß ist. Die Pfanne ist wahrscheinlich schon heiß. Ja. Eine Sekunden später. Es wird gleich fertig sein. Das letzte, was ich absichtlich verbrenne. Ich habe noch einige Aufgaben zu erledigen, bevor ich gehe. Was zeichnest du denn da mein kleiner Schleim? Hier ist mein kleiner Schleim. Ja, das ist schön. Die Eier sollten fertig sein. Ja. Jetzt lass ich sie anbrennen. Es ist dunkelkalt und es gibt keinen Grund für mich da runter zu gehen. Okay. Was haben wir denn hier so? Einen Fernseher mit einer Videokonsole. So, sind die Eier mittlerweile... What the fuck? Sind die Eier mittlerweile angebrannt? Den Herd ausmachen? Ja, kann ich. Ja, kann ich. So, fertig. Toast? Wir haben die Toast. Fertig. Ja, dann... Ein sauberer Teller. Wo würdest du dich verstecken? Ich würde mal sagen, im Schrank. So, Konservendosen. Gute Hölle. Ey. Was ist da fuhr? Lauf. Gute Hölle haben wir denn unsere Teller. Wir haben den Bedarfstrang. Ne, die sind... Ne, eigentlich nicht. Das sind keine Teller für Toast. Das hier aber schon. Teller. Toast. Sollte sie nicht mit den Händen nehmen. Warum denn nicht? Wer zur Hölle hat einen Küchenschrank abgeschlossen? What the fuck? Und ich wette, es ist nicht mal der mit den Messern. Vielleicht doch. Das ist gar nicht. Nimm doch den Pfannenwender! What the fuck? Wir haben die Frühstück. Wir haben die Frühstück. Wir haben die Frühstück. Irreschön. It looks delicious. Das sind Eier auf Toast. Natürlich sieht das lecker aus. Ich mache dir gleich Tee. Ich muss erst noch etwas holen. Was? Da geht's uns. Der Tee kann warten. Emily will malen. Dann malen wir. Okay. Ich will mich noch nicht hinsetzen. Ich brauche wahrscheinlich was zu malen. Haben wir das im Keller? Nein. Haben wir das hier? Wahrscheinlich auch nicht. Natürlich im Badezimmer. Oh, ich muss erst mal aufs Klo. Was für eine Erleichterung. Ist gerade nicht danach auf die Toilette zu gehen. Ach so. Ja, mir auch nicht. Aber wenn man muss, dann muss man, ne? Naja. Malsachen. Wo könnten wir Malsachen versteckt haben? Hier vielleicht. Leere Schränke. Wer zur Hölle hat leere Schränke zu Hause? Ich bin froh, wenn ich leere Schränke habe, wo ich etwas reintun kann. Sind aber alle leer. WTF? Was macht ihr mit euren ganzen Sachen? Verbrennen. Wie dieses? Was war das denn? Ich muss dafür sorgen, dass Emily in Sicherheit ist. In dem ich schwebe. Aber sie ist weg. Es ist überall Papier. Was ist das? Mein kleiner Schleim. Wo bist du? Drecks Nico ist ja schon wieder eingepinnt. Ich bin noch nicht mehr wieder. Ich bin froh, Alice. Ich wollte mich ändern. Um Hilfe zu bekommen. Um Hilfe zu bekommen. Ich wollte euch beide lieben. Ich wollte mich finden. Ich wollte mich alles finden. Aber ich kann nicht. Niemand würde mich hören. Sie ist nur ein Kind. Ich wollte nicht denken, dass es ihr Fall war. Ich wollte nur sagen, dass es ihr Fall war. Ich habe die Eier. Also sie hieß, ich habe die Eier. Ich habe die Eier. Ja, gegebenenfalls nur davon gekoppelt werden könnte, als es hieß, ich habe die Frühstück. Es ist mir leid. Ich habe die Eier. Ich habe die Eier. Mami? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Ein kleiner Schleim. Oh! Wir haben den Keller. Wir haben einen Keller, den wir in die Tasche. Was ist passiert? Heulen doch mal halt. Ich bin schon wieder in den Fahrstuhl. Wow! Was zur Hölle geht hier denn ab? Was zur Hölle geht hier denn ab? Ich spiel mir jetzt in die Taschen ab. Ja, aber da spiel ich länger als zwei Stunden, oder? Also im Internet stand zweieinhalb Stunden. Wir haben jetzt gerade zwei Stunden. Das ist jetzt auch komisch, dass wir eine komplett neue Story haben hier. Also entweder wir sind sehr lahmarschig. Was ich nicht glaube. Oder keine Ahnung, die Zeit bestimmt nicht. Ein Phase! Das war gemein, das tut mir leid. Was? Kann das nicht bewegen. Wo sich hier so Würfel finden. Das ist aber falsch. E. Z. Das ist aber falsch. Das ist aber falsch. E. Z. Schleim. Vielleicht der Name von der Tochter. Schleim. Schleim hieß die nicht. Mein kleiner Schleim hat sie gehört. Mit richtigen Namen. Schleim. 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 Wo ist die Tochter? Wenn meine Tochter auch Frau Schleim. Oh Mann. Wenn dann die Klassenlisten vorgelesen werden. Frau Schleim bist du da? Ich. Genau da vorne müsste einfach Frau. Das Sohle geht hier schon wieder ab. Mami. Look at that white bunny. It's shining. Katz hat gezwinkert. Ja. Wir haben ein Spielzeugblock. Wo sollen die anderen zwei sein? Keine weiteren. Ja wobei hier aber ich glaube nicht hier. Wo bleibst du denn? Ja ich muss erstmal Wörter bilden. Kann ich ja auch noch ein Y machen? Guck für Penis. Ich liebe dich. I love you. Wie würdet ihr das Spiel bis jetzt begleiten? Das ist eindeutig eine 10 von 10. Eindeutig? Ja. 102? Ja. Was macht was? Dein Leben ist sinnlos. Ah ja. Siehst du Nico? Es spricht einfach nur die Wahrheit aus. Ja. Als ob hier kein Spielzeugblock ist. Wahrscheinlich in einem dieser Schubladen hier. Tadaa. Wustig. Das schwebt irgendwie einer in der Regelung? Erstmal ein bisschen Musik anmachen. Da schwebt gar nichts. Doch hier schwebt viel aber... kein... Block. Nein. Ein Bild. Ey was ist das? Weit ich nicht. Gibt ja hier ein Stück. Hier ist uns keine Spielzeugbrücke. Pflanzen aber... Hilfen uns auch nicht viel weiter. Mhm. Ich muss mir wirklich den Kippen machen. Und kurz den... Aufhören. Ich bin ja nicht. Ich muss aber in die Küche gehen. Meine Mutter hat da extra für dich einen Aschenbecher hingestellt. Ja. Ist ja auch gut. Machst du einfach Fenster auch unten gut? Ja. Ja. Da ist ein Spielzeugblock. B. Wo ist der letzte? Den hab ich gefressen. Den hab ich gefressen. Sofort aufs Klo. Spuck ihn aus. Nee. Auch aufs Klo mit dir. Wo ist der letzte? Wie macht die Katze? Hühaut. 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 Kannst du das unter den Hasen, die Sone, Anarztmann? Das wäre ja viel zu einfach. Ist ja so einfach. Eine Frage ist nur... Das kann man nicht bewegen. Gut, dann muss man das hier oben bilden. E Emily? Was sei denn? Okay, das ist nicht fair Emily! Mach ein Foto! Ich stand im Weg Schenk mir ein Foto von dir Emily! Ich bin schon wieder anfälle Es ist noch nicht an der Zeit Es klingt irgendwie so als würden sie dem Tod entgegen gehen Die blinken auch Aber gruselig sehen die nicht aus Wie ist das? Wie ist das? Ich liebe dich Warum bist du mich verlassen? Warum bist du mich verlassen? Warum bist du uns nicht liebenden? Warum bist du uns verlassen? Ich kann mich nicht erinnern, das Bett so aufgestellt zu haben. Ich mich auch nicht. Digga, im Falle eines Falles kriegt irgendwo wirklich alles. Jetzt fällt es auch runter. Ende. Ja. Es meld dem Mond mehr. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Ende. Was im Strang? Und die eine Seite geht auf. Wird ich hier wieder Sachen dran kleben? Oh, was? Jetzt mal hab ich auch keine Vorlage. Kann ich einfach irgendwas nehmen? Zum Beispiel hier so diesen Schwarm? Ab wenn es MRT mit hielt. Ich musste auch MRT machen, wo ich georganisiert habe. Ja, was hattest du gesagt? 20 Minuten. 20 Minuten. Lass mich jetzt auch noch. Ey, lass du dich ernst. Dein Auge. Ein bisschen im Augenland. Hättest du diesen Schwarm nehmen? Lass mal, lass mich gerade sein. Warum hast du mich verlassen? Die Badewanne spricht zu mir. Weil du an der Decke klebst. Digga. Und du nicht mal was noch halten kannst. Hier kann man nichts anfangen. Ja, warum ist es gut? Was suche ich denn jetzt? Ich liebe dich. Danke, Spiegel. Ich liebe dich auch. Nein, du liebst dich selber. Ja, Spiegel. Ja. Die Spiegel nutzt es immer am besten aus. Immer wenn ich in dich hineingucke. Oh, weiter. Ich hab noch keine Ahnung, wonach ich jetzt suche. Bei den Blöcken war es ja relativ süge. Hallo? Emily spielt gerne. Ich muss mit Emily spielen. Welche Tür ist gerade zugegangen? Weil die hinter mir ist noch offen. Hallo? Hallo? Ja, drüben sie den Schein. Hallo? Ist da jemand? Ich hab ein Foto gemacht. Ach, ist illegal! Keine Fotos ohne Erlaubnis bitte, ja? Polaroids sind sogar echt illegal, ne? Digitalbilder gehen sogar in einigen Situationen, aber so recht richtige Polaroid-Bilder sind einfach immer noch in Deutschland illegal. Das ist immer gut. Und das war ohne Erlaubnis. Und in Ordnung gibt es einfach nur so ein altes Gesetz. Was passiert hier? Das ist ein Fotograf am Start. Sofort als Fahrzeug anhalten. Lassen Sie sofort den gesicherten Bereich. Jetzt wird hier Gas reingesetzt. Do you remember? I remember, don't worry. Ja gut, fahren wir halt weiter. Jetzt aber schnell. Oder auch nicht. What do I remember? Wie konntest du uns verlassen? Mit mir Live-Fernseher. Du verdienst du euch nicht. Ich fühle mich Live-Videospiele. Das war's. 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 Das ist die Frage. Der Foto? Please. Has mich nicht. Kann ich hier auch was anderes schreiben? Kann ich das noch bewegen? Nein. Hello? Hallo, jemand da? Darf ich jetzt? Ist es jetzt an der Zeit? Nein, immer noch nicht, natürlich nicht. Ist es nie an der Zeit. Es gibt keine richtige Zeit. Hallo? Da ist auch was geschnitten. Kann ich mich schlafen legen? Das war gemein. Was? Kennst du? Du hast Emily verlassen, du Mistkerl. Was? Dafür sind wir eine Frau. Gerade waren wir noch Emilys Mutter vor uns und jetzt noch einmal ein Mann. Du bist doch eine Mistkerlinie. Ja, doch schon, Mistkerl. Ich leg mich jetzt hier in der Nische. Was ist mein Plan? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, das ist unser Nächster Dach. Ja, nur wer sonst wo ein Dach ist. Das ist gut. Was ist das hier? Ah. Sie haben die Zeichnung. Ja, endlich. Aber eigentlich bleibt es nicht so für öffentlich. Do you remember? Sie auch noch was? Der Fernseher ist weg. Man hat so'n Fernseher geklaut. Oh, oh, oh. Noch ne Zeichnung. Fernseher. Also. Die haben die Zeichnung. Die haben die Zeichnung. Was ist denn? Oh, ist diese Nische da? Wenn da nicht mal ne Zeichnung drin ist. Was ist... Warum bist du noch da? Hab die Zeichnung. Do you remember? Aha. Ein schwarzes Loch. Ich erinnere mich an etwas. An was? Open Salami. Wir haben gemalt. Dann hab ich irgendwas in der Mikrowelle vergessen. Die ist dann explodiert. Dann ist ein schwarzes Loch entstanden. Und außerdem ein schwarzes Loch. Und daraus kam dann Strom für die Welt. Oder so. Ein Gewitter auch. Was? Die Malerei war ihre Welt. Die Kunst immer in ihrem Kopf. Und damit unser Mädchen keine Angst hat, lud die Freundin zum Spielen ein. Ich weiß nicht, wie man das daraus nimmt. Ich meine, okay, Spielkonsole mit Fernseher. Dann war ein lautes Poltern zu hören und alles wurde leer. Guck ein Gewitter auf und ein furchterregender Donner brönte. Okay, fangen wir damit an. Und das. 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 Ich. Brauch nicht. Und das. Und das. Das. Und das. Das. Und das. und das. Das. Ich. Du stehst hinter mir! Du bist sie! Dedeedeedeedeedeede! Ich hab selber keinen Schatten drauf. Vielleicht bist du auch der Geist. Oh Gott, du erschlägst dich die ganze Zeit. Toll, du erinnerst dich an ein Kind. Ich glaube, sowas soll schon mal nicht zum Besten vergessen. Ja, an so'n großes Traummel kann ich mich leider nicht erinnern. Ich glaub, das wüsste ich. Ja. Dann, der Sonne hat gesagt, der Sturm wurde zu kalt. Und dann sah er mich. Es war deine Schuld. Und es war meine Schuld. Du bist das Auge des Sturms. Das ergibt auch Sinn. Endlich. Ein riesen Auge. Ich hab alles entschlüsselt. Darum hast du mich verlassen. Es tut mir leid, Badewanne. Warum liebst du mich nicht? Irgendwann hab ich die Haut gesprungen. Du musst, du musst mal was dabei rausstellen. Wo ist das? 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 Meine Tasche noch ist kaputt. Ich sehe nichts mehr. Wo bin ich? Jetzt ist alles still. Wo ist das? Mami. 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 Weil Mami ja auch so ein undeutsches Wort ist. Mami. 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 was wir hatten jetzt was man verstecken gesucht wenn man war glaube ich hier jetzt nicht jetzt nicht jetzt macht den top zu dann gehen wir aufs klo ist gerade nicht danach auf die tonelette zu gehen warum denn nicht 10 11 zählt bis 12 21 22 wer zählt bis 22 beim verstecken was ich bin mir ziemlich sicher dass ich weiß wo sie hingegangen ist ich bin mir ziemlich sicher dass dieser kleine trickbetrüger einen weg finden wird mich trotzdem zu überraschen trickbetrüger war das nicht eine mädel? das ist unsere tochter aber warum der kleine trickbetrüger? ist die kleine trickbetrügerin? nein spielfeld nicht habe ich dich? oder nicht? habe ich auch sie unten gehört? jetzt ist sie ins badezimmer rein hier drin wusste ich doch hier drin wusste ich können wir da bleiben? hier im kühlschrank hier im kühlschrank in den ofen die ist oben was für ein scherzkeks wie ist sie an dir vorbeigekommen? mach einfach alles auf letztlich ist sie auch im keller es ist dunkel und kalt und es gibt keinen Grund herunter zu gehen sie hat mich eingeschlossen bei Pissnäcker ey hier steht ja nicht mal ein computer drin ja das kann man auf schwenken die man in die seite reinfindet oder sie hat mich eingeschlossen bei Pissnäcker ey das kann man direkt spieler auf Alter gleich riss er auf den Arsch lass mich los jesus oh den leitet sich Pissnäcker genau das noch mal war ey also mutierst du einfach zum körper ich geh in den Schwank rein ganz schnell entschuldig du kannst du du kannst du ich würde da nicht steigen ich bin du kannst du du kannst du ähm der wird auf sein Waisers krank hehe Emily jetzt ist die du bist so ne Fleischwunde das Ding mal hin jetzt wo steht da think again me think me again Are you fucking stupid Alice That is not mom. It really was think again about me, reddit. Ah, you fucking stupid. Was geht hier denn ab? Da gibt's Ende, oder? Kann ich jetzt zur Arbeit gehen, bitte? Natürlich, wieder in den Keller. Das Spiel hat auch kein Ende, ne? Die ist chill. Das Spiel hat auch kein Ende. Klar, das zieht sich wie Kubi, ne? Ja, sie passiert aber auch einfach nichts. Ja, das ist dann einfach so ein typischer Story-Teilspiel, was jemanden interessiert. Wenn die Monster ein bisschen gruseliger wären, oder mehr Monster generell da wären. Gegen Story-Games hab ich ja nix, aber... Ja, aber ich meine, ich auch nix gegen Story-Games, aber was ist das für eine Funktion von Story-Games? Die Sache jetzt, hier passiert halt einfach nichts. Es ist auch viel zu wenig Story. Also da geht's halt einfach, da muss man sich auch jeden Scheiß durchlesen. Wenn man einmal nicht aufpasst, weiß, würde ich mir was abgeben. Und du weißt ja sowieso die ganze Zeit nicht was abgeben. Was soll das denn heißen? Oh, was? Du bist doch da. Ja, du musst das heißen mit einer Reden, oder? Warte mal. Ich muss es auch so ein Stück schlecht machen. Was soll das denn heißen? Alle... Alle Fleischklötze, die miteinander reden, ne? Ja, das ist doch wirklich so. Ein komplizierter Fleischklötze, aber Fleischklötze. Ich glaube, wir sind mehr als Fleisch. Es sind auch noch Knochen und Haut und irgendwie einfach wieder nach Kupfer. Ey, ich kenne eine Lösung gegen das Spiel ganz schnell durch Spitz. Du musst danach wieder... Der kann nichts sehen, der muss einen Augenbrauen haben. Der kann nichts sehen, der muss einen Augenbrauen haben. Du hast dein Kaninchen hier gelassen. Also was Kaninchen finde ich niedlich. Ja, wir können es aber nicht mitnehmen. Das ist alles abgeschlossen. Was kann man denn in so einem Raum hier machen? Hier ist doch nichts. Ein Löffel. Du musst das... Was soll ich denn jetzt mit dem Löffel machen? Du musst das enden. Okay. Ich weiß nicht. Ja, ist gut. Ich habe den Text häufig genug gehört. Oh, ich bin Salami. Das Ding ist, ihr habt wahrscheinlich schon so weit gespielt, ihr denkt euch jetzt so... Jetzt kann man auch nichts zu einem spielen. Was? Sieht so aus als hätte jemand schon seine Augen bekommen. Keine Sorge, ich finde schon welche. Oh, schade. Der hat keine Auge. Die, die eine Leiche, die wir im Haus haben, hat schon keine Augen mehr. Ah, aber keine Sorge, hier ist noch eine zweite Leiche. Die Augen? Gute Augen müssen das sein. Erstmal gucken, beobachtet mich auch keiner? Jetzt ist keiner noch nicht schon. Kommen wir jetzt mit dem Löffel an. Du hast Human Eyes aufgelesen. Danke dafür. Was ist ekelhaft? Human Eyes, dafür gibt es keine Deutschübersetzung. Hier bitteschön, Hase. Na ja, jetzt sind wir so. Man kann nur sehen. Wie kommt es in deine Augen? Meine. Guckt aber, wie rot sind sie. Finde ich den Harten nicht mal so anzuprechend. Guck mal, einfach voll gut einblicken. Ja jetzt. Das hat kein Zähn auf mir. Nein. Die Terrence wird auch da. Guck mal, sie ist da keine Karotten. Wo soll ich denn jetzt Zähne herbekommen? Die andere Schublade jetzt offen? Ja. Ja. Da muss sie noch schon rein. Schöne die Kneifzange, endlich. Und nicht hier drin? Okay. Ne, mit der Kneifzange muss ich das denn hier öffnen. Jetzt aber den, oder? Oh ja. Quicktime Event. Hull das richtig raus aus ihm. Du hast Humantief ausgelesen. Guckst du gerne mal den Zimmer hochschneiden? Hast Humantief geworfen? Danke. Danke. Danke dir bleiben. Danke dir. Nee brauche ich nicht unbedingt. Er kann ruhig hier sitzen bleiben. Was zur Hölle ist das? Okay. Hütte sich schon fast an wie ein Kriegstrauma. Platz, du hast dein Klinchen hier gelassen. Zu schade. Es ist noch nicht an der Zeit. Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Ich kann nicht mehr weiterlaufen. Irgendwie ich mich besaufen. Das Tattoo, please. Please! Ich verstehe die ganze Zeit offen. Ja. Es ist Lila. D-I-C-I-U-S E-D-I-C-I-U-S E-D-I-C-I-U-S Klingt wie so ein Harry Potter-Fell. E-D-I-C-I-U-S What happened to me? Lose gun... drugs Eindeutig drugs Ich glaube er ist einfach Pi auch 1000 Mikrogramm LFC Ja what happened to me? Eindeutig drugs Du bist ein Feigling E 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 Jason arbeitet schon lange an diesem Gerät An diesem Gerät vor allem Es ist ein Spielzimmer Es soll ein Spielzimmer werden, aber die Renovierung hat ein wenig mit Spaß zu tun Ok Was war das? Hat hier mal einfach die Tür eingerissen? Jason ist dead Das hat auch wenig mit Spaß zu tun Würde ich einfach mal behaupten E 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 Ich geh mal eben fragen, was... Aber was soll ich denn essen? Also was sollen wir denn essen machen? Wir machen danach hier... Bewertung. Das, ja. Bea Reynard ist eigentlich ganz gut. Da bin ich eigentlich nicht so ein Fan von. Kann ich mir aber sonst auch. Oh, irgendeine Pizzeria. Kannste ja mal gucken. Pizzeria? 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 Ist da, du, ne? Oh, ich weiß nicht, es sah verklatscht aus. Ich fühle mich aus, ja. Was sind wir da? Vom Liegen. Vom Abtrieb wahrscheinlich. Suki Sushi. Warum dann Pizzeria Reynard? Sind die gute Leute? Reynard habe ich noch nicht so oft bestellt. Guck mal, die haben sogar Burger, Schätzchen. Rechte Pizza oder Burger? Boah. Die haben auch Burger? Ja. Da hat sie doch auch gekauft. Quinoa. Pizza, Brötchen. Pesto. Ne, passt. Moodle auf. Döner. Döner haben die auch. Möchtest du einen Lamma-Jum? Döner? Ne. Pizza? Ja. Pizza? ich kann halt nichts erkennen es nützt dir auch nichts, wenn ich dir meine Brille gebe ne, du bist kurzsichtig ne, kurzsichtig aber das ist ja je nachdem, was du für sichtstärker hast ich habe glaube ich minus 1,5 oder so ich weiß meine 6,5 oder so Hähnchenwurst Hizzeriere und das Trieste, ich erkenne nichts Trieste, mit vorm Fleisch, Vorderschinken und frischen Champignons ne was möchtest du denn oder willst du einfach gucken ich guck gerade, sonst würde ich einfach eine normale Thunfisch nennen mit Zwiebeln das ist gleiche wie du warum, letztes Mal hatte ich Nudeln, vielleicht nehme ich jetzt auch wieder Nudeln du nimmst eine Pizza mit Thunfisch und Zwiebeln ne, letztes Mal hatte ich Nudeln ja, letztes Mal, du nimmst jetzt eine Pizza mit Thunfisch und Zwiebeln, weiß ich doch Rudelfisch, Paprika und Schafskäse ja das hört sich irgendwie krass an vielleicht nehme ich auch Nudel auflaufen oder Pizza Brötchen ich esse mich einfach mit Thunfisch Boah, Salami Paprika Mix und Barbecue Soße oh mein Monster ist leer was soll ich jetzt machen? das deprimiert mich den Cola oder Eis kann man bei der hier einfach auch Barbecue mit drauf machen? das stimmt kannst du bitte was scroll mal runter mit Chiramisu Digga was? ah, als Dessert als Dessert das ist ja einfach auch die Pizza drauf ey Junge was? Tiramisu Barbecue da müsste ich ganz oben sein weil die da Barbecue Soße Barbecue Soße Burger Soße Bolognese Burger Soße das hier? ja Boah, die sind teuer, ne? echt scheiße teuer oh, das ist nur ne kleine, ne? 9,80 Euro ja, aber gut, die Großen sind die Großen sind ja sollen wir das trotzdem bestellen? ich weiß nicht ja, oder wir können auch ne andere Pizzeria wir können auch ne andere Pizzeria, ne? ja, sonst guck mal noch Teufolino vielleicht? ähm die sind aber auch nicht viel billiger, ne? ich weiß nicht, wie teuer die sind die sind ähnlich teuer die sind ähnlich teuer die einfach Pizzeria die haben dafür halt richtig vergleichen Pizze, Pizze italienische Pizze E-Pizze Spizzeria Spizzeria, so Grammar, die kenn ich noch nicht äh, ich guck gerade mal die hat auch ganz gute Bewertungen, ne? Nilo ist auch lecker aber welche nochmal? die Spizzeria, die hat auch gute Bewertungen 4,7, weil es 300 plus Nilo, geh mal rein, ne? wir haben 10% Verbat auf? auf die gesamte Bestellung einfach auch krass wenn man auf ja, 27 Euro schaffen wir locker ja nur Tonno einen fehlt hat mir Unsinn noch mehr was ist das für eine Pizza? Salami Deluxe das ist einfach nur Salami Rad du siehst nichts irgendwie was anderes da sieht man gar nichts außer Salami Hartkäse, Mozzarella und Gorgonzola aber Gorgonzola war doch der eklige, oder? ja, das ist dieser blau Schimmelkäse außerdem fehlt da eine Käsesorte ja, irgendwie schon Quattro Formaggi mit 3 Käse Pesto Hirtenkäse Rucola und Tomaten mhm das ist auch ganz lecker Hotdog Double Decke Hollondays Champigny Hotdog Hotdog aber die sind auch teuer, Alter ist das nicht ne kleine oder ist das ne normale hä? gute Frage das sind 28, waren bei den anderen nicht auch grad 28 cm? ne, 26 waren die für 10 Euro aber dann für 10 Euro noch was hatten wir für 30 cm oder nicht? ne, ne, das war 13 Euro 13,50 Euro für ne 32 und 28 war die für 10? ne, 26 war für 10? ja und was war dann die kleine? 22 und die war für neun Euro echt? ja, neun Euro keinige Scheiße ja, deswegen sag ich ja die andere war scheiße toll keinige Kacke deswegen das geht ja 28 für 10,90 Euro ist ja in Ordnung ja ist jetzt nicht das günstigste aber keine Ahnung Hähnchen, Brust, Bacon und Mais boah das hört sich auch krank an da kannst du mal gucken wie teuer das ist haben die auch Barbecue? ja, mach mal die Größen bitte wegen Preis gucken hast du hier? das sind seine ach so big 3,90 ich meine sehen anders aus die sind freundlicher aus ich sag mal 26 ist sehr klein bei der anderen ist auch ich mein die kleine die kleine wäre 28 gewesen nein gerade die ganz kleine war 22 und die mittlere 26 und die großen 32 und die großen 32 ich guck nochmal kurz was ist denn da tot? Pizzeria Rey ne? ja, mittel war 26 ja 26, sorry ja was? und das ist halt heavy das ist echt teuer ja ich ach so ja dann kommen dann rein die die sind auch nicht also aber wir kriegen ja 10% Rabatt dann geht das ja oh man ey dann hast du bei einer Pizza die 13 Euro kostet das schon 1,30 Euro Rabatt und dann kostet sie nur noch 11,70 ja was steht hier? Pizza Las Vegas Barbecue Soße, Beef, Bacon und Brut und Zwiebel was ist denn da? was ist denn da? äh eine normale Dome ja wahrscheinlich auch nur so einen großen ja was möchtest du schätzen? das ist Pizza Las Vegas das hat sich ja nicht gar an also was habe ich mir gerade gemacht? auch Las Vegas ja ja möchtest du auch Las Vegas jetzt? ja ja mhm und du? weiß nicht das kommt doch für meine Mutter rein die wollte mit Sabonara eigentlich sind das Taruk haben? ja ich such den Tod echt? entlaube ich nicht nein als Karte ich kann ja da mehr hüblich sein als Karte ja ja was möchtest du denn essen? konzentriere dich bitte erstmal da drauf ähm was gibt es für Pizzas was gibt es für Nudeln guck mal da gibt es gar nicht Pizza es gibt alles mögliche an Pizza ähm mit Kartoffeln willst du ein bisschen Beef oder oder was willst du? Döner Pizza mit Dönerfleisch, Rotenzwiebel und Kartoffeln äh was hat das mit Döner zu tun? Kartoffeln sind deutsch mit Döner doch auch ja aber es wurde von deutschen Türken gemacht oder deutschen doch auch es wurde von einem Türken in Berlin erfunden von ja von einem Deutsch-Türken ja also es ist Deutsch Deutsch-Türkisch 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 weil der hat ja trotzdem da war ja trotzdem in Deutschland und er war Deutscher er hat in Deutschland gewohnt nein er war Deutscher ja ja er hat auch deutsche Staatsangehörigkeit und sowas ja aber aber seine Abstammung ist ja rein theoretisch türkisch ja und meine Abstammung ist das kommt aus Italien alles was ich mache ist Italien ja er hat aber auch nicht in Deutschland komplett groß geworden da hat er auch die äh und sowas weißt du aber ist auch egal die Karte sieht lang gar nicht aus ja aber ohne die deutsche Kultur wäre er vielleicht niemals da drauf gekommen also ist es doch ich dachte da wäre jetzt der Sensenmann oder so ne das ist der äh das ist der äh Tod der Reiter des Todes ah aber ne andere Todesfalt hab ich jetzt nicht verstanden der Chariot war das wahrscheinlich ne das war Death gerade das ist der das ist der Tod das ist der Reiter ja der Reiter der weiße Reiter auf dem weißen Rost ich geh jetzt der Kippel rum jetzt trotzdem konzentrier dich doch bitte erstmal aufs Essen wir wollen bestellen dann mach mal auf Nudelgerichte was dann isst du was? ja ich glaub ich hab auch das ist der Kippel hm Cabonara Döner nein lecker viele Döner äh viele Nudelgerichte haben sie aber nicht ähm aber die haben eigentlich nur die Standard Polonese Napoli Cabonara ja dann nämlich Polonese Polonese etwas für ein äh was für eine Nudelsorte äh Handnudeln Panne Panne Spaghetti oder Tortellini ne Tortellini sind gefüllt ne ja ne dann Panne 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 so jetzt muss ich mir noch ne Pizza aussuchen jetzt kann sie dich von mir aus seinen Tarotkarten dazu wenden den sind nicht meine das sind deine meine sehen viel besser aus das stimmt nicht meine sehen gut aus meine sind holographisch es gibt viel bessere die sind dann aber wahrscheinlich auch teurer ja meine waren auch teurer die haben irgendwas mit 25 bis 30 Euro ja aber deine sind nicht holographisch also sind sie schon mal automatisch schlechter na und ich finde sie besser nur weil du mehr Geld dafür bezahlt hast die weiß ich sie noch nie benutzt habe ja die habe ich auch schon lange nicht mehr ja dann zuerst haben wir ein wenig drüber aber das ist ein Hilder der Kakaoli trotzdem Garnelen Garnelen finde ich entschuldigt doch schon lange keine Pizza mehr mit Garnelen aber Garnelen sind cool 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 wir werden nur keinen Käse ran oder? ich glaube die haben auch Käse ran oder so toll das ist cool das kann ich eh nicht essen ja wir haben ja auch genug anderes Zeug hier aber soll ich daaa kein Ei draufwerfen so wie bei der einen Pizzeria doch Ei geht los ne die haben keine Eier die haben keine Eier so ein einziges Ei da draufwerfen ja komm passt schon so wir haben Niko, Denise wir haben meine Mutter wir haben dich wir haben mich und meine Oma wollte nichts 10% Rabatt wunderbar alle wahr passend abgeschickt Deine Oma ist ist manchmal so wie die Tatsche ja aber ich möchte bestimmt kein Trinkgeld über Lieferandung geben wo kommen die überhaupt her wir haben ganz aus der Impfstand 50 Minuten ok 50 vor meinem Fuß entfährt alt meine Knochen füllen mir weh vor meinem Fuß auf aber haben kann die ich war aber wie hat die offeneigen sind und ja Und dann schreien wir die 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 So, dann wollen wir schon mal das Spiel switchen, wir switchen jetzt wahrscheinlich, wenn ich das noch drauf habe, zu Amnesia the Bunker, wollen wir doch mal gucken, Games, aber seien sie das Motor gehauen haben. Ah. Rejo the Bunker. Ist nicht mehr drauf. Das ist schlecht. Nico, ich habe sehr schlechte Nachrichten für dich. Das Spiel ist nicht mehr da. Es bedeutet, wir wechseln zu Home Sweet Home und hoffen, dass das besser ist, aber das hat auch sehr gute Bewertungen eigentlich. Ansonsten hätten wir noch zur Wahl Amanda the Adventurer. Kannst du einen Trailer machen? Amanda the Adventurer ist doch... Gott, da kann ich... Oder von Home Sweet Home meinst du? Mhm. Ähm. Wir haben auch solche Momente. Ja. Auch ganz anders für den Sticker. Das ist auch lustig, ja. Wir gucken einfach gleichzeitig im selben Moment auf... nicht auf dieselben, aber gleichzeitig auch auf die Sticker, ne? die Steam-Page. Was gibt es denn hier? Ohm Sweet Home. Das hat auf jeden Fall sehr positive... Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, aber das andere ja gerade haben wir nicht. Ja. Ja. Das ist wirklich. Wir are now available. Und go! Nein. Dann müssen wir aber auch nur die Kisse haben. Nein. Ich glaube, wir sitzen spielen. Ich glaube, solche Spiele sitzen. Das ist ganz schön krass. Kudos. Und wir schauen einfach mal. Wir starten einfach mal rein. Play. Ändern hier den Spiel. Das Spiel. Wenn das genau so ist wie das von gerade ins schlag, hab ich aber auch ein. Home Sweet Home. Können wir uns erst mal anspielen. Dann pennt ihr da, ich hier und er ist der Stil. Sind ja Moderator alle. Machst du das jetzt in VR oder was? Was? Machst du das jetzt in VR oder was? Nein. Ich dachte schon. Weil das ist aus wie dieses VR. So, ja das ist anscheinend automatisch gestartet. Ach so. Aber nein. Bitte nicht. Also von mir aus schon. Aber da müssten wir hier echt auch... Ich kann das jetzt nicht aussitzen. Ja, und das kommt auch noch hinzu. Außerdem 5 Stunden VR brauche ich heute nicht. Nee. Außerdem haben wir nächste Woche ein VR-Spiel, das auch nur anderthalb Stunden geht. Wie machst du es hier? Dann schauen wir doch mal. Die Maus freue ich nicht. Also ich hoffe das Controller funktioniert. Das sieht sehr gut aus. Die Maus sollte aber aus dem Bildschirm und äh... Ich sollte vielleicht auch das Spiel im Stream zeigen, weil ansonsten ist das ein wenig unpraktisch. Und ich hatte das jetzt vorher auch geworfen und mir dann so eine der Hälfte von was gegeben hast. Ich war voll glücklich. Und in dem Moment so... Home sweet home. Voll weg, ne? Ja. Echt geschmiert. Ja, was noch? Ja, Nico, du kannst dann anfangen. Ich penn so ein. Ich penn so ein. Du pennst ein. Jetzt sind die beiden mal mit zu spielen. Wir haben so ein gespielt. Ich denke, ich stehe nur mit jetzt. Well, wake up. Nico wird sterben. It's late, huh? You have to wake up. Spät, Schatz, du musst aufstehen. Nico, aufstehen. Kannst du mir das auch machen? Und einzurken. Und einzurken. Ja. Dann gib mir da den Becher. Where the hell am I? Boah. Ich denke, es ist ehrlich auch... Ich meck das okay. Bewegen. Schauen. Notizen. Das ist ja spannend. Ja. Kann man trinken. Binde einen Weg nach Hause. Wir sind nicht zu Hause. Wo sind wir dann? Wo sind wir dann? Interagieren. Häh? Fliechen. Auf B. Taschenlampe. Random Taschenlampe, die da rumliegt, damit man Licht hat. Nico ist am sterben. Das sind doch komische Figuren. Wenn wir da Licht anmachen könnten... Das sind Elefanten. Wenn wir da Licht anmachen könnten, dann rüchtest du ja wohl kaum eine Taschenlampe. Nö. Ist wohl gut. Okay. Wer beschwörte einen Dämon herauf? Ich nicht. Zeitung vom 28. September 1996. Da kann ich ja viel drauf lesen. Ich kann alles lesen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich glaube aber unten stehen noch Tasten. Ja, wenn du nur runter guckst. Verschreibung. Die Studentin als vermisst gemeldet. Die Studentin einer renommierten Universität in Bangkok sei bereits seit über zwei Tagen auf mysteriöse Weise verschwunden. Zeugen berichten, sie hätte über schwere Magenschmerzen geklagt und sich auf den Heimweg begeben. Mehr dazu auf Seite 15. Der Zimmerschlüssel. Die beschwören echt irgendwelche Dämonen herauf, ey. Können wir das ausmachen? Wie krisch. Jetzt reicht's hier. Kann ich auch sprinten? Oh ja. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Hey. Hey, du. Das glaub ich, ey. Hey, du? Du hast irgendwas verpasst. Man, Alter. Komm schon einmal weg. Finde... Finde ein Mädchen. Finde ein Mädchen. Was soll ich mit diesem Mädchen dann tun? Nico, du sollst einfach mal ein Mädchen finden. Finde ein Mädchen. Ja. Hab ich neben mir schon. Was geht da unten ab? Warum gehen wir jetzt in die... Hallo? Du hast schon wieder irgendwas verpasst. Ey, ich kann mich nicht mit... Junge. Das ist geil. Ach. Das ist geil. Ist zugegangen. Wir gehen jetzt runter in die... Feuer der Hölle hinein, ey. In ein heruntergefallener Müllsack. Oh nein. Oh nein. Da war sie. Echt? Ja, die ist da um die Enkel gegangen. Der verpasst einfach alles. Ich bin einfach der Verpasser. Ich bin einfach der Blitz. Ich bin einfach der Blitz. Junge. Die Tür auf. So schnell kannst du gar nicht verschwinden. Wo ist sie hin? Ich bin einfach der Blitz. Wo kam sie hin? Wo kam sie hin? Wo kam sie hin? Wo kam sie hin? Random girl. Eine Runz. Ja und jetzt? Blutspur? Oh. Ich glaube ich hab auch das Versehen. Also die sind zwar nicht schlechte Kopfhörer, aber irgendwie sind die ein bisschen unbequem. Ich wollte gerade sagen für 20 Euro, ich wollte jetzt halt nicht drei Kopfhörer für jeweils 50 Euro kaufen, das wäre ein bisschen Overkill gewesen. Die sind leicht auf dem Kopf. Die sind nicht so schwer. Die kannst du dann vor allem auch für die DND Sessions verwenden. Stimmt. Darf ich dann Glitzersteine draufkleben? Hier bist du. Hi! Da bist du ja? Frau Lacheyn! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Kreis. Ähh... Die sind bald, Junge! Laufen in den 90ern. Sie sind halt in der Tür. Heid in der Schrank. Ich bin da aber direkt kurz. Das war aber ein kurzes Game. Was hätt ich denn da machen? Dich im Schrank verstecken, würde ich mal sagen. Da war ein Spind. Einfach die komische Frau umarmen. Damit wir sie auch so recht machen. Ja, vielleicht ist es auch gewesen. Hallo. Hi! Wie ist sie? Ich glaube am besten schon. Was ich nicht sehe, was ich nicht sehe, kann ich nicht benutzen. Ja, ich glaube das sieht sie anders. Ja, aber die anderen Türen sind noch nicht da. Da! Wer geht noch da? Oh Gott! Wuhu! 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 Okay, das Spiel fängt schon crazy an. Ähm... Die Mädchen, das hätte jetzt das Mikrofon. Also wenn wir zu laut reden, dass sie uns einfach hört. Boah, das würfelt. Was tut sie da? Okay. Du bist einfach durch die Wand gegangen, Digga. Siehst du? I am the wall. Sie hätten ein schwarzes Fleck hinterlassen. Portal. Ja. Gefahr! Du musst dich nur anverlassen! Alarm! Gefahr! Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! Okay! Du hast schon wieder irgendwo geschehen verpasst! Oh, verpuzzle dir mal alles! Hehehehe! Mikro rusht einfach! Rushby! Okay. Okay. Nice. Ein Entzungen. Oh oh. Tschüss. Ein Elefant. Was ist das da? Oh, okay. Ich dachte schon ein merkwürdiger Schatten. Warum ist das auf Englisch? Buddha's Head. Ireland's national religion is Buddhism, and thus the image of the Buddha is reversed and worshipped as a sacred object. To those who practice Buddhism, using the statue of the Buddha, the Buddha's Head or other images of the Buddha as furniture, housing decoration, or in a way that is not for worship, is considered to be inappropriate. Okay. Also du hast keinen Buddha-Kopf bei dir zu Hause haben, wenn du ihn nicht anbetest. Hm. Spins. Nico, du spinnst wohl. Warum liegt kein halber Keks drin? Woher weißt du eigentlich, in welche Zimmer er rein darf und in welche nicht? So einfach, wenn die auch gehen. Ich muss mal da oben mit Baden gehen. Hey Digga, was ist das denn? Ich würde sagen, dass es einfach steckt. Sicher. Ich bin wie eine Schlange, wenn ich da drin bin. Oh, du bist ja so ein Schlangenspieler. Da kommt einfach so ein Mensch raus. Kann man sich ja auch so hinter verstecken? Ich hab keine Ahnung. Stimmt. Kannst du ja gerne ausprobieren, wenn du vorher weg rennst. Hast du das? Das klingt... Das hört sich irgendwie gar nicht gut an. Ich glaube, die hat einen richtig fetten Schiss gerade hinter sich oder so. Das wäre schön. Dann ist sie danach vielleicht ein bisschen entspannter. Ach ja. Aber ich habe das Gefühl, das war eher was anderes. Fangen eher so, als hätte sie ihre Gedärme ausgekotzt. Ja. Und wieder runter. Nicht sehr viele verstecken wirkt. Vielleicht kommt sie ja unterm Bett her. Fieses. Jesus Christ. Jesus Christ. Ist er irgendwo... Ne, ne. Okay. Den Strang verstecken? Auch nicht, okay. Du hast gerade keinen Versteckort und jetzt steht sie links. Mach ich den Volt. Und dann wärst du in die Sackkasse gelaufen. Haben wir was dafür? Sieht nicht so aus. Kannst du mich raten? Jetzt taucht sie auf. Ja. Aber wo? Die ist in den anderen Ort gegangen. Hier rechts oder was? Ne, andere Seite. Da. Hier rein. Mein W-Tür auf ist. Hallo? Hallo? Ich meine, alle Tür weiter vor. Wie meinst du? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Sind auf jeden Fall nirgendwo Blutflecken. Hallo? Hallo? Guten Tag. Frau Lein, ich finde es nicht gut, wie Sie mit uns umgehen. Bitte nehmen Sie sofort die Hände hoch und ergeben Sie sich. Lassen Sie sofort gegen den sicherten Bereich. Was? Gas freigesetzt. Okay. Das war auch einfach einer, der vor ihr abhaut. Das war kein Wunsch dran. Also schnell weg hier. Der Volt, das hinterf ich nicht. Ich imagine jetzt. Da wäre einfach so die Musik Running in the 90's gelaufen, als er vorbeiläuft. Running in the 90's. Und dann aber so mit so einem Sound wie bei Krankenwagen, wenn er an dem vorbeifährt. Okay, servo. I've just been in this place before. Ja, aber was ist denn jetzt hier der Ding, ey? Das war ein Ducken. Richtig? Das meine ich nicht. Der Fenster durch. Sicher? Nee. Bist du. Bist du fett. Ist doch bestimmt jetzt in der Dusche. Das ist ein Crowbar. Da war schon mal ein Loch in der Wand. Das hat irgendwer zugemacht. Don't move. Ich hatte recht. Wie kommt es in der Gedärme aus? Vielleicht hat sie aber einfach nicht zu viel gesunken. Was ist denn? Wein? Das ist komplett rot. Hallo? Wiss? Geht es Ihnen gut? Soll ich Ihnen in einen Krankenwagen rufen? Brauchen Sie ein Bett? Und jetzt leuchte sie an. Das wäre eigentlich mal gut, um zu gucken, ob die auf Taschenlampe reagiert. Werden wir es nie erfahren. Das ist genau hier raus. Ich meine, hier ist es noch nicht so wichtig, aber wenn irgendwo Orte kommen, wo wir nichts mehr sehen. Ich bin weg. Tschüss. Bye. Irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt hier hören. Ja. Ist doch ein Gesicht, oder? Das sah gerade kurz wie ein Gesicht da aus. Kannst du Licht anmachen? Ja, fahr! Du musst diesen Ort verlassen. Ja, fahr! Du musst diesen Ort verlassen. Ich habe doch noch den Alarm in dem anderen Spiel verpasst. Die ist einfach so rappen und so was. Ja. Du bist auch in irgendeinem Lüftungsschart. Wie ist sie? Hörst du das? Ich glaube, sie ist eher ein Raum weiter, oder? Da ist sie. Ja, ja. Jetzt kannst du sie anleuchten. Hey, Miss. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob das zählt, als dass sie auf die Taschenlampe reagiert. Das weiß ich auch nicht. Oder sie merkt sich das und kommt gleich hin. Ich glaube, sie hat den Raum verlassen. Ist sie sicher? Sie hat den gesicherten Bereich verlassen. Der gesicherte Bereich ist in dem sicher, oder was? Ist nichts, ne? Hat sie da irgendwas hingelegt? Ne, sie hat nur alles voll gekotzt. Bannen der Lüsternheit. Ja, das ist was für uns. Und wie kann man das nochmal machen? Bannen der Lüsternheit ist ein Zauberspruch, der Leute dazu zwingen kann, sich ineinander zu verlieben. Das ausschlaggebende Merkmal dieses Zauberspruchs sind zwei Puppen, die so festgebunden werden, dass sie sich umarmen. Eine ist männlich, die andere weiblich. Anleitung. Stelle zwei Puppen aus Friedhofslehen her und platziere etwas, das einem Opfer gehört, in einer der beiden Puppen. Dazu eignen sich Fingernägel oder Haare. Anschließend binde die Puppen aneinander, fest mit dem heiligen Faden, der beim Enthüllen von leicht verwendet wird. Nur erfahrene Beschwörer können das durchführen. Anfängern gelingt das nicht. Ist alles erledigt, platziere die festgebundenen Puppen unter dem Kissen deines Opfers. Kannst du nochmal Y drücken? Ja. Dann wechselt der das nur da hin. Aber, äh... Na, bis noch mal. Okay, dann kann ich scrollen, ja gut dann. Was ist das? Das sind die Puppen. Ach so. Bei welchem Kissen sollen wir das jetzt machen? Unter ihr Kissen. Ach so. Aber vielleicht ist sie schon in uns verliebt. Kann ich jetzt hier durch? Ja. Aber da ist ein Spint. Für den Fall der Felder. Das ist der Fall der Felder. Dieses... Holy shit, nimmt sie schnell. Ja. Nein. Nein. Keine des Fahres kommen immer öfter. So, reiß eigentlich... Mach schon noch ein paar anmachen? Ist die noch da? Ne. Sicher? Schuhe, warte. Weiß nicht, ob du diese Tür auch machen soll? Okay. Okay. Ist sie. Gut. Guck mal. Dann ist gleich ein bisschen drin. Ah. Ah. Da sind noch mehr Spinde. Da ist auch noch eine Spinde. Überall sind Spinde. Hier. Abgeschlossen. Schalter. Schalter. Da hinter ist sie jetzt. Glaube? Kann man da durchkriechen? Ja. Ist zu eng. Oh oh. Nein. Hallo voll Einer Ecke. Kommt... Dann kannst du auch so. Ich da. Und nochmal. Ich bin nicht da. Okay, also sie reagiert auf Taschenlampe. Ja, gut zu wissen. Fand ich diese Musik. Hier läuft sie jetzt weiter rum, oder? Ich glaube sie ist ein Raum weiter. Oh mein Gott, Jesus. Sie reagiert auf Taschenlampe. Erstmal Licht anmachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen da auch dahin. Gucken wir nicht lang. Jetzt mal aufstehen. Hallo? Da liegt was. Sven, du kannst um Ecken gucken. Wieder, wieder. Äh, LT und... RT und... Oh. Das hört sich gar nicht gut an. Knistert. Oh, da kommt sie wieder, sie kommt wieder, sie kommt wieder, sie kommt wieder. Hm, die Sicherung ist durchgeknallt. Wir müssen anscheinend eine neue Sicherung finden. Wer hat die Sicherung schon wieder durchgeknallt, ne? Sorry, ich konnte mich einfach nicht beherrschen. Das ist so elektrisierend. Ich gebe ja meine Chat-Nachricht. Ah! Da muss ich aufstehen. Ah! Ja. Wissen Sie die alte jetzt nicht hier um die Ecke rein? Jetzt ist es mir schon wieder zu gruselig. Ich muss raus. Viel Spaß noch. Fancy fertig. Ja, aber trotzdem, danke fürs Reinschalten. Wir sind im Spooktober. Die Sicherung ist defekt. Würde mich ducken. Ich glaube, die patrouilliert jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit in dem Raum und du musst sie irgendwie umlaufen. Guck mal, da hinten können wir in die Toiletten. Oh, Vorsicht! Die ist direkt vor dir. Nicht die. Viel lang? Ne, die läuft. Ne, ne, die läuft andersrum. Ich glaube, die läuft aus Reis. Jetzt kannst du schnell zur Toilette. Weißt du nicht, was wir auf der Toilette wollen? Aber du kannst da hin. Oh, ne Zeitung. Richtig. Erstmal ne Runde scheißen. Zeitung vom 30. September 1996. Schockierend. Und Hexerei für Verschwinden von Studenten verantwortlich. Das Ermittlerteam war schockiert, als satanische Überweise im Zimmer des verschwundenen Mädchens gefunden wurden. Sie wird seit dem 26. September vermisst. Diese schockierende Entdeckung wäre auf Seite 13. Schockierend. Schockierende Entdeckung bringen. Ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube, die sollte mal jemand sauber machen. wieder kommt sie oder sie ist gerade um die ecke gegangen menschen die ist jetzt im badezimmer neben dir da kommt sie glaube ich andere seite ich glaube sie hat dich gesehen nein einfach nein Was für ein... Was für ein... Schau mal zu sein. Tja, 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 tja... Bein. Natürlich. Tschüss. Tschüss! Oh, ich bin ja nicht drin. Ah! 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 Okay, weil um die Ecke spielen kann die einen auch sehen. Ich dachte, da ist man so ein bisschen geschützt, wenn man nur so guckt, weißt du? Ja. Sehr schön. So ist das. Und, die Schränke sind nicht unbesiegbar anscheinend. Wenn ihr euch da reingehen seht, ist auch am Arsch. Egal. Kommt sie nicht doch mal hier hin? Ich weiß es nicht. Bisher ist sie immer nur da hingekommen, wenn sie dich gesehen hat. Da hättest du ja auch keine Möglichkeit auszuweichen. Sie rennt, glaube ich, immer nur in der Mitte da rum. Um den Tisch und um die Bücherregale. Ja. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Was geht? Direkt auf der anderen Seite des Regals, glaube ich gerade. Er ist zwischen dem Bücherregal. Da kann sie dich ja nicht sehen. Da war sie. Hier rechts. Jetzt könnte es aber auf deine Richtung zukommen. Wenn du jetzt guckst, dann... Sie läuft jetzt gerade links neben dir vorbei. Geht von hier weg oder so? Ja, sieht ganz aus. Sie ist links neben dir. Ich muss mal ganz kurz... Wo kann man das Gamma holen? Da greifen kann man anscheinend gar nicht. Was ist das? Ich bin im Büste, wo die Fernbedienung was ist. Hier ist sie. Boah. Nein. Ich bin ganz langsam jetzt hinter ihr. Ich weiß nicht, wie es für sie ist. Ich weiß nicht, wie es für sie ist. Achso. Nein, Digga, was? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das ist auch schäler. Hä? Warum hat die mich denn gesehen auf einmal? Ich hab den Kopf zusammengeräumt. Dann musst du die doch an die Seite getan haben. Okay, alles lag hier. Eigentlich. Vorsicht Licht. Mal Auge! Oder die ist in der Fall. Oder die ist in der Fall. Oder die ist in der Fall. Ich sehe sonst keine Fernbedienung. Ja, dann muss Niko eben ohne da mal spielen. Nein, hier liegt sie. Ich soll sie weggemacht haben. Ja, hast du ja auch. So, jetzt ist alles der Lach. Ich lasse mich nehmen. So, jetzt mach ich den. Ich lass den. Er ist doch direkt besser. Ja. Nicht für den Stream, aber für uns. was ich nicht und mir probieren Dann würdest du sie bewerten. Und... Schon eine Granate, oder? Ja. Die langen Arme und Beine sind ja auch... So ein Schönheitsideal. Das sexy Krankenschwester-Kostüm ist auch super. Darum habe ich auch Dennis kennengenannt. Deswegen fand ich sie auch so sexy. So. Ich bin da hinter. Richtig. Jetzt schnell nach rechts rum. Ganz schnell. Open the door. Und hoffe, dass ich sie es nicht hört. Mutig. Sicherung. Hallo. Hallo. Was ist jetzt? Das Radio ist angegangen. Das hat ein Geräusch gemacht. Ja gut, aber rausgekommen wärst du nicht. Du wärst ja mitten in die Arme gelaufen. Ja. Jetzt regt links neben dir. Hm. Wenn ich mal Taschenlampe haben was ist. Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Okay. Wo sollst du jetzt zurückkommen? Hast du das nicht gehört? Okay, Baby. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal anmachen würde. Das ist ja ein Radio. Radio. Ein Radio. Ein Radio. Jetzt wird's halt gefährlich, weil sie da zwischen den Bücherregalen auch herkommen kann. Ja. Die kommt aber nicht nach rechts. Die geht gleich dann wieder zurück. Jetzt kommst du erst recht nach rechts lang. Warte, warte, warte. Du kannst sie ja dadurch noch beobachten. Siehst du sie? Nö. Sie geht weiter am Tisch entlang. Hm. Das Tor macht gleich auch ein richtig lautes Geräusch. Ja. Das heißt, ich würde Sicherungen reinmachen, Schalter betätigen und mich dann erstmal im Dienst verstecken. Ja. Oder wie willst du das? Ja. Sie? Sie werden doch nicht erzählen, dass sie das nicht gehört hat. Okay. Warte, dass sie durch Wände gehen kann. Was ist das? Nein. Nein. Was zur Hölle ist das? Zusammengerolltes Metall-Amulett. Ja. 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 wie immer wüsstest Telefon Hey Jim, es ist Du Was ist Du? Bains Tagebuch vom 29. April 2013 Vorderseite Ich hatte einen ziemlich beunreigenden Traum letzte Nacht. Er fühlte sich unglaublich echt an. Jemand oder etwas hat mich die ganze Nacht hindurch verfolgt. Was es auch war, es kam auf mich zu und zerrte an mir. Der Schmerz fühlte sich so echt an, als wollte es mir an das Leben nehmen. Aber es schaffte es, ich schaffte es zu entkommen und sah ein Licht am Ende des Weges. An mehr erinnere ich mich nicht. Rückseite Das war das Gruseligste, was ich je erlebt habe. Was habe ich da nur gesehen? Was ging da ab? Hallo? Jane? Hey Tim, es ist Du Hi Du Was geht's mit dir, Mann? Ich habe dich nicht in ages gesehen. Ich hoffe, dass du gut bist. Komm mich zurück, so dass du nicht tot bist. Ja Also wenn das 2013 für 2013 ist das krass. Also mein Fernseher ist auch von 2013. Aber hast du noch 2013 gekauft? Ja Das meine ich ja damit erst von 2013. Warum sind da überall rote Fäden vor der Tür? Hä, so kommt kein Einbrecher zu mir rein. Absolut unumständlich. Ja Ja So, wir haben auch hier Adressbuch Tagesbericht Königliche Thailändische Polizei Tagesbericht Königliche? Königliche? Tagesbericht Polizeistation Samut Prakan Abteilung Hauptsitz Region Auftrag 4 Datum 29. Mai 2013 Uhrzeit 9.26 Uhr Aufzeichnung Jetzt, ja Herr Chachai Tobloi Tim Okay 34 Jahre alt wohnt in Nummer 12 Mu 6 Praknam Mwang Samut Prakan Da schwöre ich gleich einen Dämon herauf? Oder Er kam zur Polizeistation und berichtete, er habe am 29. Mai 2013 um 3.30 Uhr herausgefunden, dass Frau Nitarinja verschwunden ist und seitdem vermisst wird. Die Dinger, die er am Tatort fand, ließen ihn darauf schließen, dass ein Angriff stattgefunden habe. Dieser Bericht hier dient als Beweis für seine Anwesenheit am Tatort. Polizeihauptmann Polizeihauptmann Meta Subwongsa Nachprüfer als Informant unterzeichnet Name Chachai Tubloi Zeuge Name Polizeihauptmann Mette Subwongsa Nachprüfer Name Polizeileutnant Captain Kanchai Prat Proang Dokumentar Beamter Zertifizierte echte Kopie Was? Was? Es ist eine echte Kopie? Okay Polizeihauptmann Meta Subwongsa Polizeihauptmann Meta Subwongsa Nachprüfer sammelt gar keine Polizeistation Will man denn eine Kopie faken? Zertifizierte echte Kopie Ja Okay Hallo Jetzt können wir hier bleiben, das ist sehr entspannend Willst du nicht an den Laptop? Laptop? Weil da so ein fetter Text da, was ein Adressbuch mit... Achso, das ist das, ne? Ja Hallo Ist das fett an Abseilen? Was ist das? Eil eines mysteriösen Fotos Eines mysteriösen Fotos Hand im Spiegelbild Wir sind Papier Die sind der Geist, after all Da sind wir hergekommen Das stimmt Da ist das auch dafür alles Wir haben auch keine Hitbox Die sind echt der Geist Ja Ausgegangenen Platzwitz, wir müssen jetzt mal weiter spielen Kein Wunder, dass die uns die ganze Zeit angreift, ey Stell dir mal vor, sie ist so ein Geist Rains Tagebucheintrag vom 27. Oktober 2012 Also davor noch Vor der Seite Ich muss unbedingt etwas loswerden Heute ist einfach der glücklichste Tag in meinem Leben Wieso? Weil wir endlich unser eigenes Haus haben Eigentlich gehört es Tim Er hat hart gearbeitet, um das Geld für dieses Haus zusammen zu sparen Rückseite Tim sagt auch, dass das Haus unser erstes Jahrestagsgeschenk seit unserer Hochzeit ist Ist das nicht das süßeste überhaupt? Ich danke dir eine Million Mal, Tim Ich liebe dich mehr als alles andere Ja Oh nein Haha Bin zu zweit eheh Fähst k て Hier läuft der schöne Machen. Nochmal Tschuldigung, kann ich hier fett an Absagen? Wie viele Badezimmer haben die in so einem kleinen Haus? Zwei. Zwei finde ich für das Haus berechnen. Ein Gästeklo war scheinlich und normales. Wir sind ein Geist und wir können nicht durch Wände gehen. Was ist denn mit den Fotos da? Da war was hinter dem Bild. Janes Zeichnung, die eine Karte enthält. Kannst du das umdrehen? Da ist alles drauf eingezeichnet. Ist da irgendwas markiert? Da ist der Fernseher, da ist die Couch und da unten ist irgendwas, oder? Da ist der Schlüssel. J mit Schlüssel. Unten links in der Ecke. Neben dem Esszimmertisch irgendwo. Da kann nämlich gar nichts. Und nochmal Anrufbeantworter. Ich will nochmal Deuce Stimme hören. Was? Hey Tim. Es ist Du. Hi Du. Was ist mit dir? Ich habe dich in Jahren gesehen. So da soll irgendwo ein Schlüssel sein. Ich kann dir das gut machen. Call mich zurück, damit ich weiß, dass du nicht tot bist. In dem Schrank irgendwo. Eine Cola. Ja. Oh. Was? Da. Ach da. Mit der Witze. Mit der Witze. Mit der Witze nicht. Oben war eine verschlossene Zähne. Mhm. Das Spiel in VR ist bestimmt auch geil. Ja. Kann ich mir vorstellen. Was ist das denn dann? Mhm. Warst du schon im Badezimmer? Ja. Oh. Die Tür vorher schon offen? Die machen wir doch gar nicht drin oder? Das ist ein Kühlschrank. Das ist ein Kühlschrank. Ja. Dammte Scheiße ey. Ja. Aber Hauptsache noch halt beim Kochen. Nicht mal die Küche aufräumen tun sie ey. Aber da ist gar nichts, ne? Wäre auch komisch, denn da bräuchten wir eher eine Schere als einen Schlüssel. Aber was ist gegen... Ja warum... Wie oft soll ich das noch aufzählen? Was ist denn da links in dem Raum gewesen? Können wir da vielleicht irgendeinen Schrank oder so aufmachen? Ja. Ja dann muss das doch oben für die Tür gewesen sein. Ist das immer... Deh 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 deh. Kleiderschrank. Ja du musst genau auf die Türklänge ziehen. Boah. Okay. Das hab ich vergessen. Oh Tim! Was machst du hier? Was machst du so lang? Oh, ich... Ich bin... Ich bin nur aufräumen. Oh ja? Kann ich einen Blick nehmen? Nein. Es ist privat. Geh weg von hier. Okay. Well. Es ist Zeit für den Bett. Ist das Jane's Diary? Auch alles verhangen. Jane's Tagebuch eintrag vom 28. April 2013. Vorderseite. Ich habe das Gefühl, dass es mir immer schlechter geht. Ich sehe Dinge, die nicht da sind. Es passiert immer wieder. Und einmal dachte ich, es wäre jemand im Haus. Manchmal habe ich das Gefühl, als würde mich jemand beobachten. Und als ich in der Nähe des Treppenschranks war, hatte ich so ein gruseliges Gefühl. Oh Gott. Es geht dir überhaupt nicht gut, Jane. Gib etwas Acht auf dich. Für Tim. Spreche ich gerade in der dritten Person zu mir selbst? Haha. Ich bin echt merkwürdig. Rückseite. Tim ist noch nicht zu Hause. Wir hängen nicht mehr zusammen ab oder gehen zusammen raus. Wir sollten gemeinsam beten und etwas gutes Karma sammeln. Wer weiß. Vielleicht werden sich die Dinger zum Guten wenden. Ja. Hm. Das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Es ist super. Fehlt da was in dem Foto? Nee. Weil die Person auf dem Foto ist offensichtlich sie. Wie? Warte mal, war da was am Fenster? Ja. Am Fenster. Kann ich aber auch picken, krass. Nee, das war das. Oh. Oder? Nee, jetzt ist es weg. Haha. Ja. Wir brauchen keine Story. Und jetzt? Was kommt diese Musik überhaupt her? Von da unten. Von dem Ding. Oh, nee. Wann hab ich keine Ahnung. Von der Toilette? Kannst du in die Dusche? Ja. Und da links im Regal? Also in der Toilette, die andere Seite. Bei dir? Ach. Das sind nur Duschartikel, ne? Hinter der Tür? Das können wir jetzt schlecht sehen, wenn du... ... Ich dachte eigentlich im Badezimmer hinter der Tür, weil die das ja verdeckt. Nee. Glaube ich nicht. Niemals. Ja, das ist richtig. In diesem letzten scheiß Tagebucheintrag stand jetzt irgendwas Wichtiges. Und irgendwer hat schon wieder das Bild umgehängt. Ja, erst recht schnell. Hey Tim. Es ist Dew. Hey Dew. Was ist mit dir, Mann? Schon wieder, Dew? Ich habe dich nicht in Jahren gesehen. Ich hoffe, du bist gut. Call me back so I know you're not dead. Ja, da muss ja oben noch was in dem Zimmer sein. Wir haben bestimmt irgendeinen Hinweis bekommen in diesem letzten Tagebucheintrag und haben den jetzt nicht gelesen. Toll. Dass man den auch nur einmal lesen kann, ist dann auch dumm. Können wir wieder in der Scrawl-Face gehen? Oh, sieht selber noch aus. Game? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Wo bist du? Nein? Ja, ne? Ja, ne? Ist das du? Ist das nur das? Das klingt nicht weit von hier. Jane, Jane, Jane. Ich bin der Jane. Sie könnte hier sein. Im Lüftungsschacht. Die Was ist los? Es wäre Licht. Er fand den Schilder nicht. Was haben wir jetzt mit dem Foto angefangen? Kannst du vielleicht statt Start, kannst du auch backdrücken? Also die andere Taste? Ne, das ist ja Start. Die andere. Ja, das habe ich schon gemacht. Als ob wir überhaupt nicht ins Menü kommen. Finde ich aber gut, wenn es ein Foto gehalten wird. Ja, aber dass man zumindest sowas wie das Tagebuch und sowas nochmal lesen kann. Rain's Tagebuch Eintrag vom 2. Mai 2013. Es wird nicht besser. Ich war mir sicher, tief zu schlafen. Wieso um alles in der Welt war ich denn in dieser alten Holzhütte? Und was war das für ein Schatten, der um das Haus herum schlich? Ich habe noch nie zuvor so etwas Gewaltiges gesehen. Ich konnte mich aus dem Albtraum befreien und war wieder in meinem Schlafzimmer. Ja, das geschieht mit mir. Ja, jetzt nicht mehr. War das was zum Aufnehmen hinter dir? Das Stück da? Andere Seite? Da? Das in der Mitte? Weißt du? Achso, da ist ein Lichtschalter. Das geht jetzt ab. Ich habe mir diese Bilder noch einmal erklärt. Eine Wand, die mit drei verschiedenen Farben bemalt wurde. Ein Hinweis! Ein Hinweis! Kannst du das anklicken? Ja, aber was soll das bedeuten? Ein Hinweis! Ein Hinweis! Ein Foto! Ein Foto einer Gruppe! Geheimatunnel! Eins, zwei oder drei? Wir müssen gar nicht die Dachse gehen. Zwei, fünf, vier und vier. Ein Hinweis! Ein Hinweis! Genau, in die falsche Richtung. Also wirklich. Magie! Komm her! Wo hast du wieder vergessen den Hund zu füttern? Was noch richtig vergessen ist? Was bist du denn? Dein Hund. Den, den du vergessen hast zu füttern. Wie der Besitzer? Wie der Besitzer so der Hund, ne? Dein Sohn. Der den ganzen Tag im Teller sitzt. Der kommt einer mit dem Licht. Der ähnlich aus der Runde, ne? Wie schon. Der hat einmal im Kreis verlaufen, der ist ein Ventilator und den brauchen wir. Der gar anders so braun auf einmal, dass dann ein blauer Ventilator drin ist. Sind da die Stretchen dabei? Ne, ist das gut? Ein Hinweis! Ein Hinweis! Das ist 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 ein Hinweis! Der nachsan bereits mehr als 10 Motorradfahrer festgenommen zu haben, während einige von ihnen fliehen konnten. Darunter Herr Pichai UM tournaments Ein Verdächtiger im Motorrad-Raub-Überfall und womöglich der Anführer der Gang. Wir halten sie auf dem Laufenden. Sollótten wir weitere Informationen erhalten. Für sie berichtet srisok.sammat. Kannst du dem wenig den Arthur anmachen? Nein. Der sticht irgendwie so heraus. Was passiert dann? Den Denken wegmachen, ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Filler? Nein. Auf der anderen Seite? Ja. Magie! Was soll das denn? Oil-ripped pillar. In ancient times, large trees are used as pillars when building a house. When the wooden pillar leaks sap, people believe that these oil-dripped pillars has a spirit that lives inside the tree before it was cut down. If the tree spirit is disrespected, misfortunes will happen. Modern science has proven that these oil-dripped pillars are a characteristic of a certain type of tree, such as trees that are used for making rubber. Tachyan Tree Hoppea Odowata. Green Bamboo. Tangwood Balau. Chorea Obthusa. Etc. 石ra. Devon Da-da-da-da-da! What the hell is that? No, not one. Es must just bald come. Yes. eine Tür geht nicht eine Treppe geht auch nicht geht auch nicht geht echt nicht geht echt nicht was man da was macht das gewinnen unfähig Stufen zu laufen geht es geht er geht nicht die Treppe er läuft Zeitung vom 9. März 2002 du wissenlose Diebe alte Frau ausgeraubt und verprügelt Nico, was hast du schon wieder getan? Nachbarn berichten von einem Kampf in der Nacht ausgeraubt und verprügelt am 8. März vor allem ein Kampf in der Nacht zuvor am 8. März wurde die 60-jährige Tinder Manapai Bun schwer verletzt und bewusstlos auch gefunden sie wurde ins Krankenhaus gebracht bevor die Polizei den Tatort erreichte die Ermittler sprechen von vermutlich mehr als drei Personen die an diesem brutalen Übergriff beteiligt waren Frau Manapai Bun Sohn Pichai Manapai Bun ist womöglich der Drahtzieher des Raubüberfalls mehr dazu auf Seite 13 da lag aber noch was auf dem Tisch das ist kein Tisch das ist kein Tisch Ah! Deine Mutter! Boah Junge, Alter! Was zum Teufel ist das? Boah, der Grafkammer ist komplett unerwartet Ich hab's irgendwie nicht so erwischt aber das war für mich zu weit weg Ich komme wieder! Ich hole mir was mir zusteht Aber so ne fette Hand Ich hab mal rausgucken Hallo! Ah, Digga! Wensund! Ach Junge Ich hab nochmal rausgucken Hallo! Ich hab das einfach mitbedacht dass Leute das da machen und da haben dann einfach noch einen Jump-Scut eingebaut Wir haben ganz viele Ventilatoren. Sind das Ventilatoren? Das sind Räder, ne? Ja. Ich fühle mich auch geredert. Kein Essen da, aber ich lasse meine Tür so ein bisschen offen. Warum ist ja einfach so eine Veranda ohne Teppel? Naja, da könntest du eine Couch hinstellen und dann kannst du auch rausgucken. Oder du könntest Runderspringen. In Parkkreisen nennt man das auch Balkon. Einfach Runderspringen. Ja. Vans. Vans. Mit Z. Wans. Wans. Ja, ich bin gefangen. Hey, hier ist er wieder. Der Hund. Hey, das war doch vorher nicht so. Hallo. Wo ist der überhaupt hergekommen? Wo ist der Balkon hin, Alter? Den hat der Hund gefressen? Du so, wo ist der überhaupt hergekommen? Ich so, wo ist der Balkon überhaupt hin, Digga? Guck mal. Tschüss. Der sucht nur was zu essen. Der wurde echt nicht lang gefüttert. Nee. Ich habe keinen Stress zu bei einer Bodensobe, Digga. Was ist das Wasser? Wie ist das Boden? Ich glaube, das ist Boden. Boah, was passiert, wenn du jetzt die Tür aufmachst? Abgeschlossen natürlich. Hallo? Das Licht sieht man, dich aber nicht. Naja, das bedeutet, dass ich bin ein Vampir. Oder ein Geist. Oder beides. Ein geisterfter Vampir. Ja. Ein Vampir, der das Heim sucht nach seinem Tod. Entweder zu Familie oder Freunde. Und du schrecklich verhörst diejenigen, die zu dir sind. Und du schrecklich verhörst. Und du schrecklich verhörst. Und du schrecklich verhörst. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Redigt über Geisner und Karma. Ja Leute, das ist ein bisschen viel. Ihr könnt ja gerne auf Stop machen. Scrollen nochmal nach oben. Ja. Und wenn ihr euch das durchlesen wollt, viel Spaß. Ich meine, er erzählt es da ja auch im Hintergrund gerade. Ja. Oder gut. Oder auch nicht. Man kann immer noch auf Stop machen und es sich durchlesen. Guten Tag. Die Tür war da gerade noch nicht. Doch, die war schon da. Echt? Ich glaub schon. Da unten oder nach oben? Also ich bin dafür immer weiter nach oben zu gehen. Da erklär und ging nach oben. Das Problem ist weiter oben hat man weniger Fruchtmöglichkeiten. Hallo? 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 Ding? Wie viele für pieseln sie nicht. Die haben Post. Der unten in der Cam immer wenn ich Nachrichten bekomm, dann rastet mein Handy immer aus. Siehst du das? Ja, das ist infrarot. Ja. Hallo mein Lieber. Das ist halt die Nachtsichtkamera. Guck mich. Oh! Aua! Ich glaub schon. Wenn das nicht so aussah, als hätte er dich erwischt, aber... Ja doch, du bist tot. Sehr schön. Sehr schön. Möchtest du spielen, Schatz? Oh nie. Jeder zockt mal. Es ist der Horrorabend. Auf geht's. Es musste ausweichen. Also, mit X machst du... Das ist eigentlich ganz einfach. Mit X... Oh. Ne, warte mal. Das ist nicht X. Das hier... Aus dem Riedzustand. Hier ganz mittel. Und hier mit rennst du mit. Viel Hilfe klicken. Drück noch einmal in die Mitte. Ach ne, jetzt ist es schon weg. Na grad ein Auto. Habe irgendwas noch ohne Koffeine zu trinken. Ja, ganz viel Energy. Da unten hier ist Eistee oder Cola. Aber die Cola ist natürlich auch... Hilfe! Ansonsten... Licht! Aaaaaaah! Ne, ich glaub hier sind auch nur noch eine Dicht drin. Also irgendwo noch A1D oder Cola. Ach so. Ach, dann nimm ich noch ein Energy. Wird doch schon ziehen. Hm? Dann nimm ich noch ein Energy. Was hast du denn noch für ein Energy? Boah, hast du da so einen Sackverzöger, aber das kann man nicht ändern. Immer wertfokussieren. Ich glaub ich dem einen von den Effekten... Welche Katzen der fehlt? Der Becher ist unangenehm. Genau. Der Becher ist unangenehm. Der Becher ist unangenehm. Genau. Ja, der hier schmeckt so ein bisschen wie der orangene Red Bull, aber ein bisschen säuerlicher. Und der ist halt einfach Kokos-Blaubeere. Kokos mag ich nicht so. Ein bisschen auf Lämmpuff. Ja, der schmeckt halt wie Fruchtzwebe, nur ein bisschen säuerlich. Ich bin gespannt. Ich glaub der Becher ist unangenehm, ja. Weil da ist alles nass drauf. Also... Na toll. Was passiert? Keine Ahnung. Ich glaub der ist undicht. Ja, der hat hier auch einen Riss. Ja. Ich zütter's mal weg, den letzten. Ja. Ich glaub einfach das Heber runter. Weil das läuft ja hier nicht aus. Es tropft nur. Ja. Leg das Heber runter und wir füllen den da drauf. Ich hab total was zu trinken und ich denk mir so, warum's alles nach. Scheint das irgendwie. Hast du ihn nicht geholt? Ja, glaub ich. Kann ich da durchgehen oder? Ähm... Du darfst dich nicht sehen, dass... Dieses rote Licht, dann musst du immer ausweichen. Du musst immer im Schatten bleiben. Das rote ist da, da kann man das sehen. Jetzt könntest du praktisch ruhig und dich irgendwo hinter verstecken. Ich würd mich ducken. Und jetzt? Wie? Ne. Ich bleib schon zurück. Wie duckt man sich? Hallo? Äh, mit B. Okay. Wo bleiben die denn jetzt? Ich meine, die kommen aus, äh... Afghanistan? Ja. Ne, aus Herber oder so. Komm mal auf. Und wenn er nicht mehr hinguckt, weit ran. Okay. Lauf! Okay. Okay. Lauf! Nein. Könnte auch sein, dass er da gleich reinguckt. Ich weiß es nicht. Bitte auch mal kommen, ne? Lauf! Nein. Wie? Äh, mit A. Das leuchtet. Wir sind wieder schwarz-weiß. Wie? A? G? A? Das leuchtet. Wenn er die andere tue, kannst du auch angucken. Aber ich glaub, da kann man eh nicht machen. Ne. So guck auf die Kamera, wie verzögert sie ist. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass der irgendwie gleich seine Handkrieger kommt. Ja, der, also der Nachtsichtmodus der Kamera ist halt echt ein bisschen abgekappt. Aber wenigstens nicht mehr los. Ja, es bringt nur nix, wenn ein Jumpscare kommt, wir uns alle erstrecken. Und wenn der Kamera erschrecken, wir uns ungefähr 10 Sekunden später. Ja. Ja, gut. Ah, jetzt ab, ne? Ist das geil? Das ist eine Batterie, der, oder? Oder hat einfach nur die Verbindung verloren? Das kann auch sein, dass der Stuhl so ein bisschen im Weg vom Verbindungsding steht. Ja, der steht da. Wer steht da? Das ist die Zombie hinter diesem Monster. Okay. Die Technik ist mir nicht veröffentlicht. Ja, das in der hat mir die Leute. Die Technik ist mir nicht veröffentlicht. Ah, was ist das? Wir gehen nicht verabschmerzen. Was ist das? Die ist da. Ich glaube da ist rechts man die Schuss. Da ist das Licht. Okay, jetzt läuft. Läuft sie dann an. Warte, warte, warte. Da unten wird sie nicht gut. Er geht ja jetzt gleich wieder weg. Jetzt. Warte, hat er nicht. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Einfach gut. Ach so? Ja, ja. Ich bin doch noch sicher. Ja. Ich bin doch alles gut. Ja? Ja. Riech. Ich guck mir erst mal stehen. Jetzt rüber, jetzt rüber, jetzt rüber. Nö. Renn. Oh, nice. Sehr gut. Ich glaub den Tür kannst du auch machen. Nö. 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 Nö, weg, ne. Oh. Dann bist du ganz wo anders. Het ist aber auch wirklich in jedem Horrorspiel so, ne. Jane, I'm coming! Wir essen ein bisschen zu gut. Du kannst erst mal Pause machen. Meine Güte. Ja, wer rülpst denn so heftig? So. Sind wir bei einem Checkpoint? Wisst ihr das? Ich denke schon, ja. Dann würde ich sagen, geh mal zum Hauptmenü. Weil ich glaube, zwei Spiele gleichzeitig können wir nicht öffnen. Zwei Spiele? Was willst du denn jetzt machen? Ja natürlich, Observation, wie immer beim Essen. Das muss nur euer sein. Also das mit den Rätseldingern? Das, wo du Fehler da suchen musst in den Buildern. Das magst du, ne? Ja, ja. Beenden, 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 beenden. Ich beende. Beenden, beenden, beenden. Und Observation GT hat auch einen neuen Pfeil. Beziehungsweise eine Demo eines neuen Pfeiles. Ui. Jetzt vermisst du. Ich dachte, wir gehen so weiter aus, oder? Ja, ich glaube auch irgendwie nicht, dass es 28 cm sind, oder? Ich denke nicht. Ich denke, wir haben zwei Projekte, ich sehe ihn aus. Egal, was eben so ein bisschen. Keiner, weiß ich nicht. Ich denke, wir haben keine Umsatz. Aber wir sind so ein reager. Ich bin so leiser. Ich bin so leiser. Ich sag euch nur, da sind auch Sounds mit bei der Demo, also ich weiß nicht, ob ihr das braucht, aber... Und irgendwie brauche ich hier ein bisschen Platz, Nico, kannst du noch ein bisschen, weil sie sitzt schon ganz in der Ecke. Ja, ja. Ich kann mich auch auf den Pferde setzen. Ach, ach, so. Na dann. Warum geht's nicht mit Controller? Sonst ging's immer mit Controller. So, weil ich nicht reingekippt bin wahrscheinlich. Okay, es geht nicht. Naja, egal. Also ja, Standardkram, wir kennen's ja. Wir müssen Fehler finden. Merkt euch die Räume. Ab Viertel nach geht's los oder kann's losgehen mit den Abnormalitäten. Das ist echt krass. Ganz wenig, was man sich merken muss. Draußen finde ich sowieso eine Katastrophe. Und die Küche auch. Letztes Mal war draußen irgendwo eine Leiche und wir haben sie nicht gefunden. Mhm. War angeblich einer Anomaly, die wir verpasst haben. Einfach eine fucking Leiche im Garten. Die Tür ist auf, oder? Das war so schon frohe. War der Deckel schon unten? Ja. Okay. Weil er kann auch drauf gucken. Ich glaub das ist Handball und Schnee. Noch mal zurück. Ach ja. I will have you. You are mine. Die Köpfe sehen so merkwürdig aus. Aber das ist leider korrekt. Ja. 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 Mit Krammenburger? Ja, und. Ja, und. Und jetzt schon mal nochmal die. Stunt neben der roten Flasche sind es auch nicht auch noch da. Ne, da waren immer nur drei Flaschen. Okay. So Range Broadcast, da versucht wieder irgendwer einen Dämon heraufzubestören. Alltagsleben, ne? Inge? Ist das eigentlich ein bisschen zuversprechend? Ne? Ja. Ne? drauf gedrückt hat die bokehle ich hatte es umgestellt da war es noch so das ist mir so zum creepy faktor beigetragen muss jetzt nicht unbedingt aber ja warum macht noch eine treppe ist eine ein ja 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 Okay. Der schwarze Spiegel, der verwirrt mich auch jedes Mal komplett. Badezimmer. Weil komisch, dass der so komplett schwarz ist. Ja. War der Wäsche? Der Wäschekopf war voll, ja. Der Stuhl hat sich gedreht. 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 Nicos Handy rostet wieder aus. 2 Uhr morgens. Da ist ein Kopf in der Toilette. Voll normal. Nico, es gibt auch Haustüren, ja? Es gibt auch Haustüren. Da hat jemand geklopft. Herein. Ich meinte nur damit, du musst nicht durch die Toilette kommen. Jetzt hab ich alles gedreht. Das ist ein Kopf in der Toilette. Das ist ein Kopf in der Toilette. Scheint nicht. Okay. Abyss im Bathroom. Tja, Abyss ist schon wieder da. Draußen ist ja auch schon lange nichts mehr passiert. Ne, da sieht man irgendwie nur die offensichtlichen Sachen. Hier ist glaube ich noch gar nichts passiert, oder? Ja. Hm. Ja. Auf jeden Fall küsst. So, wenn die mal gleich so ankommen mit Gleiche im Garten. Okay. So, da liegen wir irgendwie so ankommen mit. Okay. So, da sehen wir schon mal. Okay. Okay. So, da gucken wir mal richtig. Okay, okay. 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 Beide ich fertig. Okay. Also wenn, dann müsste die Leiche aber schon vergraben sein, weil sie sich sät haben. Ja, erst mal ausbuddeln. Jetzt geht auch keiner im Bett. Jetzt ist es schon sehr lange so, aber war dieser Stuhl eigentlich schon immer rot? Ja. Sehen sehen sie nichts. Wie irgendwas übersehen wird. Da liegt immer noch keiner. Da soll auch keiner liegen. Wo Kinder, drei Uhr morgens. Das ist mal ein Krabbenburger. Da guckt jemand im Fernsehen. Ihr alter Oma. Mit den Hängetitten. Bitte was? Okay. Wir haben hier erst den Fernseher ausgemacht. Das fand sie nicht so gut. Ne. Kannst du nur... Die Pizza war echt krass lecker. Finde sie auch nicht schlecht, aber wie gesagt ein bisschen klein. Also es sind keine 28 cm. Ne. Oh, ich meine es ist einfach aus wie eine Missgeburt. Meine Pizza. Das Licht ist ab. Mach es aus. Wie irgendwas. Wie irgendwas. Wie viele. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was war anders? Ich glaube, das war eher so orange. Nee, aber nicht so. Wir draußen irgendwas los. Mit dem Bild bin ich mir auch nicht sicher, ob das schon die ganze Zeit so aussah. Hab mal den Garten um. Vielleicht findest du dann gleiche. Wir haben keine Ahnung, was hier los ist. Das Handtuch wurde umgehängt. Und ein Haken weiter rechts. Hält hier vielleicht Holz? War hier vorher mehr drin? Ja. Ich weiß nicht, ob das hier unten vorher was anderes war, aber das ist auch die Uhrzeit drüber. Was steht denn da? Das rechte, was da auf dem Tisch steht. Das hier? Auf dem Nachttisch. Das grüne da. Das ist ein Bild. Nee, doch nicht. Und ganz unten bei der Küche war dieses schwarze Ding da unten. Das hier war ja... Ich suche jetzt eine Leip. Aber ich suche... Wir werden verkacken. Hier war vorher kein Platzdeckchen. Ich suche jetzt eine Leip. Die Sachen haben sich unbefangen. Ist er gedreht oder... Weiß ich nicht. Irgendwie... Oder fehlt da nur was? Ja, es hat sich wieder gedreht. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir das schaffen, weil wir übersehen. Einfach gerade zu viel. Ich weiß noch nicht, ob hier vorher was anderes war. Ist das vielleicht eine Image Anomaly? Ich wusste doch, das sah vorher anders aus. Okay. Gut zu wissen. Trotzdem sehen wir noch eine Sache. Wird sehr wahrscheinlich draußen sein. Hier sind hier wieder die Glaspenals. Ich weiß nicht, ob das auf der Mikrowelle vorher anders aussah. Das hier unten, das stört mich irgendwie, aber da ist die ganze... Gut, nur deswegen... Du bist nicht immer so. Ich weiß nicht, was das verschwunden ist... Ich weiß nicht, was das anders ausstellt. Aber das ist ja auch für die ganze Edge und so? Jaja. Aber was ist das hier für ein Ding? Keine Ahnung. Ich hab nur keine Ahnung, wie ich das reporten soll. Objekt, pass auf, pass auf. Das ist ja kein Objekt, das ist einfach nur da. So ein Schatten. Okay. Mara spielt wieder ein bisschen verrückt. Auf der Stuhlbahn, da war doch irgendwas, oder nicht? Ja. Ja. Da war nix. Mal zurück. Draußen muss irgendwas sein, das kann ich angehen. Ist schon so lange nix hier. Was ist das denn? Der forbidden Snack. Der verbotene Snack. Guten Hunger. Ja. Erstmal so ein bisschen Uran. Da lag da noch irgendwas auf dem Tisch. Noch ein Gegenstand, oder? Nee. Vor dem Bild, oder nicht? Nee, da kann etwas liegen. Aber das wäre dann eine Anom- Normalität. Ist da irgendeine Leiche? Ruhe. Ich seh keine Leiche. Ich seh gar nix da irgendwie, was sich verändert hat. Außen. Noch mal zurück. Ist das Fenster hier anders? Kein. Nee, ich glaub nicht. Noch mal eins zurück. Nämlich noch ne Jacke mehr an dem Scherde. Nämlich noch ne Jacke mehr an dem Scherde. Dann warte, nochmal zurück. Da, da, äh, der Eimer. Was denn jetzt? Da, die Eimer, ja. Und was war bei dem anderen? Ist das Bild ganz rechts an der Wand? Ja. War das auch schon eine Nacht? Ja. Kann ich doch irgendwas sein. Ich sehe aber auch nix. Kann ich doch mal nicht. Nichts. Nichts. Missing Object in Yard, okay, da müssen wir gleich mal gucken, was da gefehlt hat. Das war die ganze Zeit. Lights in Bedroom hab ich auch nicht gesehen und Missing Object in Entryway, also Missing Object in Yard, in Entryway und Lights in Bedroom. Was soll da gefehlt haben? Ich sehe nichts, was hier gefehlt hat. Ist das das Geländer da an der Treppe, wo du hochkriegst, was weißt du da? Das war aber gerade auch noch da. Sicher? Ja. Ich mein nicht. Doch, weil mich das die ganze Zeit gestört hat und ich gedacht habe, ob das zusätzlich da ist. Und hier hat der fucking Stuhl gefehlt, ey. Nein. Nein, das Bild hat gefehlt an der Wand links. Das hier? Der Stuhl war da, ja. Sicher? Ja, ja. Hundert Millionen. Das Bild hab ich auch gesehen. Das Bild war am Ende nicht da. Der Stuhl war nicht weg. Da war die ganze Zeit da. Darauf hab ich geachtet. Und dann Lights in Bedroom. Mach zurück. Ja, hier war noch Lights. Ja, das Licht war aus da, ne? Ja, ansonsten war ja nichts. Deswegen dachte ich, dass das Bild anders ist, weil das Licht einfach aus war und das anders ausgesehen hat. Das kann sein. Ähm. Noch ne Runde oder wechseln zum anderem Spiel? Ich sag noch ne Runde. Okay. Ja, es gibt noch mal ein bisschen. Ja, noch kann nichts passieren. Ja, ich wollte mir den ganzen angucken, bevor irgendwas passieren kann. Der Yard ist auch so für den Arsch. Jetzt geht's los. Nein. Hier oben einfach die Waffe. Da gibt's ja einfach so ein Revolver oben auf dem Kühlschrank. Ja. Kannst ja schnell greifen. Findet niemand. Das Ding hat sich schon wieder verändert. Ob das niemand findet, weiß ich nicht. Da kennst du Kinder nicht gut genug. Und die auf den Schrank klettern. Ja gut, das stimmt. Und wir Erwachsene. Wir gehen entweder davon aus, dass hier keine Kinder in diesem Haus wohnen oder dass die Eltern sehr verantwortungslos sind. Ja. 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 und er hat gefehlt, die hat jemand weggemacht, was bellt euch ein fragt mich echt ob hier ein Holzscheit gefehlt, ich glaube hier ein Holzscheit hat gefehlt das war das glaube ich, der hier oben drauf 100 Millionen prozentig das Bild, weil die Wand war so kard und ich habe mich das ganze gefragt, da war das immer kann es ja mal im Stream zurückspulen ja dann wissen wir es ja, gucken wir gleich den Stream sowieso nochmal an das Licht ist wieder an ja, weg damit das fällt dem Licht ein ehh mal gucken, weil wir hier sind ah, das ist perfekt, wir sind bei 4 Stunden 44 Minuten und 44 Sekunden das kann man sich gut mehr tun und dann 10 Minuten vor du sitzt auf meine Hand was legst du deine Hand da auch hin 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 8 8 5 5 6 6 8 Er hat dich gerade fett genannt. Macht er öfters. Letztes Mal bei meinem Laden so, also schon ein bisschen her jetzt, und da hab ich sie fett genannt. Nee. Ich geh so hinter die Theke, und dann fragt so ne Angestellte so, kann man euch schon Glück wünschen? Ich so, hä? Gehtest du? Dann sie so, ja hä, ist deine Freude nicht schwanger? Findest du das schon mies? Digga. Oh Gott. Da hab ich mich behindert gelacht, und dann bin ich erst mal zu demnächst gegangen, und hab mir das erzählt, und hab mich einfach kaputt gelacht. Die ganze Zeit. Missing Object. Ich ne Brille könnte ich auch ein bisschen mehr sehen. Das hätte ich jetzt auch müssen. Geh mal aufgeben. I don't need shit. Bro, I don't need shit, man. Guck mal. Irgendwie Eiszapfen nicht vorher ein bisschen weiter links. Ja, nicht schnell. Ich hab jetzt noch Trill, die Anno-Modi. Ja, anscheinend nicht. Ja, ne? Hm. 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 Trash. King Yard, ey. Das ist immer irgendwas im Yard, wenn man was übersieht. Ja. Ja, gesund. Das ist wieder der probierten Snack. Geht gesund aus. Würde ich essen. Das ist grün. Es muss gesund sein. Es ist grün. Es muss gesund sein. Ja. Da hinten. Guck mal. Ganz hinten beim Haus. Am Haus noch. Ganz hinten da. Was ist das da, wo du gerade deine Maus drüber hast? Ja, guck. War das da die ganze Zeit schon? Ja. Ich weiß nicht, was sie da machen. Irgendwie wird man da selber auch ein bisschen paranoid. Immer. Das ist doch normal bei dem Spiel. Paranoia. 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 Geht's einen durchzwirbeln? Was? Das ist eine sehr gute Frage. Was? Die Schubladen. Objekt. Die Schubladen. Nein. Das ist so. Nein, war ja schon immer so. Der hat ne. Der hat ne. Hello Ebbes? Das ist normal. Ebbes im Living Room. hab es ist wieder da leute die geld konstruktion größer geworden objekt vergrößerung es gibt manipulation da ist ein schneehaufen vor dem haus das hier nein weiter oben da weiß nicht ob das schon vorher war aber es sieht nicht so aus wie es das vorher da ja morgens sagt er was auf der mikrowelle vorher Ja. Object Unpilation. Anscheinend war es schon immer so groß. Sieht sehr schlecht aus wie uns. Wir sollten das noch was finden lassen. Wenn ich auch. Hilf mir auch. Hey, wir haben es gefunden. Ja. Ja, es ist gefunden. Selekt all images with protection. Okay, wo sind wir hier? Oh, das war's mit dir. Hi. Hi. Selekt all images with protection. Der fuck, ist das für eine Rätsel auf einmal, Alter? So ein Coucher. Ist du auch wirklich ein Mensch? Ich ja, aber das Ding da nicht. Deswegen kannst du auch das Capture nicht lösen. Das heißt, wenn du es das selber angefangen hättest. Weißt du? Verstehst du? Ja. Ja. Ne? Deswegen kommt es nicht aus der Tür raus. Die Tür öffnet sich nur mit einem Capture. Ja. Das Spinnennetz in der Ecke fehlt. Hat die Tür sich verändert? Weil die Tür immer so ein Muster gehabt? War ja noch nicht rot, die Tür, oder? Äh... Door Anomaly? Door Anomaly? Door Anomaly? Ich meine, es ist eine Tür. Die war doch nicht rot, oder? Object Replacement? Wenn es das nicht ist, dann weiß ich es auch nicht. Können wir direkt nochmal neu starten, sag ich dir ehrlich. Anscheinend war es es schon immer. Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Okay, ich glaube, du bilden musst du dir dann irgendwelche Sachen ein... Wer bist du überhaupt? Was machst du hier? Was bildest du dir ein? Was bildest du dir ein? In der Küche war es schon immer noch? Die Tür? Die war schon immer auch. Was ist jetzt so ein Door Anomaly? Ähm... Eieieiei... Das ist gruselig. Ich glaube, hier ist jemand im Haus. Ich... Oh, ne? Kann aber auch nichts anderes sein. Da rechts ist doch irgendwas hier im Bewegen. Ach, das ist der Scheißfeil. Der Kamerafeil! Er ist eine Anomalität! Kann man den nicht auch melden? Nee, gehst du dir ins nächste Bild. Kann ich immer einen tippen? Ja. Der sah auch schon immer so aus. Sicher? Ja. Bist du ganz schön? Ja. Willst du nicht nochmal nachrufen? Will doch keinen Joker nehmen. Okay. Kann da was auf der Toilette, was rotes? Ja. 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 So ist es. Und was sehen wir schon wieder. Liegt da schon immer ein Bild zwischen dem Fenster? Ja. Da hängt da ein Bild. Das ist eine Uhr. Ja. Das wäre so... Du denkst so, wie groß siehst du hier schon? Jetzt geht es hier richtig los. Das erklärt einiges, oder? Dass ich das will. Hm. Sind der schon immer ein Handtuch bei den grünen Dingern? Ja. Okay. Okay. Sorry ehrlich, ich will das jetzt auch heute einmal shoppen. Ansonsten hören wir nicht auf damit. Kein nennt man das auch Gästehandbuch. Warte. Ich glaube wir kriegen gleich wieder eine Warnmeldung. Wir haben bisher doch alles gefunden. Außer die drei Sachen die uns letztes Mal umgebracht haben. Ja, hier ist irgendwas wieder anders. 100%ig. Die Schneeschippel war da schon vorher, ne? Ich weiß aber nicht, ob das hier vorher da war. Links neben der Tür. War da schon immer so ein Stiel? Keine Ahnung. Boah, schwierig. Da war die Warnmeldung. Das vor 3 Uhr morgens. 3 Uhr morgens. Ja, also ich bin dafür, dass wir das nochmal neu starten. Ja, ich glaube, das wird's gleich automatisch. Hier haben wir Object Provement. Die beiden Sachen haben sich getauft. Stoß da unten und links. Das ist schon mal Anomalie Nummer 1. Jetzt fehlen noch 2. Das Licht ist am Flackern. Das ist Anomalie Nummer 2. Das ist normal. Und dann haben wir noch irgendwo eine dritte Anomalie. Die wahrscheinlich hier draußen irgendwo ist. Guck mal irgendwie da hinten in den Wald rein, oder? Ich kann das ja eh nicht sehen. Ich seh da aber auch nicht. Ich kann das ja nicht sehen. 25 Jahre lang fast zu Ende. Der Scheiss Yard? Die Yard. Die? Das ist eigentlich scheißegal, weil es ein englischer Begriff ist. Der Garten. Die Yard. Natürlich. Das ist ein englisches Wort. Hey, warte, da oben hat sich was getauscht, oder? Hier? Auf dem Regal, auf dem unteren, die grünen Dinger, oder? Nee, eins war außen, eins war innen, das war schon immer so. Echt? Waren nicht beide innen? Nee. Es sei denn, es war umgekehrt, dass das außen war und das innen, aber... Irgendwas sieht da aus, als wäre das anders. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber irgendwas sieht anders aus. Also gemufft hat sich da nix. Ich gemuff aber mein... mein ass. Move your ass. Davor hier ist wieder irgendetwas. Ja. Und mein Arm stirbt gerade wieder ab. Soll ich klicken? Nein. Aber du könntest mich da hinlassen. Warum darf ich nicht klicken? Weil du zu langsam bist. Und wenn wir dann irgendwas sehen, verkacken wir deswegen. Und ich sehe auch trotzdem nix. Soviel zum Thema, ich bin zu langsam, wenn du nix siehst. Nee, wenn wir was sehen, bist du so langsam zum Klicken. Der Stuhl ist dieses Mal da. Bild auch und Holz scheit auch. Das ist es nicht. Wir sind gleich krass. Glaub ich auch. War das Kisten schon unter der Decke, der auf dem linken Bett? Ja. Ach ja. Sind wir blind. Weil wir sind zu viert, ne? Was übersehen wir? Wir haben einfach acht Augen. Man sagt ja immer zu Kindern, die scheiße bauen, man braucht acht Augen für euch, ne? Wir haben acht Augen und wir schaffen es trotzdem nicht. Ja, das heißt entweder Kinder sind nicht so schlimm. Oder wir sind keine gute Eltern. Ist unten die Tür ein bisschen auf? Ja. Ich weiß aber nicht, ob es das schon vorher war. Objekt-Provenant. Vielleicht auch Door-Anomaly. Je nachdem, wie man es handhabt. Oh. Sehr gut. Gucken wir mal, nehmen wir mal zu. Das Bild hat sich hier verändert. Die Oma ist weg. Es können keine zwei Enomalies in einem Raum sein. Also nicht gleichzeitig. Habe ich zumindest noch nie gesehen bei, äh... Observation duty. Es ist hundertpro... Irgendwas in diesem scheiß Yard. Hundertprozentig. Du kannst dich noch dran erinnern, da war da doch dieser Pfeil von Schnee. Das sind jetzt so Stöcke. Waren die vorher da? Das hat du vorher auch schon gesagt. Ja, du fragst erst, was ist das da? Sind das... War das schon vorher? Ja, ich weiß ja, ich kenne nix. Diese Stöcke. So, und dann... Es kann auch sein. Dieser Schneepeil, ist der neu? Da war vorher dieser Schneepeil, jetzt in der Stöcke. Gleich wieder. Ihr seid Assholes. Da, wo die Stöcke sind, da ist auf einmal ein Schneepeil. Ihr seid auch so Schneepeile, Alter. In ein Schneepeil. Was geht hier ab? Jetzt scheint es ja. Da ist hundertpro irgendwas. Soll ich uns auch Observation duty mal unterladen? Ja. Ja. Wir müssen auch so ein bisschen hin. Observation duty. Gucken wir mal ein Horrorfilm. Ich weiß gar nicht, hast du Zugriff auf meine Bibliothek? Ja. Ja, dann hast du ja alle sechs Teile. Mhm. Sieben. Also sieben ist Demo, aber... Mhm. Kommt bald raus, ne? Ja, aber man weiß noch nicht wann. Ich glaube, wahrscheinlich hat der die Demo schon veröffentlicht, damit man im Oktober halt schon was zum Spielen hat. Mhm. Ja, ich glaube, wir verkacken jetzt gleich. Nein, nein, wir finden noch was. Drei, zwei, eins, null. Letztes Mal, als es mit dem Unterzählen gut funktioniert. Mit dem Papier. Und wo ist hier irgendwas im Yard? Weil du bist schon immer da. Ist das nicht durch? Ganz durch? Hier vorne? Nein, das ganz hinten. Das hier? Sehr, sehr, sehr. Keine Ahnung, das ist aber schon sehr, sehr lange Dach. Nee, ganz vor schon vorher. Ja? Ist hier irgendwie anders? Mhm. Anscheinend schon. Echt? Aber was denn? Es steht immer noch gleich. Hä? Ich weiß nicht. Es steht auch gleich. Ich habe gesagt, das Image ist anders, aber sie sehen auch gleich aus. I don't get it. Ich habe da nichts gesehen. Also jetzt kein... Wo der Fernseher steht, unten die Fächer, die Schränke. War da eine Glastür vor? Ja, ja. Die war einmal weg. Das war eine Anomalie. Achso. Ja. Die Glasflasche vor dem Bild. Ah ja. Ich sehe nicht, wo du hast deine Anomalie. Aha. Extraoblück. So hört sich das. Das ist schmisch. Das ist schmisch. Das ist schmisch. Fortnux. Und wie ist es jetzt? Was ist das? Das ist wieder hundertprozentig irgendwas. Das ist im Jahr. Der Hund. Samo-Hund. Nico leuchtet. Oh. Was ist das hier für einen Schratten? Oder das war schon vorher da? Ich glaube ja. Ich meine, das war von der Lampe wahrscheinlich, aber die sieht mega komisch aus. Oh. aber nicht City-Treffen. Noel sagt, er hatte das Gefühl, dass das letzte Mal deine Kollegen wohl nicht so Bock auf ihn hatten. Du meinst mal auf der Feier oder was? Ja. Nee, überhaupt nicht. Hat sich das hier vielleicht verändert? Nein. Andere Farbe? Farbe? I don't know. Einfach mal ausprobieren. Nee, also wenn er den Eindruck hatte, dann... Also ich wüsste jetzt nicht warum. Er hat ja nichts gemacht. Das ist ein Bügeleisen. Wo die Uhr steht. Was gehört das denn dahin? Ja, das gehört dahin. Aber es ist ein Bügeleisen. In der Küche. Warum der Bügelpfad? Ah, der Eimer. Eimer? Ah, ja. Der Doppeltgestapelte. Mal zurück. Hier siehst du sowieso nichts. 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 Nichts fehlen. Nichts. 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 hier ist 100 pro ist hier irgendwas der schlüssel zum jahr er ist nicht mehr rot objektive placement das rote buch kotzt mich da auch an ich weiß nur nicht schon sehr lange da aber ich weiß nicht von anfang an die stadt essen denkt darüber nach obdachlose für aufräum arbeiten mit bier zu bezahlen mit bier in amsterdam bekommen 20 obdachlose kommen 20 obdachlose die dort einen park säubern aback bier ein warmes mittagessen und geld und das soll richtig gut funktionieren und amsterdam ist scheiße sauber so und das ding ist halt so das ding ist unterstützt sie ja nicht damit zu sehen weil selbst wenn du den geld geben würdest für mir ist er eh für bier ausgeben kannst du auch direkt mit bier bezahlen und die können das noch von steuern absetzen und so und hast dann praktisch auch günstigere arbeiter so gesehen das ist schon ein schlauer ausgebilder wir haben jetzt durch verkackt das sind die cool das hier durchschaffen und guckt die ganze zeit auf sein irgendwie der boden von der lampe das ding ist irgendwie nicht so mein das ist irgendwie anders das war schon beim bett waren die das schon hier unten ja so scheiße ja hier oben ist was extra hat sich die box hier bewegt die große hinten im schrank ist größer ne ich glaube ich schon vorher rechts ne ne ich stand nicht oder fehlen hier bücher oder sowas ich glaube die ist größer ja bücher bücher doch bücher können das fehlt was aber war das auch die bücher ja da waren vorher mehr irgendwas sieht doch komisch aus was ist das rift ja rift im angry way aber nicht wie bei fordman ne anomaly fix ich glaube jetzt müssten wir es geschafft haben anomaly gefickt riko denkt wieder pervers nein nicht pervers z äh we jesus ja jaja 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 Da muss man einfach seinen Arsch ins Gesicht gelern. Ja gut, auch wieder zum anderen Game. Ja. Ne, du nächst, du spielst weiter, ne? Eieieiei. Warum ist denn? Home sweet home. Ich hab was in der Hand, ich kann nicht spielen. Nein, wir wollen nicht in VR. Oder willst du in VR? So, kannst du auch mal bestellen. Erstmal wieder von... War sogar noch auf dem Speed Home. Hey, ich hätte doch Observation Beauty... Ne, es ist Observation Beauty. Ha! Nicht, das passiert. Home. Speed Home. Fertig. Genau. Die Aufnahme. Und Speed Home. Das ist... Out. So, wer Kokos? Ich glaub, du kannst dich bewegen. Ich so. Ich hab mich an den Ort nicht erinnert. Ich war so... War ich hier schon? Kommt da noch was? Kommt da noch was? Nein. Diese Pause ist gewollt. Hast du da nicht hergekommen? Ich glaub, ich weiß es nicht mehr. Ich hab keine Orientierung. Ob du die Tür aufmachen kannst? Ja. Nee. Ja, das wird mir bekannt vor. Doch, doch, doch. Aber wenn's dir bekannt vorkommt... So das hier. Und da geht's. Manchmal geh ich auch Treppen runter. Auch nur manchmal. Ja. Meistens geh ich sie eher hoch. Bin zu zweit im 27. Stock. Ich geh sechsmal die Treppen hoch und geb sie dann zweimal wieder runter. Den Rest springen. Ja. Hm. Uppe, wir müssen einen Schlüssel finden. Mhm. Oder den Feueralarm betätigen. Genau. Das müssen wir bestimmen. Alarm! Nee. Das sieht vielversprechend aus. Der hat der Licht. Jay! Comic! Schlüssel zum ersten Stock. Notiz des Dienstoffiziers. In letzter Zeit musste ich nachts oft durch die dritte Etage. Falls ich den Schlüssel nicht zurückgebracht habe, bewahre ich ihn im Tresor in meinem Büro auf. Polizeihauptmann Bunter. Na gut, aber wir haben ihn ja noch. Hier. Der erste Stock müsste ja ganz unten sein. Leiden, es geht um den Schlüssel zu dem Raum. Hm. Vielleicht finden wir den ja im ersten Stock. Es kann sein, wenn das Büro da unten ist. Was machst du denn da? Nummer eins. Also da müsste doch nicht klappen. Hast du keinen Weg nach? Der Router ist da vorne. Ah, ich hab den Schlüssel ausgemacht. Eventuell liegt das daran, dass du kein Internet hast. Das kann gut sein. Toll, da ist jemand auf dem Klo. Hello? Wir kommen jetzt rein. Schon noch keiner. Hast du die zugemacht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe geguckt. Ja, da bleiben wir lieber weg. Sorry. Wir wollten sie nicht stören, aber wir können doch abschließen. Toll, jetzt bist du auf der Männertoilette. Nico, ich wusste gar nicht, dass du deinem Hund beigebracht hast, aufs Klo zu gehen. Wieso? Ach, weiß ich auch nicht. Nur so. War das was? Spezialausgabe Einsicht in die Präter. Was ist das? Ein Präter ist eine Art Geist, vor allem bekannt durch den Buddhismus, Hinduismus und weitere verwandte Religionen. Man sagt, er wäre ein Geist, der unendlichen Hunger und Durst erleide. Manch einer nimmt an, dass Menschen, die zu ihren Lebenszeiten Todsinn begingen, wie beispielsweise Diebstahl, als Präter wiedergeboren werden. In Thailand ist die Annahme recht verbreitet, dass das Verletzen der eigenen Eltern ebenso zu einer Wiedergeburt als Präter führt. Ein Präter wird für gewöhnlich umschrieben als eine große Kreatur. Hoch wie eine Palme, Hände so groß wie Palmfächer. Ein Mund so klein wie ein Sandkorn. Er ist dazu verdammt, sein Leben lang unter seinen begangenen Sünden zu leiden. Also das war der, der uns da verfolgt hat mit dem roten Auge. Was heißt hier ein Leben lang? Er ist tot. Ist das irgendwie... Naja. Ja schon. Mhm. Glaub nicht. War ich doch. Ach doch, man kann ja im Kreis gehen. Ja. Alle Wege führen nach oben. Wie auch noch nie, ne? Ne. Das war in dem anderen Spiel. Achso, stimmt. Da musste man alle auch machen. Niko, wir spielen Jauraspiele. Kein Instagram. Was sollen denn unsere ganzen Null-Zuschauer denken, hm? Ich frage, frag sie doch. Wir haben ja auch schon eine Textnachricht bekommen. Frag sie doch. Ob das für die in Ordnung ist? Wenn das für euch nicht in Ordnung ist, dann schreibt einfach nichts. Schreibt einfach, so viele können. Nein, nein. Ich habe hier die Ansage gemacht. Niko, es kommt keine Antwort. Niko, es kommt keine Antwort. Verschreibung. Ein Schraubenzieher. Ist das ein Schraubendreher? Es kommt darauf an, ob du die Schrauben ziehen oder drehen willst. Ich weiß nicht, wenn die längs sind, ist das ein Schraubenzieher, wenn das ein Kreuz ist? Ich glaube, das ist einfach nur ein Synonym, aber ich weiß es nicht. Gibt es nicht Kreuzrauben und Schlitzrauben? Ja, Kreuz und. Und ich glaube, das andere ist halt nur Schraubendreher und Schraubenzieher sind wirklich einfach nur Synonyme. Okay, jetzt habe ich einen Schraubendreher, Zieher, Schlitz. Schlitzen? Kann ich jetzt damit machen. Wir haben etwas, womit wir Schrauben lösen können. Das wäre mal ein lustiger Gag in einem Spiel. Oh, wir finden etwas. Oh, scheiße. Es ist eine Kreuzschraube, aber wir haben einen Schlitzschraubenzieher. Ja, schade. Jetzt können wir das nicht öffnen. Habe ich hier was? Ich habe das alles, ne? Hier, ja. Ne, ähm... Da ist unser Notizheft! Wo ist das denn? Das hat Nico nicht gefunden! Ach so, warte. Hier. Da können wir die ganzen Sachen nochmal... Also brauchen wir jetzt nicht, aber das sind... Aufgaben, wir haben keine. Der Nico ist ganz woanders. Der hat nicht mal Kopfhörer auch. Der kriegt gar nichts mit. Siehste, Nico, wir können doch die Sachen nachlesen. Ich kann das nicht. Wie denn? Weiß ich nicht, ja. Die nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Warte, muss ich wieder durchzitten. So, ja. Hier oben. Ach, das war mit Y, ne? Ja. Kann ich jetzt mal aufstehen? Nee. Ach, hast du auch... Ich stimme jetzt so in real life vor. Die kann ich auch sehen! Ne, so nicht! So auch nicht! Verdammt! Ach, hier kommen wir schon. Ich weiß, Sache durchgegend. Ich schaff's nicht aufzustehen. Sind wir schon wieder im Kreislauf? Hä? Sieht so aus. Oder ist es eine andere Etage? Oh, die Toilettentür ist jetzt offen. Kannst du selber so benutzen. Erstmal gucken, ob er auch abgezogen hat. Hat sie aber nicht sauber hinterlassen? Hat das denn jetzt gebracht, dass ich jetzt... Doch. Das weiß keiner. Ah. Das Spiel... Aha, da geht's weiter! Das Spiel ist doch fuck you! Haben wir dich dran gekriegt. Ich versteh's nicht. Und jetzt ist der hier weg? Ich denke, also... Ist das nicht... Ist das nicht... Ist das nicht... Oh... Ist das nicht... noch irgendwo ein Schacht oder so? Nee, hier habe ich einen Schlitzschraubenzieher-Dreher gefunden. Ja... Ja... Da kommt man nicht hin. Hm... Hm... Oder ist auf der Toilette irgendwas? Guck mal, immer aufdrehen, ne? Habe ich ja schon. Ach, ist nicht schön. Dann sind wir auf der Toilette gelandet. Hm... So einmal im Kreis. Ist da vielleicht irgendwas anderes noch, was du mitnehmen kannst? Irgendeinen Augen? Ich gehe mal davon aus, wenn uns so ein Ding schon zur Toilette führt, dass irgendwas auf der Toilette ist. Ja... So besonders der eine Typ, der war ja hier auf der Toilette und jetzt ist er weg. Vielleicht weiter oben, so an der Decke oder so? Hm... Wo kommt er jetzt runter? Ah... Vielleicht steht was an der Tür. Nee. Da ist auch nix. Die Toilette könnte mal sauber gemacht werden. Ja... Schätze... Wird es jetzt auch komisch finden, mich als du die ganze Toilette aufzuhalten? Ja, eigentlich ist es ein roter Punkt. Wollen wir die Kürzen? Jetzt bist du einig müssen. Ja. Was ist das? Da kommen wir auch nicht dran. Nee. Wir können auch nicht kürzen. Jetzt? Ja. Was ist da unten drin? In Fachkreisen nennt man das auch Abfluss. Abfluss. Hm... Achso, wenn einer auf dem Boden... Was ich als... Als sogenannten schwarzen Punkt auf dem Boden wahrnehme, ist anscheinend kein Abfluss. Wenn einer auf dem Boden gemacht hat... Hier, hier hab ich was aufgeschwärmt. Und deswegen vielleicht auf der Männertoilette? Du bist ja... Du bist ja da... Ja, du bist ja da rausgekommen. Da ist auch nix. Nehm einfach die Toilette. Sonst geh vielleicht nochmal durch den Schacht. Vielleicht hätte man das auch von der anderen Seite aufmachen müssen. Achso, vielleicht hättest du von der Toilette da durchgemust. Und du hättest eigentlich gar nicht in dem Raum sein dürfen. Du hättest eigentlich nicht. Who knows? Guck mal, die kann ich ja nicht öffnen. Oh, da ist eine Onyx. Wie fallen dir. Wie erzählt die Jeze? Das ist noch ne stockzum. Wie lebtью. Wie läser wird das Pferd. À, das ist ja schon. Du wie lebt. Das ist noch nicht hier. und die nicht vorher auf da sind wir auch im kreis gelaufen jetzt bin ich sehr verwirrt da hinten die tür das war die aber irgendwas muss doch da sein die sache ist da ist ja auch noch ein fenster wo man durchgucken kann kann man da vielleicht von dem anderen raum da irgendwo noch rein hier noch irgendwo was zum aufschrauben rechts vielleicht vielleicht oder wir müssen auf eine ganz andere etage da war ja eine tür in der wir nicht reingehen konnte vielleicht muss ich die auch aufdrehen den schlüssel haben wir nicht gefunden oder dann würde ich sagen das ist wahrscheinlich auf irgendeiner anderen etage was das andere war blockiert das hört sich doch gut an auch die tür ist gerade zugegangen ist schon wieder weggekommen kommen wir da irgendwie also die ist auf jeden fall zu aber können wir da links rein das ist nur die notiz wo es heißt wir sollen in seinem büro kommen oder kannst du da unten den schacht aufschrauben an der tür ne an der wo du gerade warst da ne ne ja ne also bisher war das spiel ganz klar was man machen muss dann machen wir ne pause und starten wieder rein und wissen überhaupt nicht mehr was abgeht geht bestimmt auch nicht mehr auf oder aber da war da natürlich ne da war da natürlich ja doch dort sind wir ja hergekommen oder ne ne nico was sind so deine vorschläge ich weiß gar nicht wie wir sind selber nico checkt überhaupt nichts mehr was spielen wir überhaupt nico god machen wir mal an die türklinchen ne öffn wir haben ja keinen schlüssel das ist ja unser problem da müssen wir wohl irgendwie irgendwo müssen wir ja rein kommen aber geht die andere törer auch ne ne wir müssen das büro von dem einen typen finden denn da soll der schlüssel für die dritte etage sein also ein büro sieht's hier aus ne Also ihr habt ja den Raum hier mit dem Schraubendreher aufgemacht, ne? Nein. Nicht den Raum. Ne, die Lupe. Welche Lupe? Wenn du links tockst und dann rechts. Aber die Sache ist, zu beiden Orten, sowohl zu der Toilette als auch in diesem Raum, kam man schon ohne den Schraubenzieher. Weil die Tür halt offen war. Deswegen ergibt das halt keinen Sinn. Dieser Schraubenzieher hat uns im Endeffekt nichts gebracht. Ne. Aber da muss... Nein, irgendwie... Wahrscheinlich müssen wir da irgendwie rein, aber wie? Wir nehmen den Stuhl und schlagen einfach auf die Scheibe ein. Dann kommen wir wieder zurück, ne? Wir müssen ja entweder in den verschlossenen Raum da, oder in den verschlossenen Raum da rechts. Weil ich glaube nicht, dass dieser Schraubenzieher jetzt für überhaupt nichts nützt. Das wäre ja dumm. Das ist ein Tresor. Da ist der Schlüssel drin. Ja. Haben wir irgendwo ne Nummer her? Ja. Turnaround. Hier war gar kein Code, ne? Einfach raten. Das hat doch gerade grün geleuchtet. Ja, da ist Null. Und so setzt du zurück. Ja, aber wer wäre gar kein Code? Ich glaube, du kannst deinen Code selber erstellen. Ne, ne. Wir müssen schon den Code einnehmen, damit es aufgeht. Was steht denn da an der Tafel? Ja, das kann ich nicht lesen. Dann vielleicht doch irgendwas auf der Toilette? Oder in diesem Archiv da, weil irgendwas muss das ja gut gewesen sein. Ich verstehe halt nur nicht, warum diese Tür schon vorher offen war. Ich verstehe nicht, warum das auch ... Oder ist irgendwas da im Spiegel vielleicht? Oder doch auf irgendeiner Toilette vielleicht an den Türen, wenn du da reingehst? Aber dann wahrscheinlich da, wo das Monster war. Das Problem ist, das kann man extrem heiße sehen. Ne. Das Monster war eigentlich auf der anderen Seite. Ne, ne. Also schon da auf der Toilette, nur in der anderen Toilette aber. Mhm. Ich könnte mich einfach nicht da holen. Guck mal. Was ist da so Zeichen für? Das sind thailändische Schriften. Ja, vielleicht sind das andere Zahlen. Vielleicht ist da eine einzelne Schrift besser dran. Das ist aber nur die erste Etage. Ne, ist auch auf der dritten. Und was war hier oben? Alter Schraubenzieher. Ich glaube, es muss irgendwas auf der Toilette sein. Weil warum sollten uns der Gang sonst da hinführen? Ich weiß nicht, der Dillengang hier. Ja, dieses Loch, das ist ja nicht ohne Grund für uns die Toilette. Ist das mal ein Zeichen? Meinst du das Loch hier? Ja. Ja. Da sind wir, also hier sind wir ja rausgekommen, als wir den Schraubenzieher benutzt haben. Deswegen muss das doch da irgendwo sein, oder nicht? Hat's nix. Ist da links an der Wand? Hinter dir jetzt? Ne, das ist so lecker. Ne. Das ist so merkwürdig. Im Spiegel auch nicht, ne? Ne. Schein mal auf den Spiegel. Ne. Da kann man nix erkennen. Auf der anderen Toilette im Spiegel wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne. Ich verstehe ja nicht. Wir waren ja zuerst in diesem Raum. Und sind dann, haben dann das Ding da aufgemacht in Richtung Toilette. Wie sieht's denn aus? Da ist so ne Plakette rechts jetzt, äh, hinter dir. Mit so Polizeiofficers und so. Ne. An der Wand. Rechts. Da. Dieses Foto. Steht da irgendwas drauf, was uns weiterhilft? Ne. Können wir uns das angucken? Auch nicht, ne? Ne. Ist irgendwas in den Notizen? Sind die Tagebücher? Die helfen uns überhaupt nicht. Die haben wir ja nicht hier gefunden. Der Zeitungsartikel höchstens. Welcher Zeitungsartikel? Geisterstudentin wahrscheinlich. Ja, oder? Ja, klick da einfach mal drauf. Da sind ja vier Stück. Da hatten wir ja auch nix gefunden. Ne, Geisterstudentin, die hatten wir ja schon. Wir sind jetzt bei... Ist der ihn gekommen? Ne, das hier, glaub ich. Ja, das haben wir doch gefunden vor kurzem. Ja, dann dreh das mal um. Da ist auch nix. Weil man da sind auf jeden Fall Nummern. Ja. Aber da ist nix eingekreist. Der Rückseite vielleicht? Da ist ja nix, was auf die Nummer schließen lässt. Vielleicht im Text, warte. Den Zeitungsartikel haben wir auf jeden Fall auf der Etage gefunden, aber da sind auch keine Nummern. Jetzt mal irgendwas in dem Raum. War da vor dir was auf dem Boden? Hier? Nee, weiter rechts. Dann neben... Also... Da sah es grad aus. Aber nee, ist nicht. Muss ja irgendwas sein, womit man sehr wahrscheinlich auch interagieren kann, wenn die Nummer nicht fett irgendwo steht. In der Tafel steht ja auch nix, was man lesen kann, ne? Was ist denn da unten rechts? Am Schreibtisch. Da. 6, 8, 9. Ich kann das gar nicht erkennen. Das ist auf jeden Fall nicht 6. Kann aber auch nur in 10er Schritten weitermachen. Oder kann es auch in 1er Schritten. Wenn du hoch oder runter macht es vielleicht... Ne. Das sind ja die... 99. Ist das dann vielleicht umgekehrt? Warte mal, geh nochmal da zurück. Dann wäre das nämlich... Wenn man drauf steht 60, 80, 90. Das ist... Bisschen also 90, 80, 60. 90. So. Was ist denn da? 80. Einfach eins in die andere Richtung machen können, aber ja. Geht nicht. Dann gibt es ja ganz interessant. Achso, dann ja weiter. 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 Ja. Noch eins. Da. Ja. Und 60. Ist das aufgegangen oder was falsch? Ne, ist falsch. Dann machen wir 60. 80. Ja. 60, ja ne? Das ist 80, ja. 90. Hä? Ach, warte, warte. Wir haben beide Reihenfolgen ausprobiert. Ja, warte, wir machen das nochmal. Das muss auf der gegenüberliegenden Seite vielleicht sein. So, auf der gegenüberliegenden von... Ja, aber was denn dann? Von 60 oder unten? Ganz unten. Das wäre dann 10. Noch ein 10. Achso, ja. 10? Ne, noch zwei weiter. Das ist 10, ja. Dann... 30. Und 40. Oder umgekehrt. Dann 40 zuerst, ja. 30. noch eins, ja. Und 10. Noch eins, ja. Und 10. Aha. noch eins, ja. 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 Auf die dritte Etage. Jetzt machen wir durch den Lüftungsfach. Dafür haben wir den auch gemacht. Ja, jetzt macht das auch Sinn. Was? Nee. Erst mal in mein Heft gucken, um zu gucken, wie ich da durchkomme. Leuchtet ihr? Niel beugen, okay. Hier, ne? Mhm. Ich muss auf die Tür klicken. Auch kein Salam. Ist das Jane? Jane! 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 Folge ihr. Nicht, dass sie mich aber wieder mit dem Messer angreift. Ach. Ist doch nur ein Liebesbeweis von dir. Weiß ich nicht. Janes Tagebucheintrag vom 4. Mai 2013. Vorderseite. Jedes Mal, wenn ich mich hinlege, finde ich mich an diesem seltsamen Ort wieder. Ich hatte gehofft, die Schlaftabletten könnten mir helfen, die Nacht ohne diese furchtbaren Albträume zu überstehen. Rückseite. Da müssen Ratten im Treppenschrank sein. Haben sie das Geräusch verursacht? Macht nur weiter so und ihr endet in einer Mauseverlacht. Das verspreche ich euch. Ich finde gut, dass die Albträume mit P geschrieben haben. Ich weiß, man kann es mit P und B schreiben, aber ich finde es mit P irgendwie passender. Da liegt noch was auf dem Tisch hinter dir. Achtung. Oh, was? Ivory According to both Thai and foreign beliefs, ivory is seen as the symbol of authority, purity and auspiciousness. Thai beliefs differs when it comes to owning ivory. The belief is that Thai ivory has a holy spirit that protects it. Therefore, it was popular to place the ivory in a church or temple for worship. It was also popular to present Thai ivory to one's master as a gift in return for helping one overcome their obstacles and enemies. Nowadays, ivory is used to decorate the altar or the living room or carve into delicate jewelry and talismans. Because ivory is very precious and demanded, many elephants in Africa, Asia and other regions are hunted for their tusks. As a result, wild elephant populations are dramatically decreased and the species is now endangered of extinction. Thailand and many other countries has since made the possession of ivory illegal. Oh, that's interesting. Not only the elephant is illegal, but even the possession of Elfenbein. Elefantenbein. Elefantenbein? Elfenbein? Ach, Elfenbein. Ich bin natürlich einer von den Elefanten, ne? Ja, ja. Elefantentein. Die sollte man vielleicht auch nicht besitzen. Ne. Ne. Was hast du denn da für eine schöne neue Statue? Ist ein Elefantenbein? Ja. Haftbefehl Herr Pichai Manapaibun. Melderegisterauskunft. Identifikationsnummer bla. Vor- und Nachname Herr Pichai Manapaibun. Alter 24 Jahre. Geschlecht männlich. Wurzert. Am 11. April 1978. Staatsangehörigkeit. Thailändisch. Adresse 9903. Interessant. Mu 8. Was auch immer Mu 8 bedeutet. Wahrscheinlich auch noch zur Adresse. Ja. Er hätte 8 früher. Mu 8. Hat 8 mal gemuht während der Verhaftung. Ja. Hallo. Die Etage scheint noch nicht so ganz fertiggestellt zu sein. Der Leiter. So. Sehen. Sehen sie nichts. So. Schon wieder ein Trittmaus. Jetzt noch eine Abkürzung. Sind wir im Kreis gelaufen? Ja. Why? Was haben wir wieder übersehen? Hm. Kann das nicht? Mh. 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 Oh was steht da? Der Plan zur Verhaftung der Motorrad Gang. Mh. 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 ich denke hier fahren meine radio von das glaube ich immer noch im raum das ist genau das was der wieder vorliest und jetzt nicht mehr. Ist das wichtig? Ich denke nicht. Und wenn, dann können wir ja immer nochmal zurückkommen. Ich meine, wir können uns höchstens merken, dass jetzt irgendwie so eine Art Telefonnummer oder sowas stand. Also wenn wir irgendwen anrufen müssen, dann wahrscheinlich, aber das ist natürlich. Hm, aber damit können wir nichts machen. Äh, ja. War das schon vorher offen? Gucken. In die ewige Finsternis. Nein. Oh ja, süß. Eine schöne Rohbauebene, aber ansonsten. Der Rohbau. Jetzt Feueralarm auslösen. Das hätte mich auch sehr stark gewundert. Hm. Ja, aber wir sollten doch da Jane finden. Wo ist die denn hin? Hm. Die war doch da hinten. Irgendwo haben wir sie doch reinlaufen sehen. Also wir haben sie da gesehen und die ist dann da nach links gegangen. Dann müssen wir doch da irgendwas finden. Ich weiß nicht, ob die in den Raum hier reingegangen ist. Oder eins weiter. Ja, einfach Jeff Bezos, sein Konferenztisch. Ich glaube, die ist da nach links gegangen. Also da hin. Können wir das Ding irgendwie wegschieben? Ja. Ja, da können wir auf jeden Fall irgendwas machen. Ach, da müssen wir bestimmt den Kran von oben benutzen. Ich geh auch kurz pissen. Also jetzt halbt's. Ja. Ja. Ich brauche nicht das Mikrofon abreißen. Läht das Mikrofon abreißen. Ja. Das ist mein Strombau. Ja. Das wird ein... Da. Müssen wir das da dran befestigen? Und dann wieder hoch? Und das Ding hochziehen. Wir brauchen einen Helfer hier eindeutig. Ich glaube, wir sind auf dem Weg. Ich glaube, irgendwas kommt da. Ja, da musst du jetzt halt warten, ne? Das ist... Priorität. Wir haben keine Zeit. Irgendwas will uns umbringen. Ja, das muss halt warten. Das wäre jetzt aber auch fies, wenn das Ding jetzt da jetzt auf uns draufkommt. Ich hab irgendwie das Gefühl, da kommt wieder der große... Ja. Oh Gott, hilf mir. Oh Gott, hilf mir. Erstmal das Buch zu Rat ziehen. Was tun, wenn man gestorben ist? Aber eigentlich müssen wir doch jetzt wieder da anfangen, wo wir da... Ja, ich glaube auch. Das müsste ein Checkpoint gewesen sein. Ja. Oder auch nicht. Du hast das Spiel kaputt gemacht. Töntet die Art, hast du nicht? Die Maus. Ja. Was soll ich hier damit? Okay, die Maus funktioniert auch nicht. Oh, das funktioniert. Okay. Boat mal. Okay. Loading. Mal ganz von Anfang. Ach, nee. Okay, bücken, ne? Bücken. Nee, das war's nicht. Nee, warte. Jetzt hab ich's. Aber gut, dass er in die andere Richtung gerade guckt. Hier ist wahrscheinlich nicht offen. Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich glaube, ich muss, ne? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. 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 Will der denn von uns? Nee, 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 nee. Ich seh dich nicht, du siehst. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Du bist gut. Nee, nee, nee. Was are you looking for? Mm, 힘들. Was alt? Nee, nee. Ist es wohl warm hier drin? Ja. Schon ein bisschen frisch. What have I been looking for? Ich bin just flüssig. Bring sie, fuck. Gott, hilfe! Ich glaube, wenn es läuft, jetzt muss es schnöpfen. Hi. Hier ist nichts, ich weiß nicht, was du da siehst. Nein, da ist überhaupt nichts. Ich glaube, er weiß, dass du da bist. Nein. Was dann, wo du? Du musst jetzt, glaube ich, zum nächsten Strang laufen, wenn er da gerade nicht hinguckt. Jetzt? Ich glaube, das war der falsche Zeitpunkt. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf komme. Ich weiß nicht, was da drauf wäre. Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, was wir da drauf haben. Ich weiß nicht, was wir da drauf machen müssen. Das ist ein kleines Mächter. Ich habe ja wohl viele Pegelüter. Ich weiß nicht, was wir da noch machen. Und wie ist denn noch Räucherstäbchen? Das ist eine gute Frage. Eigentlich war das voll mit Wut. Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Also eigentlich habe ich ihn gewaschen. Eigentlich wirkt es ihn dann weins. Oder ich lasse ihn auf dem Waschmittel. Lass es noch, Frau Schuli riechen oder was. Nein, nein, das wirst du nicht. Wirst du nicht. Wirst du nicht. Du schaffst das! Kein Problem. Jetzt schnell rum. Ganz, ganz schnell. Ne. Oh boy. Nein, nein, nein. Doch kam kein Ding. Wisse, klag doch. Und jetzt ist der Punkt, wo... Wirst du sagen, sobald er wegguckt? Also wirklich. Sobald er jetzt wieder zur anderen Seite guckt, musst du rüber. Welche andere Seite? Jetzt! Ja, perfekt. Kommt er wahrscheinlich wieder mit? Ich bin sicher, ne? Ja, weiß ich nicht. Der hört sich noch ziemlich laut an. Aber vielleicht schon. Das Licht fällt ja nicht da rüber. Das ist ja. Fällt nicht drauf einzurennen. RETTEN! Huch! Ja, ich glaub da muss er aber wahrscheinlich werden nur... Ja. Du bist schon auf der anderen Seite, oder? Ja. Boah, guck mal. Du hast einfach den Checkpoint direkt freigeschaltet. Ey, du hast sogar... Oh Gott! Ducken! Nein! Scheiße! Mein Gott! Wah! Das ist doch auch so gut. Ducken, rennen! Meine Hände schwitzen. Oh, das passiert. Das ist doch aufregend. Ducken, ducken, ducken. Nee. Ducken geht mit mir, Schatz. Jedes Mal. Ducken. Erstmal nochmal nachlesen, wie man sich hin duckt. Ich glaube, dazwischen fällt das nicht mehr, oder? Ich weiß ja nicht, ne? Das müsste man noch sehen, wenn es da rumläuft. Das bleibt doch nicht lange, ne? Das ist auch wieder zu lange für meinen Gefallen. Muss ich nicht da hin? Zum nächsten Tisch wahrscheinlich erstmal, aber jetzt kommt das wieder. Schwierig. Nein, 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 nein. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Naja, hatte ich zwar gesehen, aber... Oh Gott. Ich hab's mal ein Auge zugedrückt. Also, hm. Ich weiß jetzt mal, wie ist denn der hier mit dem Tisch? Aber ich lass sie jetzt nicht. Ich krieg mir das geschlafen. Ich kann ihn sehen, aber er mich nicht. Ich... Perfekt. Der merkt mich. Ich meine, ich muss jetzt erstmal da hinter dem Schwank, und dann irgendwie drüber rum... Ich weiß noch nicht, was da besser ist, ob du direkt... Ach. Nein. Nein, nein, nein. Das ist wirklich. Ja, weil jetzt ist das Problem, weil du jetzt irgendwie rumherum musst. Wenn der nach rechts guckt. Also von dir aus nach rechts. Und wenn das nicht vorbei geht, dann musst du, glaub ich, los. Und wahrscheinlich n... Wann? Jetzt gleich? Wenn er... Jetzt... Nein, 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 nein. Wenn er zurückgeht. Wenn er nach rechts guckt. Ja, aber der geht nicht mal nach rechts. Nee, der geht ja nicht. Ja, doch ein bisschen schon. Aber der geht sehr schnell wieder zurück, oder? Ja, doch da. Ja. Nee. Ja, dann ist er so... Also, sobald du praktisch nach rechts guckst, das Licht verschwindet, musst du los. Ah, nein. Ja, um den Tisch rum. Ja, um den Tisch rum. Aber wenn... Also, wenn er dahin guckt? Ja. Okay. Würde ich sagen. Das ist jetzt nur noch von Mutung. Aber irgendwie... Hä? Aber manchmal verschwindet. Aber ich wüsste... Warte mal geht, Schatze. Guck mal, wenn du jetzt... Warte mal. Oder vielleicht doch... Wenn er nach links guckt, aber... Nein, ich glaube, ich weiß, warum das so ist. Wenn du hier bist, dann guckt der, glaube ich, weiter nach da. Aber wenn du dann schon da drüben bist, denkt der, du bist da drüben. Und dann geht er noch ein Stück weiter nach da, damit... Weißt du dich mal? Guck mal, jetzt geht er weiter, weißt du? Vielleicht von da versuchen zu den anderen Sachen. Ich glaube, das war nicht evil. Hier, ich hab dich umgebracht. Mann, Denise, Mann! Warum stirbst du immer? Ich hab hier verprügelt. Ich verprügelt nicht. Irgendwas häusliche Gewalt. Ja. Also, ich zeig dich an, ne? Du gehst direkt jetzt hier schon wieder da. Achso, ich muss doch hin, ne? Ja. Einfach durch, wenn du zum nächsten Checkpoint. Also, jetzt bin ich wieder da, ne? Nee. Nee. Nee, nimm den Schluch noch weiter. Nee, nimm den Schluch noch weiter. Ja, gerne? Ja. Wie sonst? Dann muss man da hinter die Holz schränken, aber wahrscheinlich... Ne, noch nicht. Vielleicht auch, wenn er nach links guckt. Ich weiß nicht, ob die Zeit ausreicht. Nee, jetzt? Nee, das Licht ist ja noch da. Nee, ich glaube, das ist echt, wenn er nach links guckt. Also, jetzt geradeaus von uns. Aktisch, jetzt müsstest du los, aber... Warten wir mal noch eine Runde. Aber dann müsstest du wahrscheinlich echt rennen. Okay. Dann ist die Zeit zu kurz. Und jetzt. Kann ich mich hier irgendwie hinschnecken? Nee, kann ich noch nicht. Okay, ich muss es schnell machen. Du sagst jetzt. Okay, warte. Und... Jetzt. Wieso steht er dich auf? Weiß ich nicht. Weil du bist... Ja, man muss da echt rennen. Aber das ist die Taktik nur, dass man rennen muss. I believe in you. Üb jetzt einfach nochmal das Hinsetzen und Aufdrehen. Während du noch nicht in Gefahr bist. Nee. Okay. Also, es ist B. Wie viel hindert man? Mach einfach ein paar Kniebeugen. Üben. Das ist... Wir üben. Sie hat dann so... Drainieren. Ich seh irgendwie... Denise in Real Life, wenn sie das dann echt machen müsste, steht sie doch halt mir so... Okay, schon wieder. So ne Scheiße. Erstmal... Jetzt bin ich drauf eingestellt. Okay, wo brennt ich nochmal hier? Auf der Seite oder auf der Seite? Links. Links. Wir bauen noch mal da drängen. Ja. Dann kannst du auf Stelle machen. Sehr gut. Ja, eben. Dann bist du erst noch triggiert. Okay, ich bin jetzt auf vorn rein. Jetzt geht's. Jetzt zeig ich's ihm. Liegespitze fehlen noch. Nie, Beuge, Liegespitze. Schatten rennen. Nie, Beuge, Liegespitze. Schatten rennen. Du, 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 du. Du, du, du. Ein bisschen Schatten boxen darf auch nicht fehlen. Falls du dich dem bekämpfen beschädest, weißt du. Dann kannst du dem Michelle geben. Genau. Das ist ein Plottwist. Eigentlich trainierst du nur, um da zu rennen und dann haut sie ihm einfach so eine rein. Ein Plottwist, das Monster hat eigentlich Angst vor ihr und guckt einfach, wo sie ist. Oh Gott. Ja. Und das Game ist einfach verloren, wenn er sie sieht, weil er Angst hat und dann abhaut. Und dann eigentlich und Sirius dann eigentlich auf die Fresse zogen. Okay. Ich glaube auch nicht. Und los. Okay. So und jetzt kommt wieder der Moment. Genau. Okay. So. Jetzt. Und, na, wir warten noch eine Runde. Warten noch bis zum nächsten Mal. Yes. Nein, 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 wenn er in die andere Richtung guckt. Jetzt. Jo, witziger. Irgendwie. So. Ach, der hat mich nicht gesehen. Hat er auch nicht. Einmal aufgewärmt. Das war das Glück. Das war das Training. In diesem Moment. Hi. Keine Kniebeuge war zu viel. Sie ist weg. Ein Zettel. Spezialausgabe den Weihrauch auf einem der Geschirre. Und entzündet den Weihrauch. Also musst du mit dem Essen gehen. Ja. Dann musst du ihn zu einem Date einladen. Huzzle. Ja. Ja. Willst du mir flammt gehen etwa? Ich dachte, du wolltest ihn auf die Fresse hauen. Ja, sie steht leider auf etwas größere Männer, Nico. Nein. Die Toten. Der hat längere Glieder, hat der, ne? Nein. Ja, Nico. Hast du mal gesehen, wie groß der ist? Glaubst du, was der zwischen eine Beine hat, ey? Meiner ist größer. Aber ist das nicht ein bisschen makaber? Der ist doch so ein Tot. Hase meiner ist größer, oder? Bestimmt. Ich verzweifle mich irgendwie. Wenn du nicht irgendwie so ein Ding da in Obo sagst. Das hier ist eigentlich gar nicht dein Bein. Ich weiß gar nicht. Aber komm, wie eh? Die drei Muskeln übereinander. Ich sag ja, hier ist eigentlich gar nicht dein Bein. Das ist dein Glied. In Wirklichkeit hast du dein Bein schon vor drei Jahren verstanden. Ich glaube einfach auf meine Augen. Ich glaube, er sieht dich. Er hat dich platt gemacht. Also ich glaube, er hat auch ein bisschen Schattenboxen gerichtet. Oh Gott. Er hat trainiert. Auf jeden Fall. Ja, hier haben wir schon gelesen. Also müssen wir jetzt ziehen. Hallo. Was denn? Ich muss es anscheinend lesen. Fällt nur nicht als gelesen. Aber wir haben es ja durchgelesen. Ja, ich bitte um Bescheid. Kennt ihr den schnellsten Leser der Welt? Was ist denn los? Willst du noch mal vor Ort trainieren? Und das auch noch auf einer anderen Rabe? Vergiss nicht an den Kniebeugen. Kann es sein, dass sie wirklich auch unter den Wissen gehen muss? Jane, ich habe keine Ahnung. Sieht nicht so aus, als würde man da drunter her können. Jane, it's me! Keep away from me! Ah! Ah! So, jetzt ist Jane. Nee, nee. Das ist einfach. Das ist einfach. Das ist einfach. Das geht einfach. Nee, ich kann nicht. Ah, doch. Kann ich. Jetzt. Ja, doch. Ja. Hier fühle ich mich. Ja. 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 Hier bin ich ja sicher. Hä? Er gerade so. Er gerade so. Halbwo. Unter dem Tisch. Er so unter dem Tisch. Was mache ich denn jetzt? Wie kann man jetzt nicht hier? Rechts um meine Ecke ist noch ein Tisch. Du kannst so um die Ecke gehen. Also nicht da, sondern... Also wenn du gerade ausläufst und dann rechts. Da ist ein Tisch. Ja. Aber der sieht mich doch. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Der guckt drauf. Der darf mich hier nicht rum. Ah. Nee, hier drinnen gerade nicht. Vor allem nicht mit dem Fenster. Und vor allem glaube ich auch nicht dem Streamen. Ist das so gut? Okay, okay. Schaffe ich. Schaffe ich. Schaffe ich. Der darf doch nicht stehen. Ja, nee. Zigaretten möchte ich auf keinen Fall hier drin. Keine. Ich meine... Oh. Ja, das schon. Nein. Nein. Ja, schon gedreht. Das ist mein Tischchen. Oh. Ich glaube, der ist nicht zufrieden mit den Dates. Ich glaube, er möchte nicht. Nein! Mann! Ich glaube, er hat keine Tische. Ich glaube, du bist für ein Bett, um da durchzuführen. Junge, das ist einfach Denise, wenn sie nichts gegessen hat. Ne, hebt die auch immer Tische hoch. Schlimmer. Na. So, ja, mach ich ihn jetzt. Ich will den Ex-Kalibur. Ich will den Jane. Nein. Geht sie dann auch zu einem 10 Meter großen Monster. Gefühlt? Gefühlt. Gefühlt. So, jetzt renne ich hier zu Tisch, zu Tisch. Was muss ich hier machen? Ach, da hinten. Kannst du rein gucken. Idee. Kannst du rein, kannst du mal gucken. Ja, in dem der Fall der Tische weg. Ja. Und gehen die hin. Muss ich jetzt hier sein, dann? Ja. Aber ein bisschen schneller. Was machst du mit dir, Schatz? Nein, der sieht mich nicht. Nein. Super. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell! Steh auf! Und jetzt? Ich bin schon mal sicher. Ah, da ist was. Das sind Sachen. Das sind Sachen. Das machen Sachen. Wie kannst du Sachen machen? Wie erknüpft man Objekte? Einfach einfach. Ich greife die Hand aus. Also, also. Greife das Objekt. Du musst die Tastatur nehmen und alte Fettung. Nein. Hä? Dann passiert was ganz klar. Ja, dann beendet man nämlich das Spiel. Nein. Nee. Nee. Ist das nicht einfach A? Nee. Er funktioniert nicht. Hier. Äh. Wie ich meine. Es ist abgeflossen. Ich bin geflossen. Na, dann geht das nicht. Was ist das? Holz. Ja. Ist schon mein Holz? Ach, wirklich? Ist schon mein Holz? Ach, wirklich? Ich bin... Jetzt ist Holz. Toll. Die Wände bräuchten auch was Holz. Wirst du da nicht? Ich glaube wir bräuchten irgendwie... Brechtstange und Schlüssel, ja? Oh, irgendwie das Gefühl, die sind im anderen Raum. Nein. Wir bleiben jetzt einfach hier. Wir warten bis er weggeht, bis ihm langweilig wird. Ja. Der nimmt doch bald Tische da weg. Oh, Matthias, stell die wieder hin. Ja, ja. Keine Ahnung. Ja. Du musst es dir kurz an und stellst den wieder zurück. Vor allen Dingen... Ist da jemand drunter? Nee, okay. Nee. Er besorgt die Sachen vielleicht auch noch. Toll. In den Boden reingedrückt. Ist ja ne. Vielleicht musst du auch dahin, wo Jane ist. Mary Jane. Who are you? Marian. Frau. Sie holt hier ab. Ok, also. Lass sie dir den Tische nicht wecnen. Ich gerne rum. Weisheit des Lebens. Oh joh, Alter. Boah, lecker. Nico reist gleich schon wieder die Hütte ab. Gain, es ist mich! Nico, wegen du mich! Ahhhh! Meinst du, das ist früher, ne? Ja, ja. Jetzt ist es mir egal, ich renne jetzt einfach. Also die brauchen wir auf jeden Fall. Danke, ja, ja, ja. Nein, was da hinten war! Das war unfair! Vorne leuchtet aber auch irgendwas. Ich weiß halt nicht, ob die Tür offen ist. Das ist ein Problem. Ach du, Herr Heiliger! Das ist mein Tisch, ne? Das sind alles meine Tische! Was fällt dir ein? Kommst du da nicht hin? Das ist eine fucking unsichtbare Wand! Das ist aber unfair! Ne, ich komm da rein! Geh, dann sollten wir den Tisch weg! Vielleicht ist da was an den Kerzen. Schnell drunter! Ja! Ja! Ja, da muss es leuchtet! Ach! Ja! Ich denke mal, es muss da was bei den Kerzen sein! Das geht ja nicht anders! Bei welchen Kerzen denn? Da links! Links, links, hier! Da muss es leuchtet! Ah, da! Ich würde unter den Tisch gehen! Oder auf mich! Oh Mann! Ja! Ich habe dir gerade den Tisch weggenommen! Wie heißt das? Mein Tisch! Meine Deckung! Okay! Ja, ja. Ja, ja. Ah, okay. Kerzen. Jane, it's me! Keep away from me! Ah! Da würden sie das Gefühl, hier sind das Kerzen. Okay, los. Du siehst du auf den Morgen. Ich weiß nicht, was du immer nennst. Okay. Die Kerzen sind, ne? Würde ich mal vermuten. Das sticht so im Raum heraus. Irgendwas liegt ja auch nur oben drauf. Da muss ich aufstehen. Ja. Man kann sich ja warten, dass er jetzt weggucken. Ja. Nein, der nicht der. Nee, der Tisch ist weg. Der Tisch ist weg. Guck schnell. Da ist was. Nimm's mit. Ja, was zu essen. Hinten. Oh, der unter Tisch. Na ja, er guckt doch noch. Oh Gott. Okay. Das Leben ist weg. Also da sind auf jeden Fall schon mal Knödel. Da müssen wir noch eine Tischdecke finden. Und einen Teller. Weil nämlich das muss ja auch ein Teller aufnehmen. Ja, und Weihrauch. Aber da sind glaub ich auch drei Kerzen in dem Raum an. Ich brauch ja auch Schlüssel. Ja, vielleicht ist das aber auch erst später. Weil ich glaube erstmal müssen wir... Also ich dachte halt eigentlich erst bei den Kerzen liegen Schlüssel oder sonst was. Aber ich glaube eher bei den Kerzen liegen alle Objekte. Dahinten ist halt einmal was. Und wenn du nach rechts guckst, was jetzt gerade nicht geht, aber da leuchtet auch irgendwas. Jane, it's me! Hey! Dann gehe ich zuerst mal da. Wir werden uns ein bisschen näher ran. Guck dich doch jetzt. So. Geht doch. Reicht. So. So. Musst du klappen, ne? Doch. Okay. Okay. Es klauft ja immer die Sachen. Oh. Mann, ey. Nee, geht das gern. Ja, aber noch ein weiter. Wie ist denn das? Ja. Ja. Leicht. Nicht mal stehen? Ja. Nee, nicht. Okay. Dann bleibt uns wohl nur der Knödel. Wir werfen ihn einfach mit dem Knödel ab. Vielleicht müssen wir echt einfach... Also vielleicht sind die anderen Satten einfach schon da vorne vor ihm. Oder müssen wir wirklich nur den Knödel holen. Und ihn vor die Küse praktisch legen. Einfach in den Raum werfen die Knödel. Nee, nee. Vor ihm ist irgendwie so ein blaues Licht und ich glaube da ist so der Teller und alles. Okay. Also ich habe sonst auch keine Ahnung. Es sei denn im Knödel ist der Schlüssel aber. Wir essen den Knödel. Es gibt uns genug Energie. Okay. Nee, weil da ist ja glaube ich schon alles vorbereitet. Oh. Wie das aussieht. Und wir brauchen wahrscheinlich echt nur das Essen und die Streichhölzer. Und müssen wahrscheinlich den Knödel dann auf den Tisch nehmen. Und dann den Weinraum anziehen und dann wird es wahrscheinlich zu müssen. Oh. Will ich zumindest mal hoffen. Okay, jetzt erst mal. Freikölzer. Oh. Jetzt. Und jetzt auf zum Kühl. Kühl. Einen Satz den ihr dachtet, dass ihr ihn niemals hört. Auf zum Kühl. Einen Satz. Einen Satz. Einen Satz. Wollen wir uns nicht alle Tische wecken? Es wurden ja auch schon ein paar mal getötet. Okay, jetzt schnell ne? Nee, er guckt. Der Tisch. Machen wir es mal warten, dass das Licht weg ist. Und jetzt fällt... Na mein Tisch hier. Nee, den nimmt er jetzt aber jetzt schnell auf. Aufstehen. Aufstehen. Knödel! 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 Knödel doch! Wieso? Ja? Und schnell unter... Jetzt verknödel dich schnell! Jetzt müssen wir zum blauen Licht und den Knödel da hinlegen und dann wahrscheinlich auch was anzünden. Ich lasse meinen Tisch hier. Da vorne, wo das Ausbruchzeichen ist. Nein, ich höre jetzt auch die Knödel. Drück noch mal. Kannst du noch mal atmen? Ja, oder? Das geht natürlich auf. Ich glaube, den nimmt er nicht mit. Meinst du? Ich weiß nicht, warum nur die Streichhölzer hinter den Knödel? Nein. Nee, ich glaube, den hat er nicht mitgenommen, aber es sah danach aus. Okay, ja. Du brauchst einfach nur davor gehen. Ich glaube, den kann ich da gar nicht sehen, meine ich. Bist du dir sicher? Nein. Aber da kann... Ja, kannst du die Knödel da nicht hinlegen? Was passiert denn, wenn du da atmest? Nix. Der liegt schon da. Ja. Da fehlt uns noch irgendein Item. Und wo ist das? Ich bleib' jetzt erstmal hier. Du kannst dich auch vor den Tisch stellen, weil da kann er uns echt nicht sehen. Dann können wir uns vielleicht ein bisschen umgucken. Also jetzt einfach so im Raum umgucken. Ich weiß aber nicht, wo sonst noch was sein soll. Von da sind wir gekommen. Einen kam ja in uns. Aber das andere liegt der... Der Weihraub fehlt uns halt. Aber da ist hinten ja was noch verschlossen. Da braucht ein Schlüssel für. Oder hast du den? Ja. Ja. Fletcher mal da hoch. Eigentlich. Frag mal nach. Die Tische kommen aber echt nicht wieder. Die Tür ist da auf. Ja, aber da kommen wir ja nicht hin. Wahrscheinlich weil er da... Nee, die Tür ist nicht offen, oder? Nee, doch nicht. Das ist doch egal. Da ist ja so ein Schrank. Keine Ahnung. Also ich würde sagen, hinten in den Raum... Nochmal hingehen, ne? Ja, ne? Ja. Ja, ne? Ja, ne? Ja. Ich habe echt keine Ahnung. Es wäre halt komisch, wenn der Schlüssel da im Raum wäre. Weil dann gäbe es keinen Grund, diesen Raum zu verschließen. Also die Sachen zu verschließen. Aber ich wusste auch nicht, wo sonst was ist. Kann es ja auch gelöst so sein, oder? Ja, aber hier sind Kerzen. Und Tische. Das ist schön. Hier halten wir uns aber alle nicht weiter. Und da kann er uns jetzt auch wieder sehen. Soll ich? Ja, einfach... Hat er den Tisch gut klaut. Mein Tisch. Ich weiß ja, ich kann eigentlich nicht sagen, dass es hier unten rechts ist. Wieso? Also irgendwas muss auf der rechten Seite im hinteren rechten Raum sein. Ach da, ja. Ja, dann gehe ich mal da hin, ne? So, das ist links, aber da ist rechts, ja. Ich weiß nur nicht wo oder was. Den Raum? Aber... Ne, ne. Ich meine, weiter hinten schauen. Ich gucke ja gleich, das Essen sei doch nicht so dummig. Ich habe lange nichts gegessen. Irgendwas muss auf dieser Seite des Raumes sein, weil ansonsten gibt es keinen Sinn. Wofür ist diese Seite des Raumes da? Oder zuerst dahin und dann den Knödel erst holen. Das macht ja keinen Unterschied. Wir brauchen die Streichhölzer, den Knödel und noch ein drittes Objekt. Wahrscheinlich den Weihrauch. Würde ich jetzt vermuten. Ich weiß nicht, was so was... Oh, da ist ja ein Schlüssel. Ich kenne ihn. Jane? Ja eben. Und woher kriegen wir den Schlüssel? Jane, es ist mir! Vielleicht ist der Schlüssel auch gut am Knödel. Ja, wer weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sehr glücklich, ne. Ich... Hier nimmt er mein... Nee, ich weiß nicht. 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 Okay, jetzt aufstehen, ne? Warte mal bis das Licht weg ist. Es kommt jetzt einmal... Aber der nimmt ja meinen Tisch weg. Und sie geht weg. Ja, sobald der Tisch weg ist, kannst du... Jetzt... Nee, da ist nichts mit dem Knödel. Du streifelst nicht. Ja. Können wir mit dem Knödel? Ich muss doch die Tür aufmachen. War die Lösung des Rätschens. Weiß nicht. Das einzige was ich... ODER! Wir müssen ihn dazu bringen, das Ding kaputt zu hauen. Ey. Das mit den Flaschen, die da auf dem Boden liegen. Guck mal, damit du was machst. Vielleicht musst du dich einmal kurz an der Eingangstür zeigen und sobald das Ding kommt, einmal aus dem Weg gehen. Oder so. Hallo! Kannst du mich sehen? Ich würde nicht rausgehen, weil ich glaube... Ja? Ich würde mich schon in die Tür... Also nicht in die Tür, sondern vor die Tür stellen. Der nimmt sie da nur Tür schon. Das ist... Für das Holz brauchen wir auch irgendwie eine Brichtung. Weil ich könnte mir irgendwie vorstellen, dieses Holz ist wahrscheinlich dafür da, dass die... Weil die Eingangstür wahrscheinlich irgendwie kaputt geht. Oder kannst du die zumachen? Der ist da der Schlüssel drin. Ja. Ja. Ist hier was? Er hat aber nicht gesehen was im Grunde. Aber er macht nichts. Vielleicht muss er was machen. Hm. Ich verstehe es nicht. Jetzt überlege ich mich. Eigentlich sind die Tür schon. Das ist halt der einzige Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass da halt ein Holzding ist. Dass das... Dass die Tür irgendwie kaputt geht und du da nicht mehr rauskommst und deswegen diesen anderen Eingang nehmen musst. Aber das heißt ja, dass er das machen muss. Hallo. Einfach nichts, ey. Der sieht mich. Der sieht mich direkt an, ja. Also nein, die ist denn jetzt für die Tür überlegt. Er hat sich ja gerade gesehen. Das war aber als die Tür zu war. Tür zu und dann glaube ich ganz an den Rand. Jetzt sind wir gerade auf der ganz falschen Flur einfach. Ja. Nee. Dann wissen wir irgendwie gut. Aber gehen wir mal kurz an den Rand da. Aber vielleicht auch noch ans Fenster. Also an die Seite des Fensters. Da ist nicht das Fenster. Ja. So dass du halt praktisch vor dem Fenster stehst. Genau da. Und wenn jetzt das Licht auf dich fällt. Vielleicht sogar noch ein Stück weiter gleich. Oder noch ein Stück zum Fenster. Weil irgendwie hatte einen da ja gerade jetzt gesehen. Ja, aber das bringt ja nichts. I don't know. Nicht mal eine Million Prozent. Und da bei den Kerzen rechts. Da ist bestimmt was bei den Kerzen. Ja, da liegt irgendwas neben. Ja, da liegt irgendwas. Da ist ein Fisch. Da liegt glaube ich irgendwas. Ich glaube das bringt nichts. Das ist ja nur die dahinten steckst. Ja. Da ist ja Schluss hier. Aber da waren auch noch mehr Kerzen weiter rechts. Also nicht die da war der Knödel. Aber in einem anderen Stand. Nicht da. Das war schon da. Hier kommt ja das Licht raus. In dem Frank waren glaube ich auch Kerzen. Die und die Schuss. Die ist noch da. Als ich mich irgendwie ziehe. Wenn der Kopfhörer aufsetzt. Ich schaff das. Jetzt bringst du uns die... Nein niemals. Ist das etwas? Das sieht nicht so aus als wäre das was, oder? Doch, doch. Bestimmt. Müsst du dir selbst. Doch. Noch ein Schuss. Die beiden Strang sind ja da. Das ist der Weihrauch. Das ist der Weihrauch. Das ist der Weihrauch. Was ist passiert? Ich wusste doch, wer noch das war. Es hat keinen Grund für diese Holzbalken hier gegeben. Ah ja, Schraubenzieher. Der hilft bestimmt bei Holzbalken. Will die auch verschrauben? Ja, ja. Ich weiß ja nicht, ob man so viel Hebel wie Birken mit einem Schraubenzieher hat. Aber wir tun einfach was. Kann ich Tische wieder? Kannst du jetzt nicht. Jetzt geht er erstmal zurück. Das ist das nicht. Ich weiß nicht, ob es nicht Sägell ist. Bist du nicht. Das ist nicht so. Ich trinke das. Das ist ein Tor. Und dann geht's. Das ist ein Tor. Nein, das ist nicht. Nur ein Dumbbell. Hi! Zeitung vom 5. Oktober 2002. Illegales Rennen endet mit Stahlstange durch Auge. Fuck, Final... äh nicht Final Fantasy, äh Final Destination. Um 2 Uhr nachts nahm die Polizei von Yasutorn die Verfolgung von Rennfahrern illegaler Straßenrennen auf dem Pai. Way off. Einige der Fahrer wurden festgenommen, während andere fliehen konnten. Einer von ihnen ist Herr Pichai Manapaibu, der mit einer Stahlstange in seinem linken Auge endete, als er in einen Truck raste. Das ist echt Final Destination, ey. Herr Pichai oder auch Tai genannt, war der Hauptverdächtige in einer Reihe von Motorraddiebstählen. Die Polizei sichert nun die entscheidenden Beweise für weitergehende Untersuchungen. Die Leiche von Herrn Pai wurde zur Beerdigung an seiner Familie übergeben. Okay. Ah, wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Wir haben von Werichiga... Renn ist hier, finde sie. Wir haben schon ein Teil des Fotos in irgendeinem Papier übersehen. Renns Tagebuch Eintracht vom 5. Mai 2013. Ich war wieder die Nacht über auf. Nicht im Schlafzimmer, sondern mitten im Haus. Ich hatte keine Kontrolle über meine Stimme. Ich wurde das Gefühl nicht los, von außerhalb des Hauses beobachtet zu werden. Es fühlte sich so an, als wäre das Ding aus meinem Albtraum, das mich töten wollte. Jane, was ist los? Was ist los mit dir? Beschlossen. Aber hier geht es nicht weiter. Ach doch. Ja. Das ist eine sehr kleine Tür. Kommen wir jetzt wieder ins Haus? Mhm. Home? Again? Ja, dann sollte alle paar Tage mal nach Hause. Aber jetzt ist alles dunkel hier. Und man sollte dann mal auch fallen. Binder einen Weg zurück. Oh. Niemand kann mich leiden. Einer hat eine Nachricht für mich hinterlassen. Niemand ruft mich schabend. Deine Sau interessiert sich für mich. Du siehst doch auch das perfekte Horrorspiel. Nee, das ist gut sauber. Ja, ich weiß nicht. Noch ein Teil des mysteriösen Fotos. Irgendwas hinten drauf. Ich kann das zusammensitzen. Hattest du dir eigentlich Obscure schon angeguckt? Ich meine, das habe ich schon mal gesehen irgendwo. Das ist bei den Leuten, die Rewa hier gemacht haben. Ahnung, aber der erste Teil ist von 2005. Also das ist echt alt. Bains Tagebuch Eintrag vom 21. April 2013. Das ist auch irgendwie so durcheinander. Vorderseite. Letzte Nacht, gerade als ich einschlief, hörte ich ein Geräusch von unten. Zuerst dachte ich an Tim, der endlich nach Hause gekommen war. Aber es war niemand da. Als ich nachschaute, ich war mir ebenfalls sicher, dass ich nicht ausgeraubt worden war, da sich alle Sachen noch an ihrem Platz befanden. Rückseite. Das Einzige, das mir auffiel, war ein Bild von Tim und mir. Es fiel herunter. Es fiel immer wieder herunter, wenn ich es aufstellte. Aha. Weißt du Bescheid. Vielleicht war der Rahmenhalter kaputt. Das war es. Ich denke nicht, dass es ein böses Omen war, oder? Ich weiß nicht. Es fällt auch immer wieder herunter, wenn ich es aufstellte möchte. Abgeschlossen. Ist was hier unten? Ne. Oh. Okay. Wurden soeben eingeschlossen. Oder auch nicht. Aber das hat sich angehört, als würde die Tür abgeschlossen werden. Hallo? Hallo? Jemand da? Hallo? Ja. Erstmal ein bisschen Fernsehgucken. Sein Countdown? Sein Countdown? Ja. Ja. Aber auf dem Führ. In der Baten. Bleibt uns ja nicht viel übrig. Sei denn wir müssen irgendwas... was geht hier? 8 Sekunden lang. Was? Ne auch. Ich wollte gerade sagen, die wären aber schnell umregern. Ja. 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 Sehen wir auch was. Also entweder wir sterben jetzt gleich, oder es passiert irgendwas. Ich bin gespannt. Not gespannt. Ich bin gespannt. Not gespannt. Kommt da. was. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Na ja. Ich bin gespannt. Wie ist das? Hallo? Ich habe wohl mal gehört, das... dass am Freitag den 13. immer mehr schlimme Dinge passieren, als an allen anderen Tagen auf der Welt. Dass ich mich da besaufe und, sorry, ich entschuldige mich für die Welt. Telefon! Nein, aber ich habe gehört, das soll wohl daran liegen, dass Menschen sich dann Dinge einbilden oder sowas, dass die an den Tag mehr Unbekannten das so praktisch manifestieren und dann automatisch auch direkt so stummere Dinge passieren wird. Tja, selber schuld. Meine Nachricht! Guten Abend, wo der Teufel! Ich hoffe, du bist noch da und wir haben deine Nachricht nicht zu spät gelesen. Wir haben leider den Chat nicht direkt vor Augen. Ja, das Telefonat war sehr kurz. Aber das war nicht zu teuer. Das verdammte Bild, ey. Lebe es an den Fischfest. Der Fußball ist runtergekommen. Hallo? Hippo, kannst du einmal den Chat aufmachen? Dann brauchen wir nicht die ganze Zeit aufstehen hier. Ah! Was ist das denn für Geräusche? Das waren unsere Kinder, hast du doch gehört. Ist jetzt irgendwas hinter mir dran? Was ist das denn für Geräusche? Das sieht sehr komisch aus mit der Taschenlampe, ey. Hallo? Ist jetzt jemand hier im Badezimmer? Oh Gott. Blut! Blut! Da ist aber ein Bild! Aber ich komme da nicht hin! Ich bin an dieses Bild dran. Immer noch abgeschlossen. Immer noch niemand an. Okay. Da können wir wieder in unsere andere Dimension noch nicht anscheinend. Können wir nicht einfach den Duschvorhang an die Seite schieben? Das wäre schön. Ich weiß nicht, aber anscheinend sind wir zu schwach dafür. Wir haben nicht die Kraft diesen Vorhang an die Seite zu schieben. Und wann vorbeikommt man auch? Ja. Wir sind zu fett. Wir sind einfach zu fett. Wir bleiben jetzt hier stehen in diesem total ungemütlichen Raum. Wir haben immer noch kein wirkliches Spiegelbild. Doch! Unsere Hand sieht man. Das ist eine schwebende Hand. Holger, nur eine Hand. Was? Irgendwann ist das irgendwas, das in dieser Schrank verschoben worden ist. Ist ja auch nichts hinter. Das hörte sich wieder an, als wäre irgendeine Tür aufgeschlossen worden. Tim! 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 It's in the corner! It's right there, Tim! Da ist wirklich nichts. Da ist wirklich nichts. Da ist eine Tür. Die Welt! Holy shit! Wir haben wieder irgendwer Marmelade liegen lassen. Tänz Tagebuch Eintracht vom 10. Mai 2013. Ich halte diese merkwürdigen Dinge, die mir widerfahren, nicht mehr aus. Irgendwas stimmt mit diesem Haus nicht. Es ist an der Zeit, dass Tim mir zuhört. Wir müssen etwas tun. Ich muss ihn dazu bringen, mich nach draußen zu begleiten. Ich muss ihn zum Tempel führen. In Ernst? Soll ich jetzt noch mit Faschen? Was? Ja, Mann. Mit Faschen? So nach dem Tempel, nur weil du keine Brille aufhast, soll ich jetzt auch nichts mehr sehen können, oder was? Hat ja noch 10.000 Punkte, es wurde irgendwas geschrieben. Ich hatte sogar 15.000. Sieht das so aus wie die Folge einer normalen Hausparty. Ja, natürlich. Ja. Vor allem Maske und Kopfhörer. Jetzt geht's los, Alter. Okay. Okay, willst du? Ja, dann mach mal. Warte mal, das kann ich hier beenden. Jetzt geht's wieder los. Also ich stehe doch, oder? Nee, jetzt stehst du. Okay, ich stehe. Ganz schön groß bist du, ne? Überall gut. Also kann das jetzt mal hier einer aufräumen? Das ist echt unordentlich. Ja, dann auch doch. Wie fühlst du jetzt? Da muss immer ein Gewicht werden, hör mal. Mach immer da auf dem Boden geschießen. Das ist rot, ja. Also entweder war da jemand bei Taco Bell essen. Das kann sein, ja. Und da hatte jemand seine Tage. Aber ich finde meine, äh, ne Bedeutung, äh, ne Bedeutung, äh, meine, äh, mein Reasoning, dass das Marmelade ist, noch wesentlich ist. Ja. Ja. Was war das? Ich hab nicht gesehen. Das weiß ich auch. Nein, das ist eindeutig Marmelade. Nein, das ist eindeutig Marmelade. Da hat jemand sich einen Toast mit Marmelade geschmiert und dann ist das runtergefallen. Ja, und das ist so weit gespritzt, dass das in den anderen runtergefallen. Und dann wollte er es aufheben, ist aber daneben getreten, drauf ausgerutscht und dann ist es den ganzen Flur entlang. Ja, und er ist da auf den Brot gerutscht, ne. Ja. Und dann ist er da reingekommen. Und da ist er einfach explodiert. Ui. Und da ist er einfach explodiert. Ähm. Ja. Das war aber sehr viel Marmelade. Das klingt ja ungesundbar. Nein, das ist jetzt Blut, weil er ist ja explodiert, als er da reingefallen ist. Nein, das ist kein Blut. Einer hat die Tür auch zugemacht. Ja, da hättest du auch ein Foto an der Wand. Und da fällt der Blut nach oben. Und da ist er noch nicht. Ui. Hey, shit. Das war gerade wie aus einem Cartoon. Erstmal bleibt er so in der Lupe stehen und dann so. Wuuu. So wie in einem anderen. Licht geht aus. Scheiße. Das war eigentlich das Beste an dem ganzen Horror-Spielen. Ja, ohne Mist. Ich glaub kein anderes Horror-Spiel hat die Reaktion besser gemeistert bisher. Ich sag's doch ehrlich, das sind vorher voll die kranken Sachen schon passiert. Und dann aber nur in dem Moment. Weißt du, es sind vorher schon ganz, doch viel schlimmere Sachen passiert. Weißt du, aber dann in dem Moment so. Scheiße. Ich musste einfach an dich denken in dem Heidepark-Camp, wo du so rumgeschrien hast und dann so. Scheiße. Ach so, wo ich gepennt hab, ne? Ja. Machst du auf, schreist rum. Scheiße. Weil da hab ich in dem Moment dann gecheckt, so fuck, ich lebe ja noch und ich bin ja nicht in irgendeinem Drummondfall irgendwie. Scheiße. Aber so einfach zu dieser Pause. Aaaaaaah! Scheiße. Das war genau so ne Pause. Licht geht aus. Scheiße. Wo sind wir da? Das Problem ist auf einfach, ich seh nur die Hälfte. Grüne Mülleimer. Die sind bestimmt von Bedeutung. Merkt euch die Farbe. Grün, Grün, Gelb. Grün, Grün, Gelb, Blau. Das ist irgendein Code. Grün, Grün, Gelb, Blau, Grün. Grün, Grün, Blau, Schwarz, Grün. Der war kein Schwarz. Doch, das war ne Mülleimer. Die zählt nicht. Nur die Mülleimer. Du bist auch ein Mülleimer. Jetzt reicht's. Mach mal die Tür hinter mir zu. Du bist Biomülzer. Na ja, abartig. Der stinkt immer am meisten. Weißt du Bescheid? Das ist nicht gut, dass wir uns da verstecken können. Ne. Okay. Konnte mich schon lange nicht mehr. Ja, es geht. Wir wurden ja auch die ganze Zeit von so einem Riesen verfolgt. Ja, du hast dich für die Cloud. Jan´s Tagebucheintrag vom 1. Februar 2013. Vorderseite. Ich hab bis in den Morgen hinein gewartet, Tim. Du hast dich doch nicht verirrt, oder? Ja. Ich weiß, dass er in letzter Zeit so sehr in seiner Arbeit vertieft ist. Ich wollte mir nicht den Kopf zerbrechen. Er erwähnte auch, er müsste sich ranhalten. Ach Tim, mein Lieber. Rückseite. Na gut. Tim hat mir dann doch noch ein Bild geschickt. Wie gewohnt. Diesmal stand er neben Dew. Tim hat mir mal erzählt, sie beide seien als Kinder beste Freunde gewesen. Sie sahen so niedlich aus. Wie sie nebeneinander standen. Ob sie wohl noch immer so enge Freunde sind? Nein. Ja. Ist schwer zu lesen dadurch. Auf jeden Fall die Maske gerade auch beschlägt. Tja. Das seh ich noch weniger. Tja. Mach ich mir wieder vor wie bei Art Infinitum, ey. Ich hab dafür 10.000 Dixens Bucks ausgegeben. Mann, wenn ich mich da verstecken kann. Überleg mal, die 10.000 Döner sind Digger. 10.000 Döner-Dollar. Hm. Ich hab so ein ganz schlechtes Gefühl. Wenn man sich da verstecken kann, dann bin ich wahrscheinlich gleich tot. Müsste jetzt irgendein neues Monster kommen. Die Kamera hält immerhin besser durch als letztes Mal. Die letzte Mal hatte die irgendwie so 30 Sekunden Verzögerung am Ende. 30 Sekunden? Ja, nicht ganz so übertrieben, aber das war auch, das war nur noch eine Bildershow praktisch. Diashow. Der Webcam. Ich mein, der Nachsichtmodus von der Kamera ist halt für ein Arzt für Streaming. Aber wie du schon sagtest, immerhin sieht man was. Ich glaub, da musst du aber lang. Wagen. Ja. Noch musst du dich ja drin nicht verstecken. Ja. Ja. Da auch nicht. Das sind nur Versteck-Urte. Da ist nichts drin. Ich versteck mich aber gern. Du das gleich, wenn das Monster kommt. Wenches das auch immer sein wird. Ja. Wo ich dann Herzinfarktwasser eigentlich von kriege. Ja, du kannst es spielen. Ja. Oh Gott. Wie läuft man denn? Wie rennt man? Wie rennt man? Wie weiß nicht, wie man rennt? Ah, 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 ah. Weißt du, wie rennt man? Sie bleibt einfach stehen. Wie rennt man? Oh, komm, noch eine Runde. Komm doch her. Wie weiß ich, wie man rennt? Schlitz, 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 schlitz. Ja. Kann ich dir auch nicht sagen. Ich krieg mir LT. Danke, dass du wirst jetzt da. Wenn du vor dem Monster stehen bleibst, ist es nicht ganz egal, ob du rennst oder nicht. Ich sehe dich. Und LT, das? Ah, ja. Deine Maus. Wenn wir die mitnehmen, die beschützt mich bestimmt. Glaube nicht. Mach einfach die Tür auf und renn zurück in so einen Schrank. Nicht Licht aus. Tür auf. Ich krieg ein Herz und Verkette. Was? Crap, nicht du wieder. Sie sieht da gar nichts. Ähm, ja. Keine Ahnung, wann ich da raus kann. Das kann ich mir auch nicht sagen. Warum sieht man da nichts? Egal. Auch wenn ich die Lampen habe, fehlt man nicht. Ist das toll. Wann soll ich jetzt raus? Du willst. Du willst. Du willst ganz woanders. Auch gut. Was? Was? Ich hab keine Maske getragen. Ich hab keine Lust mehr. Jane? Jane, warte! Bitte! Jane, warte bitte! Jane! Jane! Fuck! 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 Was ist denn? Das ist irgendwas blocker, aber das kann man so reindrücken. was? Ja. Ja. Ich kriege ich jetzt eh nicht so gut. Das ist geschlossen. Das Spiel geht langsam auf sein Finale zu. Bitte? Das Spiel geht langsam auf sein Finale zu. Kommt einem zumindest nicht so vor. Echt? Das kommt mir gar nicht so vor. Ich hatte das Gefühl, das geht noch so 3-4 Stunden. Also... Das hat eine Playtime von 5,5 Stunden. Ja. Ich glaube, wir haben nicht mal mehr 2 Stunden gespielt. Was? Wir haben um 8 Uhr angefangen. Ja. Dann ist... Also dann über eine Stunde gespielt. Dann haben wir ungefähr eine Stunde Observation Duty gespielt. Dann war es 20 Uhr und jetzt haben wir gleich 10. also haben wir jetzt gleich schon 3 Stunden gespielt. Dann habe ich nicht 8 Stunden angefangen, oder? Doch. Da haben wir mit dem anderen aufgehört und Essen bestellt. Wir haben kurz vor 6 Uhr mit dem anderen aufgehört und dann gewechselt. Wir haben kurz vor 6 Uhr mit dem anderen aufgehört und dann gewechselt. hier. Ja. Hier ist auch ganz so aus Oaxelic Acid. Da kommst aber nicht dran. Mist, satt sie dann nämlich mit ihrem Messer herum. Die hat so ein Teppichmesser. Da vorne ist irgendwie so ein rotes Lüsch. Da ist auch der Blutfleck, da ist sie durchgegangen. Jetzt zieht halt die ganze Zeit das Teppichmesser rein und raus. Das ist dieses Geräusch. Weiß nicht, warum du dich da duckst, da ist niemand. Guck mich halt... Zu Vorsicht. Kniebeugen. Nein. Guck mich zu Vorsicht, falls mich jemand abstrechen will. War da gerade was hinter dir? Ja. Das meinte ich zwar nicht, aber ich meinte da am Tisch. Okay. Wo gehst du denn jetzt hin? Ja, der war ein Skelett. Ja, aber der macht doch nichts. Also noch nicht. Der macht ja nichts. Solange du nichts ausgelöst hast... Willst du mal antippen? Ja, eben. Tiffin macht mal hinten auf die Schulter. Frag ich mal, ob es mir gut geht, weil er sieht irgendwie ungesund aus. Shit! Tschüss! Ja, sehr besonders. Oh mein Gott! Nein, 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 nein... Lass mich doch in die Hörte laufen. Ja, lauf! Rennung dann nehmen? Ne, sie hat keinen Bock zu rennen. Sie schleicht lieber weg. Ich drück auf diesen Ding, aber wenn... Nee, du drückst nicht auf das Ding. Du drückst hier nicht drauf. Ja doch, hab ich vorhin. Da kannst du an den Schrank fahren. Nee, sie läuft lieber ein bisschen im Kreis. Wo willst du hin? Weiß ich nicht, so weit weg wie möglich. Ja, aber du musst... Du musst, glaube ich, dahin, woher sie gekommen ist. Ja. Das heißt, du musst zurück. Erst vor muss sie ja weg sein. Warum steckst du auf der Zunge? Der Typ sieht aus wie eine Raucherlunge. Meinst du Nico oder den Typ, den wir gerade gesehen haben? Ey. Nein. Du bist manchmal echt komplexer. Ich meine, er hätte ja nicht unrecht. Du siehst zwar nicht so aus, aber du hast bestimmt deine. Oh ja, irgendwas für andere. Ich glaube, sie ist in dem Raum da. Jetzt kannst du dich bitten. Die spielt wieder mit dem Teppichmesser. Hm. Okay, dann guck halt nicht, wo sie ist. Und so einfach auf gut Glück reingeh. Oh, wenn ich tot bin, dann... dann... bin ich halt tot. Kannst du da unter den Schrank nehmen? Aber wenn ich tot bin, dann bin ich. Ja, dann ist das halt so. Du meinst da durch. Glaub nicht, das sieht zu eng aus. Also, den lieb wird da durchpassen. Also, den lieb wird da durchpassen. Ja, sie dreht da ihre Runden. Ich drehe hier meine Runden. Ja, aber du musst da rüber, wo sie ist. Hat Licht aus. Sie sieht das. Oh Gott. Ja, Mann. Ja, Mann. Hier ist dir das Licht aber auch nicht bei. Nein. So. Sie sehen, sehen sie nichts. Wunderschön, die guckt. Wunderschön. Wie kann ich da nochmal ecken? Das macht keinen Unterschied. Wenn du mal guckst und sie ist da sie, würde ich auch... Sie ist da auch nicht. Sie ist, glaube ich, einen Raum weiter. Das heißt nicht, dass du aufstehen sollst. Was ist hier drin? Aber da müsste ich auch hin, ne? Ja. Da bist du schon drin. Was für eine blöde Kuh, ey. Kann sie sich nicht einfach selbst abstechen mit dem Messer? Ich glaube, das hat sie schon. Ja, egal. Das war noch nicht genug. Ne, sie ist rechts von dir. Du hast auch eine Reaktion, vielleicht wie eine Kartoffel, ey. Ey, wie kommt ihr denn da? Sie kann durch Wände gehen. Ich habe keine Reaktionszeit wie eine Kartoffel. Ne, schlimmer. Kartoffel haben höhere Reaktionszeiten. Gib mir einen Baseball-Slinger und ich hau mir einen drüber. Wo sind wir denn hier? Sind wir? Ich erinnere mich nicht an diesen Gang. Da bin ich hergelaufen. Und da bin ich auch hergelaufen. Ja, hier sehe ich es wieder. Ich steige da wieder rum. Sie waren noch nicht hier. Echt? Ja, man kann in die Schränke hier reinmalen. Das konnten wir nicht aufmachen. Ich weiß auch nicht, was wir damit wollen, aber okay. Vielleicht sind das Smerzmittel für die Dame. Für Beschlichten. Da ist wieder dieser Typ. Ist das der nur im Kleid? Das sieht so aus, ne? Ne, leider nicht. Weil sie einen Augelöffel auch müssen. Ja, aber man kann die nicht von vorne. Also ich müsste sehen, ob der hier diese Beulen hat. Ich müsste es nur mit einem Augelöffel. Ein Augelöffel. Los, los. Ja, aber wo kam sie denn jetzt her? Sie war doch vorher in dem anderen Raum. Wann sie random? Kann sein. Ja. 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 Oh Hello Und jetzt mit in den Zusitz von der alten Hä? What the fuck? So hat ihr mich auf so einer weiten Distanz gesehen? Warte mal irgendwie. Ja, aber echt? Okay. Geht um die Kuh! Geht um die Kuh! Ich bin nicht hier. Du kannst weiter gehen. Um die Kuh schon dann fahren. Ah! Wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ihr Plan ist. Sie ist den Gang runter gegangen und hat sich dann einfach wieder umgedreht. Jetzt geht sie wieder da lang. Jetzt geht sie wieder einfach um, ey. Die Bitch! Ich bin nicht hier auf dem Kopf irgendwann. Ich bin nicht hier auf dem Kopf irgendwann. Ich bin nicht hier vorbei. Ja, okay. Dann leben sie sich ein bisschen. Die Bitch! Jetzt geht das irgendwie ein bisschen höher. Ich bin nicht hier auf dem Kopf. Jetzt das Licht an mir. Wo müssen wir denn hin? Ich muss mal die ganzen Medikamente einsacken. Was zur Hölle? Wir müssen hier irgendwas mischen. Aber wir brauchen erstmal diesen Schlüssel. Es wird noch ewig dauern, das Spiel. Ich hab irgendwie das Gefühl, das ist kein vernünftiges Verstecken. Ne. Und da kann ich... Oxalic, Rust und Water. Das Oxalic haben wir ja drüben. Ich kann nur leider nicht erkennen, was der Rest hier ist. Would you not? Links ganz. Hier oben? Kommt ehrlich hier rum, ne? Oder ist sie hinter mir? Keine. Nee, sie ist hinter mir. Mh. Dee okay. Fl casual JENNINER Pfff Pff El � Ist jetzt da eine im Raum? Oder ist in dem Gang? Ist hier in dem Raum. In dem, wo wir hin müssen? Ja. 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 Ein bisschen weiter, da rede ich nicht um, ist alles gut, bin gar nicht da. Das ist das einzige was wir hier brauchen ey. Aber nicht wo wir sonst andere Sachen finden. Hier hinten irgendwo lang? Die ist jetzt im Zwischengang. Da im Zwischengang. Das war's. Das ist Heilsäure. Gut. Wo haben wir denn Rost? Water, Oxalic, woher kriegen wir Rost? Kann man das nicht irgendwie von der Tür ab? Wenn du mir sagst, wo wir hier Rost haben, wo wir was abkratzen können? Ich weiß auch nicht wie. Ammonische Geräusche hinter uns. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Klingel von der alten... Was? Wie hat die mich denn so weit gehört? What the fuck, geh weg von mir! Was ist das? 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 Ja erstmal musst du Kopfhörer aufsetzen, weil ansonsten kannst du den Gegner echt in der Tolle kloppen, die musst du hören. Aber ich... Der ist so unmotiviert. Ich bin halt auch einfach müde. Ja, dadurch blitzt das fast durchgängig. Das ist Nikos iPhone, das so blitzt. Wegen der Infrarotstrahlung, die das Ding aufnimmt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Du kannst erstmal gucken bevor du den Typen da auslöst. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Geh da weg. Äh, geh mal auf die andere Seite da. Guck, ob du da schon mal den Schlüssel finden kannst. Wir können auch gucken, ob wir dann schon mal das Fost bekommen. Weil wir können da ja jetzt erstmal for free hin. Wir können uns den Schlüssel holen. Der da liegt. Wie stellen wir Rost her? Was sind das alles für Chemikalien da? Geht immer durch. Zitronensäure, Salzsäure, Jod. Und das Oxal, das haben wir ja. Aber das bringt ja nichts. Wir brauchen irgendwoher noch Rost. Wo kriegen wir Rost her? Aber solange die beiden dann... Shit! Oh wow. Ok, jetzt ist sie aktiv. Ich glaube, die kriegt dich. Ich glaube, die kriegt dich. Jetzt ab in den Dings. Ist es? Kann ich nicht rennen. Weil die mich gerade abgestochen hat. Na rein. Warte. Jetzt müssen wir da rechts um der Ecke den Schrank aufschließen. Da haben wir die Oxalsäure. Aber ich weiß halt nicht, woher wir Rost bekommen. Problem ist, die läuft jetzt da rum. Und die kann auch da in den Raum reinkommen. Da rechts ist der Schrank. Rechts von dir. Direkt neben dir, ja. Was brauchen wir? Die kommt gleich. Wir brauchen jetzt irgendwoher Rost. Na ganz in die Ecke gehen. Ganz links. Dann kannst du sie nämlich umlaufen. Wenn du da in die Ecke gehst. Da. Da läuft es ja dann nämlich an dir vorbei. Und dann kannst du um sie herum. Aber das Problem ist, wir müssen irgendwo Rost finden. Deswegen gucken wir, ob du... Vielleicht kommt sie jetzt gleich da rein. In dem anderen Raum war es auf jeden Fall nicht. Oder da habe ich zumindest nichts gesehen. Das würde ich nicht unbedingt machen. Ich glaube dann weiß sie, wo du bist. Sie ist gerade in einem Zwischengang. Die kommt jetzt gleich da rein. Ja. Gleiches Motivationslevel wie er beim Aufstehen. Das hast du gerade, Nico. Wie wäre er beim Aufstehen? Wie ist das? Wie geht jetzt gerade aus durch? Und wenn sie so weit genug weg sind, wenn sie um den Schrank rum geht... Ich finde das schon mal. Ich will auf jeden Fall nicht rennen. Aber halt mal aufstellen oder? Aufstehen kannst du aber nicht rennen. Das rennen hört sie. Da muss ich hin? In einen anderen Raum wieder, ne? Ja, wir brauchen halt noch Rost. Ohne Rost. Bringst du uns das nix. Hast du nicht irgendwie Rost? Hey, deswegen dachte ich in dem Raum, wo du gerade warst, aber... Wenn wir uns da noch nicht vollends umgeguckt haben. Gesundheit. Was steht denn genauer aufgetaucht vielleicht? Ja, Rost. Ja, aber da drunter oder so. Da ist er, glaube ich, oder? Ne, das war nur ein Behälter. Aber die kommt gleich von da rein, von rechts. Von da, meinst du? Ja, von da kommt sie gleich. Das ist ihre Route. Dann geht sie da einmal ihre Runde und dann geht sie wieder zurück. Also, glaube ich. Ich könnte versuchen, links in den Zwischengang da zu gehen. Oh, sie ist schon da. Die hat sich gesehen. Doch, zurück. Auf jeden Fall. Aber da musst du nicht rücken. Hattest du dich überhaupt geduckt, oder hast du nur noch unten geguckt? Ich hab nicht geduckt. Holy shit. Könnte sein, dass sie sich gleich umdreht. Die geht jetzt in den Zwischengang und dann geht sie wieder zurück in den Raum. Die könnten ihr rein theoretisch folgen und wenn sie dann wieder aus dem Raum raus geht, finden wir da rein. Ich hab auch nichts, ne? Naja. Ich weiß nicht, ob sie weg geht, oder? Sie geht in den anderen Raum rein. Ja, aber das hat sich gerade anders angehört. Wenn sie da ist, wenn die da hingeht, dann bitte auch. Nee, sie kommt wieder gleich zurück. Ja, da war auch der Schrank, ne? Meinst du, sie kommt hier lang, oder andere? Sie geht rechts lang, aber ich weiß nicht, ob sie dich da sieht, wenn sie da lang geht. Aber die bleibt, läuft hier eh erstmal ne Runde im Raum. Ich glaub so ist ganz gut, dann siehst du, wenn sie da vorbeiläuft. Deine Counter-Strike-Skills, sagst du? Ja. Also, das ist gut. Ich muss da wenigstens ein bisschen verziehen. Ich glaub nicht, dass er dich so sehen kann. Glaub ich auch nicht, dass er ja komplett verhindert. Let's go. Und jetzt gucken wir uns da nochmal um, ob da irgendwo Rost ist. Da waren wir ja an dem Schrank. Ja, aber keinerseits, dass wir das übersehen. Ich glaub nicht, dass hier irgendwas ist. Ja, wo kriegen wir sonst Rost her? Das stimmt, aus dem Mainraum. Dann wär hier was und dann wär in dem anderen Raum was, weißt du? Das kann sein. Sagen, setzen wir uns jetzt da nochmal an den Schrank. Nee. Du gehst direkt durch. Ja. Wenn sie jetzt schon in dem Zwischenraum, siehst du dich. Ja, geh schnell durch, dann siehst du dich. Ich glaub ich grad im Zwischenraum. Ja, da vorne läuft sie. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man Rost irgendwo abkratzen muss, aber wir haben auch kein Tool dafür. Vorsicht, die kommen gleich nochmal da vorbei, ne? Ja, ich wollt nur schnell gucken, ne? Wir müssen es vielleicht da in der Ecke. Hier so. Da oder auf der anderen Seite. Oder wir müssen die anderen beiden Sachen nehmen, um irgendwie Rost zu machen. Einfach ausprobieren. An der Blutband vielleicht? Ich meine im Blut ist Eisen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob Rost entsteht, wenn wir Blut mit Salzsäure kombinieren. Das explodiert auf jeden Fall. Oh. Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal Wasser. Wasser ist das hier, ne? Nee, das ist einfach nur da, wo du es einfüllst. Steht doch dran. Äh, ganz rechts. Das, äh. Nee, eins weiter. Nee, andere Seite. Ja. Ist schon wieder dran vorbei. Nee. Das. Nein, eins weiter. Das, ja. Dann die Oxalsäure. Du musst nur sagen, was, was ist? Das. So, und jetzt brauchen wir halt Rost. Und die anderen Sachen, die wir halt da haben, sind... Thronsäure. Jod. Und Salzsäure. Und ich wüsste jetzt nicht, wie man aus irgendwas davon Rost macht, weil nichts davon enthält Eisen. Da kann man das irgendwie an diesem Eisen dran machen, geht auch nicht, ne? Kannst ja einfach mal probieren, irgendwas anderes... Das. So, die kommt da ähnlich um die Ecke. Für ihre Runden. Ich wüsste, kann ich jetzt mir keine Ahnung, wo ich hingehen müsste jetzt. Ich auch nicht. Das war ja gerade mal ein Problem. Deswegen ich hier dann in die Arme gelaufen bin. Mal, was steht denn da an der Tafel noch? Solid. Aquis, liquid, dissolved in water. Rust. Eisen plus irgendwas wird zu Eisen, Oxy... Ja, aber das muss man ja nicht lesen. Bitte dich. Geil. Im Endeffekt steht da nur die chemische Vorbild für das, was wir da machen. Mit dem Rust-Water und Dings. Probier sonst einfach mal Zitronen... Was steht denn da... Warte mal, geh mal da hin. Was steht denn, wenn du das Ding in die Hand nimmst? Das, ja. Lösung verrühren und testen. Ah, wir haben es einfach mit dem Schlüssel... Ah. Was? Schlüssel zum... Schlüssel zum Schulgebäude? Ich glaube, sie kommt. Ich glaube, sie kommt. Der Schlüssel war das Eisen, was wir haben. Hm. Ich weiß nicht, ob sie jetzt da um die Ecke kommt, ey. Ihre normale Route, oder kommt sie jetzt echt hier hin? Ich glaube, sie kommt echt hier hin. Komm zurück zu mir. Komm zurück zu mir. Nee, sie geht ihre normale Route. Und jetzt wohin? Wieder in den Zwischengang gelaufen. Wir müssen jetzt ganz zurück. Wir müssen jetzt ganz zurück. Wir müssen wieder durch den Classroom durch. Ist im Zwischengang. Oh, Entschuldigung. Hm? Was ist das, Entschuldigung? Hier auch ein Stück mischen. Oder Wasser. Draht nicht. Ja, sie ist da. Jetzt müssen wir wieder warten, bis sie da dran vorbei läuft. Und dann können wir weg. Ha, ha, ganz lösend. Ja, sie kommt jetzt erstmal hier hin. Läuft dann da runter jetzt. Und gleich geht's zurück. Gleich haben wir's. beeil dich doch mal ein bisschen meine güte so jetzt geht sie zurück weißt du dies die ganze zeit lahmarschig es sei denn sie verfolgt sie sie verfolgt uns er war sowas von menschen die geht es nicht aus diesem raum raus weil das hört sich nämlich so an jetzt geht sie zurück jetzt musst du sie gleich da lang gehen ich schwöre wenn die uns jetzt so kann es könnte echt sein dass sie da bleibt aber jetzt vielleicht sie kommt jetzt noch mal jetzt kommt wieder auf uns zu naja sie zieht da jetzt echt sie dreht da drin jetzt echt ihre rohnen ja dann viel erfolg sie kommt uns an sie geht von uns weg jetzt schnell rein nein 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 das traue ich mich nicht ja doch sie geht jetzt rechts rum sie kommt jetzt gleich hier vor wir hätten da reingesollt aber jetzt ist es zu spät jetzt würde ich da ganz an die seite und hören wenn sie an die vorbeiläuft da warten die kommt nicht raus worauf sind soweit zurück ja wer weiß kommt vielleicht kommt jetzt auch immer doch raus das wäre merkwürdig wenn sie hinter der leinwand da ist da musst du rein hinter dem whiteboard jetzt links rum weil rechts und geht sie jetzt gleich jetzt tippe ich muss ein das ist auf dich zu das ist gleich ganz kritisch muss jetzt da rum ja 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 wo war das unten glaube ich da wo du vorher vorstammt ist wir schaffen das also entweder da sieht richtig aus und der jane janes tagebucheintrag vom 18 februar 2013 tim konnte in letzter zeit so spät nach hause meistens schlafe ich dann schon wie willst du für unsere familie da sein wenn du so weitermachst ich weiß ich könnte etwas geduldiger sein tim sagte er wäre nächstes jahr flexibler in seinem job wir würden uns dann darauf konzentrieren in einer familie zu gründen ach das wäre so schön rückseite wir haben in letzter zeit viel miteinander geredet aber er war wirklich immer der einzige der mir zuhört egal worum es ging er unterstützt mich manchmal konnte ich ziemlich nervig sein mit meinem geschreibe aber er war für mich da mit seinen dumpfen ideen aber er war da das ist das was zählt wir haben da wieder jemand Marmelade verstreut. Da sind schon wieder Versteckmöglichkeiten. Ja, verkracht doch. Tut mir zu, dass ich mal das Kopfhörer auf den Ohren will, ne? Ich hab übelste Ohrenschmerzen, deswegen weckst du schon die ganze Zeit. Oh, und Schmerzen. Ich hatte ja nichts, das drückt mir so auf mein scheiß Ohr. Ich kann auch einfach mal die Kopfhörer tauschen, die sind vielleicht angenehmer. Oh, ne, alles gut. Wenn ich, ähm... Okay, ich wollte es immer so denken. Earn around. Die Sicherung. Okay. Was haben wir damit jetzt bewirkt? Keine Frage. Die ist wieder da. Das haben wir damit bewirkt. Das ist noch irgendwas, oder? Ja, die läuft da hinten. Ach so. Das ist die nette Dame. Da bewegt sich doch irgendetwas. Die sind gleich nicht mehr in den Raum gegangen. Ich glaub, du könntest jetzt raus. Gerade jetzt. Oh Gott. Jetzt kommt sie wieder zurück. Ich seh die eh nicht. Das ist viel zu überdrückt in mein Ohr. Aber was bringt uns das jetzt, dass wir hier Strom angemacht haben? Ja. Dass wir die besser sehen. Das ist wunderschön. Ich bin jetzt vorbei. Komm. Oh Jesus. Ich hab immer wieder zurück. Wir sind da. Ich hab noch auf jeden Fall das Geräusch. Aber irgendwie nicht. Ich hab noch mal auf jeden Fall. Ich hab noch mal auf jeden Fall. Ich hab noch auf jeden Fall das Geräusch. Eistee, wir wollen Eistee. Es ist einfach ein bisschen glas. Es ist auch einfach dumm, dass sie sich so langsam bewegt und man keine Möglichkeit hat, sie irgendwo anders hinzulocken. Kommt sie jetzt hier rein oder bleibt sie nur hier vorstehen? Ohren. Ja, Aufzug wahrscheinlich, oder? Kann gut sein, dass wir deswegen ganz normal gemacht werden. Keine Ahnung, wo wir hinwollen. Auf der dritten Stadt. Wir fahren jetzt aber in den vierten. Auf der vierten Stadt. Hallo. Natürlich ist hier ein Blutfleck. Du musst das eine Kackfläche nehmen. Was zur Hölle? Ach, da ist so einer. So einer. Der die alarmiert, wenn wir in ihn reingehen. Wenn wir in ihn reingehen? Ja, so funktioniert das. Du wechseln in ihn rein und dann... ...feuerlangen auslösen. Du musst ja Schuhe durch. So einer bist du also. Ich denk auf Monster. 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 Wer wusstet ihr das noch nicht? Ist doch absolut geil. Habt ihr das schon mal mit Monster getrieben? Nee. Davon passt ihr was. Das fängt ganz persönlich. Guck uns an. Wir wollen doch da drin bestimmt irgendwas. Ansonsten wäre er nicht hier. Ich bin gleicher Mannschaften. Ja. Zumindest ist er so ähnlich, ja. Vielleicht nicht halt wie ein Hund. Guck hier rüber. Und guck wieder weg. Guck dich doch. Er duckt sich nicht. Er duckt sich nicht. Hi. Okay? Ja, okay. Du siehst ja süß aus. Ich lass dich nicht so. Kann mich nicht ducken. Jetzt duckt er sie natürlich. Na klar. Kniebeuge im Spind, Alter. So und was will ich jetzt hier? Wo ist noch einer? Boah, schleich dich hinter ihnen mit dem Slap aus der Nase. Wo ist der denn? Von wo kommt das Licht? Von rechts. Von links. Von rechts. Von links ja natürlich. Von links. Von links. Von links. Von links. Von links. Von links. was passiert ist. Bist du da reingelaufen? Ich weiß es nicht, aber sie hat mich nicht gesehen. Perfekt. Da sind einfach zwei Typen, ey. Gibt keiner. Scheint will ich da rüber. Wieso eigentlich? Wieso? Nee! Wieso weg? Jetzt? Was mach ich jetzt? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Du hast keine Ahnung, wo ich bin. Du wirst auch nicht dahinter kommen. Ah! Aber... Ganz ehrlich, das wird mir jetzt irgendwie ein bisschen zu viel zum Suchen oder was weit zu... Weil ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt noch hin müssen. Ja, das wird mir auch alles generell zu viel. Ich mein, das waren coole Spiele, aber es ist halt immer wieder selber auch. Das ist auch dieses Problem bei diesen Indie-Horror-Games, dass es da keine Abwechslung gibt meistens. Ja, die machen halt eins, zwei Mechaniken und damit machen sie dann einfach mehrere Level. Ja, das ist halt ein bisschen langweilig. Aber in sich ist das eine ganz gute Spielung. Wir sind da jetzt auch schon fucking zehn Stunden beim Spielen. Was erzählst du von, das geht ungefähr 20 Minuten, der erste Teil von Fears to Fathom? Fears to Fathom ist so eine Spielereiher, die wahre Geschichten, also in Anführungszeichen waren Geschichten von Reddit erzählt. Also der hat sich Geschichten von Reddit rausgesucht, die Leute, die da geschrieben haben, so Horror-Stories, und hat daraus Spiele gemacht. Mhm. Aber halt, also die Geschichten sagen zumindest, die Leute werden ihm wirklich passiert. Und die sind auch gar nicht so schlecht. Der erste Teil ist so, naja, aber der geht halt auch nur 20 Minuten. Danach gehen die Teile ein bisschen länger, die brauchen wir jetzt nicht spielen, aber... Und was können wir noch eine Runde Observation machen? Ja, das können wir auch machen. So, das können wir vielleicht von mir aus auch eine Runde... Komm, wechseln wir dazu. Denn der sechste Teil, oder nochmal die Demo? Äh, ich weiß nicht, das ist so wie ihr überhaupt habt. Ich würd sagen, einen anderen Teil, oder? Ja. Und das ist nicht immer das Gleiche, dann machen wir noch eine Runde Observation Beauty. Boah, ist das hell! Das ist ja abartig! Flashbang! Abartig! Aber auch Observation Beauty. Dann kann ich auf dem sechsten Teil auswählen, dann würde ich das wenigstens nicht. Du fahrst doch mal mit dem Titel? Observation Beauty. Solltest du vielleicht auch noch ein Stream übertragen? Nein. Ja, das ist so. Keiner bekommt das zu sehen außer hier. Genau. Ja. Oder kannst du das mit dem Controller? Controller. Ah, ok. Wo wissen wir jetzt? Ja, nein. Keine Ahnung. Wo sind wir denn? Das hat auf dem Stuhl gelegt. Und der liegt hier. Ja. Ja. Das sieht nur noch schon aus. Ja, das sieht so aus. Sehr gut. Ja. So, welches Level sollen wir denn machen? Hotel. Ihr seid gefragt. Achso. Jetzt zockt der schon wieder was auf dem Handy. Ja, nein, das war offen. Das war offen. Das war offen. Das war offen. Ist das Touch? Weiß ich nicht. Hat sie immer ausprobiert. Dann bauen wir jetzt hier Observation Duty. Ähm. Hotel. Hospital wird sich lustig an. Hotel auch. Dann lass Hotel machen. Aber war... Ich glaub Universität war doch, glaub ich... Der Bart ist eine 10 von 10. Ja, ne? Genau. Direkt in die Kamera gucken. Jetzt neuerdings, ich weiß nicht wie man das so... Was für berühmte Persönlichkeiten gibt es, die so einen Bart haben? Das ist der Imperial Beard aus Frankreich. Bismarck. Der Bismarck hatte nicht so einen Bart. Der hatte so einen richtigen Vollbart. Weiß nicht ob der auch diese Spitzen hatte, aber... Ja. Ähm. Hospital wollte so oder was? Ich meine schon, dass er diese Spitzen hatte. Achso. Oder was wollte er? Äh, ich würde sagen Hotel. Hotel? Hart oder normal? Normal, Alter. Normal. Nicht normal? Der Nico, der mag's halt hart nicht. Denise mag's halt. Denise mag's halt. Denise mag's halt. Die ist auch total enttäuscht. Dass wir nicht hart spielen. Mhm. Fürster Sale. Im Gegengesetz zu den anderen Gängen. Ja, da steht einfach Lamborghini draußen. Ja, wir kennen das. Wir wissen, dass wir Adnormalities finden müssen. Fire Exit. Ja, wir müssen ja auch auf das Schilder achten, ne? Napoleon der Dritte. Der Dritte? Also nicht Bonaparte. Bei Napoleon gab's auch so viele, ne? Wartest du's? Glaub ich so? Ich weiß es nicht. Da bin ich nicht so entgegen... Ach, hier ist Sascha's Level. Ach! Acht Bierklappen oben. Genau. Dadurch hab... Heißt bei mir ja auch nur 8 Bierklappen oben. Das ist voll mies. Das sieht aus, als würde hier so ein Fenster fehlen. Aber das ist einfach normal. Diese beiden Koffer können sich übrigens mal austauschen. Das ist auch voll mies. Der sechste Teil ist generell irgendwie so... Da können sich so viele Kleinigkeiten ändern. Also diese Koffer können auch in einer anderen 3 in Folge sein. Oder die auch in anderen. Die glaub ich auch. Ich weiß es nicht. Es kann sich so viel kleiner Mist hier ändern. 3C. Fire Exit. Miku, kannst du auf deinem Handy nochmal den Chat anmachen? Da brauche ich nicht die ganze Zeit aufstehen. Ab sofort können Anomalies spawnen. Ach, hier stand für oben. Ich hab die neue Nachricht hab ich ja nicht mehr mit draufgegeben. Können wir sich noch einmal aufstehen? Da ist ein Blick am Blöcker. Da ist ein coolen Napoleon, der wurde später... Ne, das ist normal. Echt? Ja, natürlich. Wurde später von Kaiser von Frank... Der wurde später Kaiser von Frankreich und hat den Franzosen den deutsch-französischen Krieg verloren. Jetzt... Der wurde gegen die... Also hat er gegen die Sachsen verloren. Da kämpft schon vorher so ein lila Zeppel. Wie war die Tür auf? Ich glaube die Tür... Die Tür war auf, ja. Okay. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man da eine Treppe sehen konnte. Lagt da was auf dem Boden? Ja. Ja. War nicht sogar mal dazu raus? Ich glaub das war eine Elterra vorher, ne? Glaubst du. War der Laptop nicht aus? Ne, der war glaube ich an. Genau. Anomaly found. Und hier... Aber ich mein der wär auch an. Ja, okay. Acht vier Klappen oben. Da hab ich schon vorher ne Zeitung. Was war denn? Ich stell schon wieder alles in Frage. Irgendwas sieht hier anders aus. Der rote Zettel? Nein, der wär vorher auch an. Das ist so ein Bierdeckel, oder? Ja, so eine Serviette mit einem Glas drauf. Aber ich mein, das wär vorher auch da gewesen. Die Autos tauschen sich auch irgendwann mal. Ja, und der Name von dem Hotel auch. Jetzt noch Nachricht, da ist wieder einer aufgeploppt. Liebe Menschen, ich tue das einzig weise. Ich gehe schlafen. Viel Spaß mit mir. An einem Samstag. Sehr gut. Dann dir eine gute Nacht und... Wunderschöne gute Nacht. Vielleicht bis nächste Woche. Ich bin diesen Monat jeden Samstag am Stream mit... Die Bilder haben sich geändert! Ja! Mit mehr Spooktober-Stuff. Nächste Woche spielen wir, glaube ich, Scorn und irgendwie Art spielen. Acht vier Klappen oben. Es ist aber nicht das Einzige, was sich hier bei einer... Nur das Einzige, worauf Sascha geachtet hat. Ich weiß. Outlook Manor. Süß. Aber ich finde die Uni ist... War hier schon vorher ein Rucksack? Ja. Die Uni ist Katastrophe. Sind die Silder noch alle gleich? Ja, die sind sehr auffällig, wenn die sich erinnern. Mit Peppich. Das ist anders. Mit Peppich. Die geht aber irgendwie viel mehr ab als in der Demo. Ja. Der ist schon vorher an. Das weiß ich nicht. Und hier schon vorher ein Rucksack? Ja. Paranoia. Da liegt ein Kopf. Das ist normal. Keine Erwartung vorher da. Ja, nur die hat dann auch gesammelt. Die hat dann geputzt. Voll normal, das könnte da irgendwo rumliegen. Schon wieder eine Leiche. Die zehnte diese Woche. Und war das schon so rote? Was? Das ist doch so rot. Alles sieht so rot aus da, ja. Also drumherum. Ich weiß aber nicht, wie ich das markieren soll. Ich glaube einfach, das war schon vorher. Okay. Oder das ist eure Müdigkeit. Also kriegt schon rote Ränder an den Augen. Ich werde zu Zombies. Hier ist Sigmund Freud. Freut sich. Sigmund sehr freut. Guck mal. Jetzt Plugout-Dededed. 2-0-Dedededed. 1 TWITETADIE 1 TWITETRO Der ist so toll, der Löwe. So einen will ich auch machen. Warte, guck mal. Oben am Kronleuchter auf der einen Seite sind es fünf Stück und auf der linken, wo die an sind, sind es sechs. Also irgendwie, das ist ein Fehler vom Spiel oder? Nee, das sind sechs. Beides sind sechs. Nein. Der eine ist nur hinter den anderen. Das eine ist aber aus, ne? Ich habe jetzt beides einfach mal markiert. Wir werden sehen. Ja, Nico, da ist nichts. Was soll ich dir sagen? Ja, ungewöhnlich. Der kommt vorher in der Promote? Nein. Ja. Was denn jetzt? Stimmt. Das sind die beiden Optionen. Ja und nein. Standen hier schon zwei Gläser und war das eine nur so ein Becher? Ich glaube nicht mehr. Hatten schon, stimmt. Ja, Gudi. Mhm. Da hat schon wieder irgendwer den Gudi angezündet. Da sitzt mein Sternzeichen. Fische? Nee, Löwe. Wo sitzen Fische? Da oben. Da sitzt wie eine Löwe. Da oben sitzen Fische. Da ist noch ein Löwe. Ja. Ich habe auch so eine Mülltypen. Was denn auch wo? Die beiden Mülltypen. Ja, ja, ja. Ich habe nur, ob das hier leerer ist, als vorher. Hm. Nach viel von Floppen. Wie anders aussieht. Haben hier schon vorher so viele Gleise? Ähm. Das waren vorher weniger, oder? War da oben das eine grüne Glas? Habe ich mich auch gefragt, aber ich glaube ja, aber... Also die letzten Räume, glaube ich nicht. Einfach alles markieren. Hm. Okay. Irgendwas übersehen. No escape. Der Löwe hat sich, glaube ich, verändert, oder? Nein, hier steht noch escape. Hier ist was dazu gekommen, oder? Da war es auch mit so einem Wagen, ne? Ja. Bei denen da einmal ein Kopf drin lag. Und den fand ich voll normal. Ich weiß ja nicht, warum hier Kötze... Ich bin eigentlich eins Schlafsack oder Zelt oder was. Das ist ja alles so. Ich bin Yoga mit. Warte. Lass die Leute doch Yoga machen. Lass die Leute doch Yoga machen. Lass die Leute Yoga machen. Und die Vase dachten auch nicht zu schlecht? Ja. Ja. Bilder sind aber auch noch alle gleich. Mal gehen wir mal zurück. Nur oben ist da so ein Sonnenblumenbild. Ja, das war Sonnenblumenbild. Das war Sonnenblumenbild. Das ist korrekt. Aber hat der Löwe sich nicht nachher... Der hat sich gedreht. Der hat sich gedreht. Ja, sorry, ich durfte ganz nett. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, da hat man geradeaus gekuckt. Ich bin ja raus. Ich dachte Leute, was soll ich euch sagen? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist mal, wenn wir hier vorbeikommen, kommen hier mehr Sachen zu. Das sieht irgendwie auch irgendwie voll langbezogen aus. Oben links. War das alles schon da? Ja. Mit der Blume da in dem Regal da und so? Ich glaube schon. Ich glaube schon. War unten dieses Eisfach da schon? Ist das ein Eisfach? Ja. War das schon an? Ja. Das sieht man. Warte, nochmal zurück. Diese Platte, war die nach oben? Ja. Ach, hier klappt von oben. Seid ihr ganz sicher. Hier klappt von oben. Ja. Ach so. Eishure. Acht vier Sorten? Was? Eishure. Yes. Ist der Gang da? Ja. Der hat auf einmal geleuchtet. Ganz am Anfang. Ja, ja. Der gelingt. 6666. Das ist doch ein... Das ist meine Etage. Das ist toll. Okay. Drei Einnahmen, die sind gerade aktiv. Das ist die erste. Das sieht irgendwie so lang aus. War das noch ein Erdator? Ich glaube ja. Ja. Hältst du da dort denkt? Nein. Da sind... Hey, die Hände. Also der Gang war schon immer so lang. Das ist die zweite. Geht uns eine Kamera? Noch ein Rauntil? Es gibt Kamera-Malfunction. Nein, nein, nein. Ich glaube... Ne, sind alle da. Elevator A, Lobby-Incance-Lock sind alle da. Aber trotzdem ist noch irgendwo eine Abnormality. Vielleicht mittlerweile schon wieder eine zweite. Geht's da schon? Stand es da schon? Ja. Geht's da ein Stuhl? Oder ein Hocker? Nee, das waren schon immer vier. Noch mal zurück, ey. Da ist da so... Nee, ist schon gut. Der Entrance ist weg. In dem Moment. Sehr gut, Nico. Mach noch mal zurück. Wo ist der Entrance weg? Muss aber trotzdem irgendwo noch was sein. Ja. Ey, diese Tür da. Ja. Ja, die war schon. Diese Tür da. Die war schon. Das ist ein Becher. Das ist wo? Auf dem Tierkrieg-Tisch. Da war schon. Da war schon immer... War da schon immer zwei? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist auf jeden Fall schon länger, aber... Anscheinend. Ah, vier Klappe oben. Die Bänke da ganz links. Waren die vorher da? Ja. Sehr egal. Die Bilder sind immer nachgestellten. Issa Le Mourda ist ein Entendiger. Heimattunnel. Issa Le Mourda ist ein... Das war jemand. Das ist auch so legendär, diese Szene. Die ist eine Tür da. Da steht jemand. Der dreht sich an den Augen. Er macht den hier. Das heißt, die No Anomalies vor uns. Liesst du nicht diese schwarze Gestalt da in der Ecke? Ich fand's dann doch nicht zwei Becher und ich hab nur verklickt. Ist das wirklich der Löwe? Nur du hast nicht richtig draufgeklickt. Ne, der Löwe guckt auf jeden Fall immer nach rechts. Das ist eine Anomalie, wenn der geradeaus guckt. Du bist sicher, dass er nach der Akte betrifft? Ja. Ganz sicher. Ja. Are you 100% zucker about it? Ja. So zucker. Auf den Löwe hab ich geachtet. Aber nur weil ich den gut finde. Ich glaube, so einkaufe ich mir für zu Hause und überrasse mein Vater damit. Mein Vater kriegt dann jeden Morgen ein Herz und Pfad. Es waren anscheinend beide Becher schon da. Der Bildschirm links eigentlich schon... Also der war schon länger an. Ja, den hab ich sogar schon mal markiert, weil ich mir nicht sicher war. Ich weiß nicht, ob hier auf dem Typ was er zu bekommen ist. Da ist ein Geist. Die sieht so nett aus. Report, Ghost, Elevator A. Da ist ein Typ drin. Der wartet jemand. Ich weiß nicht. Ich hab auch das Gefühl, dass dieses eine Teil da immer länger wird, wie der Raum. Ja, ist auch so. Lassen wir ihn auf. Jetzt wird schießen. Der Raum? Die Bilder sind immer noch normal. Hat hier eigentlich schon immer so ein Ding? Ja. Ich stelle da schon immer der Pflanze. Die Frage. Welche Pflanze? Die hinter der Absperrung. Ich mein schon. Ich meine generell, weil so viele Pflanzen... Kann sich so viele Pflanzen leisten. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Die Absperrung. Sag ich doch. Ich sag doch, die Pflanze hinter der Absperrung. Die ist es bestimmt. Der Laptop, Digga. Er ist einfach falsch rum, Digga. Ich weiß nicht, was ihr habt. Mein Wirtchen funktioniert auch immer so, ne? Meine Taktik funktioniert auch nicht. Glaubst du? Habe ich mal falsch benutzt. Da liegt was auf dem Tresen. Das war vorher nicht da. Die Zeitung? Ja. Die war schon die ganze Zeit da. Doch. Doch. Nein. Glaub ich dir nicht. Die Tür da. Der wird echt immer länger, der Gang. Jedes Mal ein Stück. Es wird schließen. Bierklappe oben. Stand da schon immer ein Piano? Das hat sich bewegt. Das stand vorher neben dem Becher. Mein Piano. Das sieht die Elefanten im Raum nicht. Aber saßen jetzt noch mal Anni, Jano auf dem Geist? Ja. Ey, dieses Bild da, wo die Couch ist. Nein, der hatte schon immer drei Augen. Was glaubst du, wie Siegmund freut ihr die Köpfe der Leute gucken kannst? Siegmund sehr freut mich. Achso, durch das dritte Auge. Natürlich. Nee, ist schon immer eine Steckdose. Ja. Ja. Ich bin verwirrt. Mit dem einen, ich denk... Jetzt hat's oben. Achso. Irgendwann sind wir extra und du sagst einfach nach. Nein. Und wir machen dann einfach weiter. Die Bilder sind noch... Die Löwe auch. Der Schrank. Man kommt hier nicht mehr raus. Vollkommen normal. Man kommt hier nicht so raus. Ich muss aber auch nicht rein. Stell dir mal vor, du bist in deinem Zimmer, gehst aus deinem Zimmer und dann hat irgendjemand den Schrank so gestellt. Dann bist du eigentlich alleine zu Hause. Voll normal. Der Geist hier in unserem Haus wird auch langsam wieder aktiv. Nachts geht einfach manchmal der Fernseher von meiner Mutter an, ohne Ton und geht nach ein paar Minuten wieder aus. Und das ist jetzt schon ein paar Nächte passiert. Es ist kein Timer eingestellt und nichts. Weil es gibt auch keinen Timer, wie man den fucking Fernseher anstellt. Es gibt nur einen Sleep-Timer. Deswegen bin ich froh, dass ich hin und bin. Oh nein, der Fernseher geht an. Sascha kriegt auch schon immer Panik und traut sich nicht alleine in den Keller. Was? Hier? Ja, weil ich ihm auch die Sorys erzählt habe. Das ist aber immer noch Affekt davor oben. Das ist ja genauso wie eine Story, die das hatte ich euch ja auch schon erzählt, wo dieser Geist auf einmal auf mich zurand kam im Flur. Was? Das hatte ich euch schon mal erzählt. Da bin ich nachts so um zwei Uhr morgens oder so, musste ich aufs Klo. Jetzt ist es aber falsch. Äh, Report. Äh, was ist das? Im Flur da. In Eil. Ähm, da bin ich hier durch den Flur gegangen, als ich von der Toilette hochkam. Und hör auf einmal nur so bumm 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 bumm. Als würde hier jemand durch den Flur auf mich zurennen. Ich hab mich so verjagt, ich bin einfach nur in mein Zimmer rein. Hab Tür zugemacht und wollte nicht mehr raus die Nacht. Äh, hier standen aber nicht so viele Flaschen. Äh, hier hat man auch da sonst getroffen. Also das war echt das Creepigste, was ich jemals hier mit... Also hier stand doch nicht so viel, oder? Jo. Echt, alles voll hier? Ja. Sicher auch hier unten? Ja. Was für eine Vermutung, weil dieser Geist sein könnte? Also es gibt zwei Leute... Hier, die Autos haben sich getauft. Es gibt zwei Leute, die hier im Haus gestorben sind. Das ist einmal mein Opa. Und dann wohl... Also der ist auch nicht direkt hier im Haus gestorben, aber direkt am Grundstücksrand im Nachbargarten, wo haben sie im... Ich weiß nicht, Ersten oder Zweiten Weltkrieg... Ich glaub im Zweiten Weltkrieg irgendeinen Soldaten erhängt. Also keine Ahnung. Ich hab noch nix mitbekommen. Vom Geist oder so. Ja, das ist... Manchmal spielt auch unten im Bade... Also der erscheint, glaub ich, sein Hauptlokal ist irgendwo unten im Keller, weil da spielt auch manchmal die Uhr verrückt. Obwohl, die dreht sich manchmal auch so. Ja, das ist eigentlich... Ist das so eine automatische Uhr. Also so eine... Uhr im Keller spielt so. Ja, wie nennt man die nochmal? Die Funkuhr. Funkuhr, genau. Aber ich hab... Das hab ich dann doch schon ein paar Mal miterlebt, dass die sich so gedreht wird. Ja, aber das ist immer zu einer gewissen Zeit, dass sie auf einmal die Verbindung verliert und das ist merkwürdig. Und dann stellt sie sich halt neu ein. Das ist dann das Einzige, was ich gedreht habe. Also das Rumdrehen ist ja nicht das Merkwürdige, aber dass sie halt immer zu einer gewissen Zeit die Verbindung verliert. Die Tür ist zu. Der ist halt auch manchmal hier im Raum. Ich hab auch das Gefühl, immer... Die Tür ist zu. Oh ja. Das ist aber immer häufig, wenn ich hier streame mit Leuten oder sonst was, dann liegen manchmal Sachen hier... Also was heißt, Sachen durch die Gegend, aber der macht sich schon manchmal bewerkbar, dass dann auf einmal irgendetwas runterfällt oder sonst was. Und ich sag ja einmal auch, als ich... Ich meine, da war ich high, aber trotzdem, das kann nicht der Wind und nichts anderes gewesen sein. Da hatte ich eine leere Dose in der Küche stehen. Und als ich dann runter aufs Klo wollte, ist sie auf einmal quer bis in den Flur geflogen. Und das kann kein Windstoß gewesen sein. Ach, ja, sind noch... Ach, ja, sind noch... Also... Gibt schon komische Sachen irgendwie. Der macht halt nichts, außer das eine Mal, wo der so auf mich zugerannt gekommen ist, aber vielleicht hat er sich auch einfach erschreckt, die beiden Sachen hier haben sich vertauscht. Aber ansonsten ist er eigentlich sehr friedlebend. Und wie gesagt, jetzt ist er wieder aktiv geworden, weil ständig irgendwie da drüben der Fernseher angeht. Ich weiß nicht, was der da für Störungen verursacht. Aber ich habe mich bisher nie an dem gestört. Der ist halt einfach da. Ja, ja, ja. Wettbecken ist... Und ich erzähle Sascha halt auch so die Geschichten und der so, wie kannst du das so casual erzählen? Er macht ja nichts. Er wollte nicht mehr alleine auf den Klo gehen. Ja. Würd' ich auch nicht. Er musste immer mit. Ja. Würd' ich auch nicht. Das Ding da rechts von dem Eingang, da ist irgendwie so ein Dreieck. Das ist auf der anderen Seite auch. Das stückst du hier das Ding. Achso. Da habe ich das noch nicht gesehen. Das kann ich dir nicht sagen, aber das ist seit Anfang an da. Ich meine, auf einer dieser Monitore gehört hier nicht hin. Der Weiße. Ich meine Weiße. Nein, nein. Die sind alle schon da. Die waren alle da. Meine, einer hätte gefehlt. Das ist genauso wie mit dem... So, mal zurück. Ne, okay. Löwe ist immer noch normal. Ich dachte, der Pfeil hat sich bewegt. Einer Tate. Zurück. Von dem Schatten. Sie will einen heiraten. Aus in Hotelrunden. Was? Was soll denn das sonst noch sein Geist? Ich weiß nicht, ich habe sie jetzt so markiert. Okay. Normally detected. Please stand by. Danke dafür. Das ist halt normal. Das ist ein Banshee. Die wollte doch noch einen heiraten. Die Lampe war da auch schon. Außen. Die hier? Hier rechts. Aber ja. Ich meine schon. Einer auf die Koffer beachtet. Ja, die sind doch alle normal. Diese Bildschirme hier. Die waren schon. Die sind sehr, sehr, sehr lange da. Das ist korrekt. Die haben die Millionenprozent. Das war ja korrekt. Du meinst doch, da sind keine zwei auf einmal in einem Raum. Und wenn da ein in dem Raum ist, dann hätte da ja keine neue Koffer bekommen. Telefon. War vorher keine grüne Flasche hier, oder? Nein, nicht, nein. Darauf habe ich nicht geachtet. Denn das war ja irgendeine andere Flasche gewesen, ja. Ich dachte nur da drauf, ob an dem Fabian da ein Geist sitzt oder ob die Klappe nach oben ist und wie wir da sind. Waren auch alle solche Sachen? Oder fehlt hier irgendwas? Hm. Eigentlich. Hm. Hm. War die Kissen schon vorher braut? Ich weiß nicht, da hat vielleicht jemand drauf gesessen. Ach so, dann ist ja alles gut. Kannst du mal so ein Bild das sehen? Ja, das hier? Ich finde das Bild total hässlich. AI. Ja, ich hässlich. AI-Bilder sind doch hässlich. Wow. Hat sich der Schuh gedrückt. Welcher? Der seh ich nicht. Ach, der. Oder was? Äh, ich hab keine Ahnung. Ich bin jetzt verwirrt. Nein. Könnte sein. Eins weiter. Wenn dann der hier, ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall nicht so gedreht wie die anderen. Aber anscheinend nicht. Na. Da sind alle richtig... Wie die Waren? Boah. alt, hätten wir das nicht gesehen, das wäre uns nie aufgefallen. Ach so, die bewegt sich häufiger. Okay. Okay, dann sind die Bildschirme aber normal. Das ist auf. Okay. So. Äh, hier oben. Kameras. Zurück. Hier oben, die Cola-Flaschen. Ja, die sind nicht mehr. Da liegt jemand. Da kriege ich ne Leiche im Garten. Oh, warum ist das nicht? Weil wir das Gesicht hinterher sehen wollen. Ja, jetzt gruselig. Jetzt. Das ist lustig, man sieht die ja sogar runterfallen, wenn man währenddessen auf der Kamera ist. Das ist auch immer so, pss. Das sagt auch vorher schon immer so und nicht andersrum. Das ist die Becher, aber geht auf der Ebene. Auch nicht. Ich fang ihn nicht anstatt so rum. Stopp, zurück. Wo jetzt hier? Das hier war seine Tage. Marmelade. Marmelade. Die Frauen packen ihre Körperflüssigkeit nach überall. Führe ich hier ein Haus? Nee. Oder ist das dazugekommen? Ich weiß, das kann passieren, aber ich... Das ist ein anderer auch gut als vorher? Ich brauch nicht, nein. Irgendwo muss noch irgendwas sein. Der Koffer haben sich nicht bewegt. Rechts, da wo die ganz rechte Dinger sind, da ist doch auch so was zwischen den Stühlen. War das schon? Okay. Wir verkacken gleich. Zu Ende, ey. Das ist der Geist. Danke dafür. Danke dafür. It's over, Redican. 29. Und was hatten wir? Ja, der Ghost, den haben wir jetzt am Ende gesehen. Steam or Smoke im Hotel Room. Hab ich nicht gesehen. Extra Object in der Lobby. Warte. Das möchte ich jetzt aber nochmal sehen. Extra Object in der Lobby. 5. Ich seh keinen Extraub. Keine Ahnung. Noch ne Runde oder ein anderes Level oder... Wenn dann vielleicht ein anderes Level. Ansonsten können wir auch hier erstmal Pause machen. Ja. Dann würde ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall Kattenmüde. Wenn das nicht so lange ist. Ja gut. Bringen wir die Beine dann nochmal Ecke? Lass sie nach Hause laufen. Was denkst du denn? Zu Halloween. Zu Halloween bringen wir uns alle gegenseitig um die Ecke. Ja ist doch voll normal. Ja gut. Dann war das hier die zweite Spooktober Special Week als Stream. Ja. Wie immer bedanke ich mich an alle fürs Weinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend. Eine gruselige Nacht. Oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet. Werdet wann auch immer auf YouTube vielleicht. Am Dienstag wird sehr veröffentlicht. Ein Spooky-Tag im allgemein. Und dann könnt ihr euch alle gerne verabschieden. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bye bye. Ciao meine Fans. Deine Fans? Jetzt rein. Unsere Fans, ja. Das sind alles... ...und meine. Abonniert dir der? Bis zum nächsten Mal. Gut geben. try note ich. Mal様. Los. Bis zum nächsten Mal. Komm mal. Das ist immer wieder. равствуйте.